hallo leute und ein herzliches willkommen zu einem viel zu späten real life oder live stream auf dem kanal des hunders wir sind wieder weg am start mit sven rumpe mit unserem nagelneuen lapc tesla der ist komplett neu das ist ein kleiner vorgeschmack auf 3.0 was für autos da kommen werden da soll ich auf 3.0 kommen ich habe jetzt einfach mal drauf gemacht und fahrt mal hier leistung hat ohne ende sieht auch geil aus und den wagen gibt es in real life so wie da steht im lapd also das kein konzept fahrzeug oder irgendwas was es nicht gibt das gibt es in real life in la so also genau mit dieser lightbau und so also richtig geil auf jeden fall leute wenn ihr es noch nie wusstet lasst kostenlos ein like da lasst ein abo da würde mich sehr hart freuen abonniert diesen kanal kostenlos mit einer glocke aktiv wuppelt auch gerne in meinem shop vorbei da gibt es jetzt auch die strandtücher zum bestellen keine vorbestellung mehr die kann man jetzt direkt bestellen oder auch einen kleinen xion plüsch den wuppel holen mit autogrammkarte wuppelt gerne rein jetzt starten wir durch leute und ich hoffe euch geht es gut mit dem neuen test da sind wir jetzt unterwegs hat auch hops gemacht also hops hat den komplett gemacht mit der lightbau und so weiter mit dem mapping dies das ist echt also ich muss schon sagen ein schmackofatz pünktlich wie immer das ist wichtig so habe ich jetzt einen schlüssel dafür ich muss den schlüssel rausziehen ich habe das ist kein schlüssel für die kiste ach zum glück gerade noch offen gewesen das ding so jetzt habe ich den schlüssel jetzt ist aktiv das teil gut ich muss mich fertig machen muss ja mich on duty melden ich weiß gar nicht ob ich mit dem outfit fahren soll aber ich finde das auch wirklich ganz geil ne ich stehe auch police drauf oder ob ich mit mit einem richtigen straßenoutfit fahren soll das ist ja weil ich bin ja markt unterwegs ja mal schauen ich gehe mal rein ich mache mich mal fertig wagen absperren jetzt ist abgeschlossen ja jetzt gehen wir kurz rein und waren wir uns fertig bauen wir uns in den dienst ich glaube hier gibt es ja eh alles was wir brauchen oder gibt es ja alles ach nee ich glaube hier gibt es die ausrüstung gar nicht brauche ich irgendwas waffeln und so habe ich ja eh ja eigentlich bräuchte ich nur eine weste aber wenn ich eine weste dabei habe ich habe eine weste dabei dann ziehe ich mir die einfach drüber dann passt das schon oder wir haben hier hinten so eine westen ausgabe doch nee hier ist eine umkleide kleiderschrank ich glaube nicht ne das wäre schon die Asservatenkammer gewesen ne haben wir nicht okay gut dann hier ist das noch nicht fertig wird auch glaube ich hier nie fertig ne immerhin haben wir jetzt schlösser dran das ist schon mal sehr gut ja dann muss ich mich eigentlich nur noch on duty melden und dann geht es los da muss ich noch eine weste kaufen gehen und dann haben wir heute viel spaß freue ich mich drauf mal endlich wieder was neues zum fahren ein neues geiles fahrzeug fahren ich finde auch die felgen passen gut drauf auf dem auf dem tesla sind die standard felgen aber die sind richtig gut aus so ins pc ad eintragen oder auch nicht also ich bin auch gar nicht on duty und ich denke mir schon was mache ich falsch irgendwas war doch noch ich muss ja on duty gehen hier drin das müsste hinten sein ne ja on duty jetzt haben wir es so jetzt mal ins pc ad schauen ich glaube es werden noch nicht ganz so viele leute da sein aktive leitung doch es geht eigentlich aktive patrol einheiten und ich bin hier detective einheit bin ich 10 8 heute mit einem straßenwagen unterwegs in besondereinheit frei ich werde heute auch glaube ich sehr viel dings fahren glaube ich also sehr viel auf der autobahn fahren weil das ding wirklich sehr schnell ist ich bin so nicht komplett ausgefahren aber ich habe gemerkt was das ding für eine beschleunigung hat so king for detective sind man nicht wir sind lieutenant zwei ohne und bis wenn warum steht der raccoon und ach so das sind decknamen die tragen die decknamen jetzt ein ach so ist das damit ja auch keiner gucken kann wer das ist das ist eine gute idee eigentlich das ist eine sehr gute idee so dann gehen wir noch mal an funk 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 gerät ist da so und dann starten wir gleich durch alter fabio legen steinhaut 119 euro feier dich liebe grüße fabio aus was woher feldbach da fabio ich kenne feldbach liebe geht raus an dich fabio dankeschön vielen herzlichen reizt haben 119 euro super chat bei dem bruder läuft jetzt gleich in den tunnel rein ich muss nur sagen dass ich jetzt 10 8 bin dann jetzt in den tunnel king for 10 8 raus ich hab das ding ja schon voll getunt es ist alles gemacht wir müssen das ding nicht mehr tiefer legen wir müssen kein ding mehr machen es ist äh fährt weiter sieh los straßenwang m für markt habe ich das falsch eingegeben ach straßenwang um nevermind kleiner fehler von mir sorry leute fährt ab sandy biker warte sandy biker nach der kopf äh king 4 wäre jetzt in sandy direkt fährt jetzt sandy genau ja sehen fährt dann vorbei ja sehen fährt dann sind wir vorbei schau mal was der kann der wagen ne dilder verfolgung drin fährt weiter und sich selbst das geil ist die sehen den wagen auch zum ersten mal ne fährt in sandy rein fährt in sandy rein boah die lightbar sieht echt heftig aus ich fühle das ding 10 20 ja dann hängen wir uns mal dran mit dem tesla Richtung hochradstrecke hast du dich noch einen parkplatz ja ich bin hinten dran einer vielleicht parkplatz fahren und nicht dass da was ist eine icepiepe heute halten alter wie geil ich fahre aus ich bin mittendrin leute ich lese dann alles vor vielen dank für alle die gerade rausgespendelt hat ich lese alles vor leute bin nur gerade gerade irgendwie komplett random in die verfolgung mitgekommen mit einer hier bleibt einer hier bleibt eine will einer will einer will tasern 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 Der hat mich einfach eingepackt davor. Nein, der hat so festgenommen. Der hat sich mal viel ertankt. Der wird jeden Moment stehen bleiben. Versucht schon mal, also auszubauen, dass ihr ihn um... Jetzt zubauen, zubauen. Sobald... Bauen den Lambo. Was ne Action? Direkt Action? Alter, was ne Einsatz. So. Gut, ich hol sie kurz raus. Bitte Kopf einziehen. Ja. Hm. Also ich sag mal so. Ich will ihnen alles erklären. Sie müssen dazu auch gar nichts sagen, oder wollen sie das erklären? Ja, ich will alles erklären. Ja, weil sie haben auch das Recht zu schweigen, das wissen sie, ne? Ich will für Parkplatz, okay? Ja. Ich hab mich so ein netter Kollege für ihn abgehalten. Wegen rote Ante überfahren und Doppelstreifen. Siehst du sagen, du wie spinn dir. Und dann hab ich alles bezahlt. Vor allem mein LKW einbanken. Ja. Hab ich halb versehentlich, ähm, den Kopf gestreift. Also... Wen haben sie gestreift? Ähm, mit dem LKW, das Kopfauto. Ja. Ähm, und dann hat er mich verhaftet. Warten sie mal, ich versteh grad gar nichts. Sie waren ja in dem Auto da drin, in dem BMW waren sie auch gerade. Ne, ne, ne. Im LKW. Das war noch davor. Dann hat er mich verhaftet wegen Sachbeschädigung. Weiß auch nicht warum. Ja. Ja. Hat er mich durchsucht und so. Da hat ein anderer auch mittlerweile gestreift das Auto mit LKW. Den wollte er auch... Ja, aber was hat das jetzt... Ich will jetzt wissen, was hier passiert ist. Was ist da zu tun? Und dann... Und dann hatten die Leute mich einfach eingepackt. Also, ich hatte keine... Also, bevor sie ins Gefängnis sind gebracht wurden. Genau, das ist der NPD-Brennt. Ne, Sozialstunden. Ne, ne, ne. Das war noch vor Ort. Also, der hat gesagt 25 Sozialstunden. So, ich... Wissen sie, was ich jetzt mache? Ähm, ich werde jetzt untersuchen, ob sie was dabei haben. Haben sie irgendwelche spitzen Gegenstände dabei, irgendwo, woran ich mich verletzen könnte? Ne. Punkt, check. Okay. Check, check. Forty-Nervid is ten-Nate, ten-Nine-T-Mission. Hallo zusammen. Ein... Forty-Nervid is ten-Nine-T-Mission. Dann hat er mich halt freigelassen und... Äh, ten-Nine-T-Mission. Also, sie behaupten, sie wurden... Und dann hat er da vorne... Und da vorne hat er gesagt, ich soll wieder aussteigen. Und da einsteigen. Jetzt hat er uns da... Ja. Sie wurden also ohne ihren Willen eingepackt. Weil ich das richtig verstanden. Genau. Sie kennen die Person auch nicht. Ich hatte... Äh... Ne, die war muskiert. Ne, Österreicher. Österreicher vor Adelberger oder so. Hat der das? Die... Die Sirene. Österreicher. Kein Schweizer. Ja. Okay, also ich seh jetzt auch nix, was sie jetzt dabei hätten. Ähm, trotzdem erstmal zum Abklären. Ich... Ja. Mal ganz kurz. Ich tu sie kurz das Auto, ja? Ja. Ja. Ich muss nur ganz schnell... Ach, wobei, wissen sie was? Haben sie... Äh, ich hol sie nochmal kurz raus, sorry. Haben sie mal einen Ausweis für mich stecken? Äh, wie heißt der Fall? In der Hosentasche. In der Hosentasche. Mhm. Ja, Thomas Bauer, so richtig, ne? Ja. Mhm. Gut. Also ich bin nicht abgehauen, was die anderen Kollegen da von uns sagen. Ich wurde mitgenommen. Aber braucht ihr gerade irgendwas? Ja. Also ich wurde mitgenommen, nicht mitgefahren. Ja, also er behauptet, er wurde eingepackt und mitgenommen vor den Sozialstunden. Er wurde gegen seinen Willen da eingepackt. Ja, also das stimmt. Äh, ich habe ihn zwar verhaftet wegen Sachbeschädigung, aber der Herr, warum sind sie denn jetzt hier auf einmal ungepesselt und sind dann abgehauen bei uns? Das macht irgendwie wohl nichts so, oder? Ähm, weil der da oben... Weil der... Ne, 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 ne. Ähm, der auf dem Berg hat gesagt, äh, hat er wieder raus getan und hat meine Handschellen weggedan und hat gesagt, ich soll wieder einsteigen. Und da hat er bei der Tankstelle, hat er gesagt, ich soll sofort aufsteigen und in das andere Auto einsteigen. Naja gut, der Herr, sie sind ja trotz dessen vor uns abgehauen dahinten. Und ich war halt voll verwirrt jetzt, was da los ist, weil ich bin da voll rausgefallen, ähm, alles Bediener da, nur Geschreier nur noch, ähm, weiß auch nicht was gemacht. Naja, sie sind ja trotz dessen vor uns geflüchtet, ne? Also... Naja, ich meine, er hat... Er hat erst zwar... Ich muss auch sagen, er ist jetzt irgendwie nicht zum Auto gerannt, er ist wieder zurück gerannt und dann hat er direkt die Hände nach oben gegeben. Also er hat sich dann direkt festnehmen lassen, als ich mit dem Taser auf ihn gezählt hab. Ähm, also irgendwie, er ist auch nicht mal in meine Richtung gekommen. Also nicht Richtung Auto, er ist irgendwie rumgerannt, ganz komisch. Okay. Ähm... Ja, ich würd sagen, am besten bringen wir ihn auch einmal dann ins, äh, das Palito PD, erklären wir das alles. Ja. Ja. Er ist ja sowieso festgenommen wegen Sachbeschädigung, also... Ja. Ähm... Äh... Ich... Nur so zu dem Fall, er hat keine Gegenstände dabei, die irgendwie illegal wären oder sonstiges. Also er ist komplett clean auch. Alles klar. Gut. Gut. Jo, dann sehen wir uns in Palito PD. Jo, dann sehen wir uns in Palito PD. Jo. Sollte reinmischen. Auto habt ihr schon gesucht, was drin ist? Ja, ist leer. Okay. Abschlepper gerufen? Ja, T, E, D. Komm. Äh, sollte ja. Okay. Was? King 28, 10, 15, 10, 76, Palito PD. Ja, fahr mal in Palito. Ja, fahr mal in Palito. Äh, das ist ein Tesla. Ach weh. Ja. Und wie schnell fährt der? 400, 500? Ich bin ihn nicht ausgefahren, der ist neu. Mhm. Also ich bin jetzt schon gefahren, also die erste Verfolgung, die ich jetzt hatte, war mit ihm da hinten. Und sonst bin ich noch nicht ausgefahren, also ich weiß auch nicht wie schnell der fährt. Okay. Aber sicher so 400, 500, oder? Ne, das glaube ich nicht für ein Elektroauto. Okay, okay. Ich schätze 280. Ne, ich sag ja nur bei 600 oder so 300. Ne, ich schätze es mal so 280 vielleicht. Also 300, ich weiß ja nicht, ob der 300 fällt, aber beschleunigt du das ja schnell. Mhm. So, guck mal. Ey, vielen Dank für den Support, Leute, ich lese jetzt alles durch hier. Und der... Ah ja. Also ich weiß auch nicht, warum ihr Kollege so übertrieben hat. Also ich wollte gerade meinen LKW einbauen können und mein LKW ist halt ziemlich lang und da habe ich nichts, da gibt es ja auch tote Winkel beim LKW. Ja. Und da habe ich ihn versinnlich gestreift und da hat er gleich gesagt, Hände hoch, sie sind verhaftet und so. Ja, da war ich halt nicht dabei. Weiß auch nichts. Ja, wir weiß auch nicht, warum man so übertreiben muss. Ja, ich weiß nicht inwiefern er übertrieben hat, weil sie ihn angefahren haben. Und dann ist er direkt ausgezuckt. Oder wie darf ich das sagen? Ja, gestreift. Ich habe ihn nicht mal voll gerammt. Gestreift bin ich ja nur. Also... Aber dafür haben sie Sozialstunden bekommen, habe ich das richtig verstanden? Hätte ich bekommen, ja. Also ich glaube nicht, dass sie für Streifen Sozialstunden bekommen. Ja, ich stehe vor dem Captain's Office bereit. Ähm, doch, ich habe... Also... Aus meiner Sicht habe ich ihn nur gestreift. Ja, aber ich... Ich kann es mir aber besser für ihn vorstellen, dass ich dafür Sozialstunden bekomme. Ja, weiß auch nicht. Wegen fahrlässigem Fahren oder irgendwas. Was? Äh, nee, nee, nee. Das war halt... Ich wollte ihn kurz einparken und da ist halt der Bediener gekommen. Ja. Glaublich und so. Und da ist alles gut verlaufen und so. Habe Strafe bezahlt. Und da wollte ich ihn einparken, habe ich leicht gestupst oder... Also... Gerammt habe ich ja nicht. So leicht gestreift oder so. Mhm. Also angefahren so leicht. Und das hat ihm schon gereicht. Ja. Und habe ich gesagt, das kann man hier erprobieren. Ja, ich habe gesagt, das kann man... Das hat er nicht gesagt. Ja, aber es muss ja ein Delikt geben, dass sie Sozialstunden bekommen haben. Doch, wegen Sachbeschädigung. Also Sachbeschädigung. Sachbeschädigung. Ja, aber wenn sie es ja nicht absichtlich gemacht haben, wenn es ein Unfall war, haben sie das behauptet, dass es ein Unfall war? Das ist der Sound. Ja, ich habe nachher gesagt, ja, das kann man ja reparieren wieder. Ja, ich meine, ich kann es ja nicht sehen, inwiefern das vom Kollegen vielleicht absichtlich aussieht, aber ich kann es leider nicht sagen. Ja, ich weiß. Ich weiß auch nicht. Ich wollte ihn halt nur einparken. Und da ist halt ein bisschen... Ja. Ja, bisschen was zu nehmen gegangen. Ja. Und der eine Lkw-Fahrer wurde dann auch aufgefordert, stehen zu bleiben. Sonst ist Jason und Festnahme. Und ja. Also ich weiß nicht. Ja. Das ist eh der vorne der Viktoren. Da. Ja. Ja, ich werde sie fragen. Äh, was haben... Die Rechte kennen sie, oder? Ja, ja. Muss ich hier nicht vorlesen. Ich denke, es geht, glaube ich, nur noch ums Fortsetzen der, ähm, ne? Ja. Ja. Ja, Sozial... Wenn wir da vorne hingehen, kann ich sie nicht zeigen. Ja, es... Ich weiß nicht, ob der da drin ist. Ich glaube, der ist... Nee, nee. Also ich hab... Ich bin halt... Sie müssen es mir nicht zeigen. Sie müssen es mir nicht zeigen. Sie geht rein. Kommen Sie mit, bitte. Ja, ja. Ich verstehe schon, was Sie meinen. Sie haben angestupst und Sie wollten das nicht. Ja. Ja, verstehe ich schon. Müssen wir mit einem Kollegen, äh, reden, was da genau passiert ist. Weil ich war ja nicht dabei. Ich kann Ihnen das jetzt nicht sagen, was da... Ja. Was da passiert ist. Ja. Vielleicht kann ich ein bisschen mehr erzählen, was da los ist. Weil ich glaube... Also ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ja. Ich weiß nicht, wie wir da drin sind. Könnt mich ja vom Oceans abholen? Ist das... Ist das andere von hier? Ich hab den... Ich hab den nur entführt. Er ist echt nur ein Opfer. Ne. Kann ich kurz fragen, ist das ein Kollege von hier? Oder... Ja. Ja, das ist der, der, äh... Ja. Der da, da. Der da, da. Er meint, er ist halt... Unabsichtlich ins Auto gefahren. So reingeschrammt. Ja. Der Herr. Der Herr. Sie wissen genau, dass das nicht stimmt. Ähm. Mein Herr, ich hab leicht angestupst. Ich hab nicht mal gerammt oder so. Ja, aber was beabsichtigt. Leicht angestupst und dann nochmal reingefahren. Und als ich dann gefragt hab, äh, äh, gesagt hat, dass sie jetzt auch noch Sachbestätigung begangen hat, hab ich gesagt, ja, ja. Ne, 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 ne. Ich, ich hab nur leicht gestreift. Dann machen wir das am besten, dass ich das jetzt mal mit. Dann klären sie das vielleicht hier drin irgendwie, dass wir da vielleicht auf einen grünen Zweig kommen. Äh, ich tu sie mal auf die Gegenüberringen der Zelle, ja? Ja. Du warst komplett unschuldig, Alter. Der war Opfergott eines Entführungsmissbrauchs. Dann kommst du mir her, ich nehme mir die Handschellen ab. Bevor ich das mache, suche ich jetzt nochmal, ob sie noch was dabei haben. Ich hoffe, mit der Medizinkenntnisse machen sie jetzt nichts dummes. Äh, du 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 du. Gut. Den Trinkrich. Ja. Das war nicht schlau. Mach zur Sicherstellung, das hier nichts. Gut, jawoll. Gut, ich lass jetzt mal frei. Ja. Äh, so zur Information sollte er irgendwie ins Staatsgefängnis kommen oder sonst was. Er hat noch, ähm, Samen dabei und Dünger. Alles klar. Ich hab's ihm erst mal gelassen. Naja, wird, wird wahrscheinlich eh nicht ins äh. Ne, ich glaub Sozialstunden. Das würde er fertig machen. Jawoll, tschau. Ja, tschau, danke dir. So oder ja. Tschö tschö. Ein ganz stranger Vogel. Äh, aber was der Verfolge ist, steigt direkt mit ein. Es hat Spaß gemacht. Äh, Elbeers Sideente, dankeschön. Oder, ne. Elbeers Sideente. Was ist das denn für ein Name? Danke fürs VIP-Werden. Äh, Fanta N 3300. Meine erste Spende überhaupt geht an dich. Vielen Dank. Dann der, der Kassler-Tier. Was ist das denn auch für? Was habt ihr für lustige Namen? Was hältst du von der Idee auf 3.0, dass 1.07 legale Waffen verkauft? Also ein offizieller Laden, das ja quasi PD US-Marsche beliefern tut. Oh, das ist jetzt ne ganz schlechte Idee. Äh, und halt, äh, noch unter der Hand. Ach ja, alles gute Nachricht zum Geburtstag. Äh, ne das, ähm, wenn dann wirklich Saugstauber verkaufe. Saugstauber-Verkäufer. Wenn dann die Saugstauber-Verkäufer-Firma auf jeden Fall. Aber, Alter, vielen Dank. Äh, der Klassler-Tier für 20 Euro. Ihr habt so geile Namen. Äh, Fabio Legenschein nochmal. Bekomme ich einen Manureal? Äh, komm, der kommt aber raus hier. Den hau mal raus hier für mich, Fabio. Vielen Dank. Der geh ich rauf. Alle mal mit die Geldscheine in den Chat. Ja. Äh, vielen Dank, alter Fabio Legenschein. 59,99. Ich küsse deinen Nacken. Bull. So, Dennis auch da bei 5 Euro und ehrenhaftem Fies. Also, äh, kleines Dankeschön für die coolen Videos, die du machst. Vielen Dank an Dennis. Wolfi, Grüße. Hab die Illusion. Hoffentlich, äh, was? Ich hoffe, durch dich wird's besser. Ich, äh, freue mich, wenn ich die Leute ablenken kann. Das ist, äh, so ein Ding, was ich sehr oft geschrieben bekomme auf Insta oder so. Dass ich die Leute ablenke, wenn es ihnen schlecht geht. Und das ist immerhin etwas, wo ich sage, dass es was Schönes ist, wenn ich Leute irgendwie ein bisschen ablenken kann. Von Stress oder sonstigen Stuff, ne? Lenny, was ist deine Lieblingsfarbe? Also, weil Schwarz und Weiß keine Farben sind, weil ich liebe Schwarz und Weiß, äh, wäre es bei mir Blau. Und Lila. Ich finde Lila auch eine geile Farbe. Also, ähm, Blau und Lila teilen sich bei mir so 50-50, würde ich sagen. Ja, ich finde Lila geil. Also, so ein dunkles, äh, dunkles Lila. Jetzt nicht so helllila, sondern dunkellila. Ist schon eine geile Farbe. Und halt, äh, Blau. Also, alles, was so in Richtung Blau-Ton geht, finde ich auch nice. Darf, ne? Äh, deshalb ist auch mein, äh, Kanal Blau, ne? Mein Hintergrund ist überall Blau. Weil ich einfach Blau mag. Ich glaube, dass, äh, Blau ist die Lieblingsfarbe von den meisten Menschen, habe ich das Gefühl. Aber Blau ist auch ne wirklich sehr schöne Farbe, Bruder. Äh, danke an, was, äh, Dom, das, Dingsbum. Servus, Cuson. Kannst du, mein Freund, Justin? Ich muss hier sein. Tschüss, Din. Liebe, geht raus. An, tschüss, Din. Oh, ich muss meinen Radar und so noch anmachen. Zudem bin ich noch gar nicht gekommen, weil ich ja die ganze Zeit hier auf, äh, Ding war, ne? Weil ich die ganze Zeit gerade hier auf, äh, Reisen war. Achso, erstmal anschalten, wenn nicht schlecht. Simit, 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 Simit Lane. Auf 145 gelockt, passt. Sind wir dabei. Mit dem Radargerät. Boah, ich will das Ding echt gerne ausfahren. Aber ich kann halt hier nicht. Ich müsste auf, äh, Ding fahren. Nach hinten auf die Brücke. Dann könnte ich das Teil mal ausfahren. Schauen, wie schnell das fährt. Alter, Beschleunigung. Gibt euch mal die Beschleunigung. Ich bin schon auf 100 gewesen. Das ist gerade ein paar Sekündchen. 130. Das ist krank, das Teil. Aber das ist halt Elektromobilität. Das ist halt, ja, Elektroschrott halt. So, Lukas. Heiß man, der ist gespannt, wie geht's dir? Dankeschön. Lukas, mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Vielen Dank. Niemand ist auch dabei. So ein Verein nicht zu spät. Der muss. Juli Kahn ist auch am Start. Hatte gestern Geburtstag mit 14 gewonnen. Kriege ich vielleicht einen Herzregen. Ob ich jetzt sag. Komm, dann hauen wir mal raus. Lasst alle mal ein Herzchen da. Sowieso im Chat. Für alle, die grad aktiv dabei sind. Haut mal ein Herzchen im Chat. Lasst ein Like. Dann lasst ein bisschen lieber da. Würde mich sehr freuen. Hau mal raus dir. Oh, ich darf ja nicht drücken. Das stelle ich ihm da alles an. Jetzt hab ich mal als Status auf 1050 gesetzt. Schau. Ganz toll. Jetzt hab ich meinen Status wieder umgesetzt. Das ist super. Ach, egal. Hier vorne ist gesperrt. Alter, meine Augen. Ach, schau. Da hat es einen Kollegen überschlagen. Süß. Da hat es einen Kollegen trissen. Schön. Danke an Yaya für 90 Cent auch. Fabio und mein Vogel ist ein Yaya. Schreibt mir, bist der beste. 1000 PS Polizei. AP auf 3.0. Ne AP wärs doch. Hab Motorrad verkauft, aber es despawn nicht. Ja, super. Ähm. Bin no Admin heute. Sorry, Jungs. Und Stream haben wir auch noch vergessen. Ja, passiert mir immer. Ich hab vor dem Stream extra noch den Router neu gestartet, dass er im Stream nicht abreizelt, ne? Das heißt, es sollte heute zu keinem Crash kommen vom Router. Hoffentlich. Ich hoffe es, Leute. Drückt mir die Däumchen, dass es funktioniert. Dass er nicht abraucht. Ich hoffe es. So. Aber ja, eine 1000 PS Polizei-Arpel wär schon was Heftiges. Aber, ja, ein Tesla ist schon was Schönes. Weil, ich mein, weil es halt das Ding in Real Life auch gibt, beim LAPD. Das find ich ja so geil. Das Teil gibt's halt in Real Life beim LAPD. Und deshalb find ich den so geil. Und unser Duftbaum ist auch drin. Unsere ganzen PD-Autos haben auf 3.0 Duftbäume drin. Ja. Das muss einfach. Weil, wenn du mal einen Gefangenen hast, da ein bisschen stinkig ist. Da... Die könnte mal stinkig werden. Dann ist das schon ganz gut. Aha. Dann schauen wir mal rum. Ja, immer kontrollieren. Nicht, dass da wer maskiert steht oder so. Oder mitnimmt. Nein, man weiß ja nie. Dann schauen wir mal. Hier vorne ist noch ein Auto. Der sieht irgendwie geklaut aus. Was? What the hell ist mit dem los? Der darf ja nicht stehen. Ich muss ihm ein Ticket aufgeben, dass er hier mittendrin steht. Dass ich den Parkplatz suchen soll. Dann schauen wir gleich mal. Hm? Auch nochmal auf dem Speer-Dings steht da, ne? Oh, ich habe das Gefühl, ich werde gleich eingepackt. Das hier. Servus. Ah, Servus. VQW 336. Max Wendland. Das hier nicht. Guten Tag. Ist das ihr Fahrzeug hier? Nö, das ist nicht mein Fahrzeug. Aber das hier ist mein Fahrzeug. Ist nett, ne? Ist schon sehr schön, ja. Mhm. Ah, Linkenrät übernimmt letzten Dispatch. VQW 1 übernimmt vorletzten. Bitte? Können Sie mal eventuell Tattoo 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 anmachen? Warum? Einfach nur so, ich möchte mir das mal angucken, wie es aussieht. Tattoo Tattoo anmachen, also das Blaulicht meinen Sie? Ja genau, genau. Könnte ich gleich machen, wenn ich draufkomme, wem das Fahrzeug hier gehört, was der da drin ist. Alles klar. Können wir gleich rauskommen. War das hier? Wenn schon länger steht, dann ja, weil hier steht auch keiner. Na ja, es gehört kaum. Ja, dann schauen wir mal. Herr Linkrede, Frage, die Stadtwerke, ein Herr Parson, da steht wohl eine Inspektion unseres PDs an. Eines Gebäudes, ist da gerade jemand da, der das entgegennehmen kann? AUQW336 Löstet der? TNATV TNATV Ja, Hillbox, Kürre Ist ein Porsche 911 Turbo S Spillet auf Albi Shelby, der ist auf der Fahndung. Linkrede, response Weiter Richtung Nationalbank Ja bitteschön Ich fahre weiter, Nationalbank ist gleich mcdonalds Jetzt fangen wir mal aus und schauen mal, was der kann der Wagen, ne? Ja, siehste, fährt nicht so schnell, zwei, ja, wobei, 300, 3, 4, 3, 2. Ja, 300 fährt auch. Ja, ist jetzt. Also, langsam nicht auf den Elektro, doch schnell. Wir fahren jetzt Westen Richtung, äh, unterhalb Tigilalaba, fahren jetzt runter Richtung Süden, Richtung Suprinko. 3.11 reingefahren. Wir sind jetzt wieder westlich unterwegs, in der Kirche, Richtung Immobilienmakler. Wir sind jetzt abgebogen Richtung Juve. Wieder links Richtung Arcadius Tower. Am Monzona vorbei, weiter in Richtung Arcadius Tower, unterhalb. Wir sind jetzt Arcadius Tower. Biegen rechts ab, äh, am Roten Parkhaus vorbei. Lackingwell vorbei, Richtung Chinesisches Denkmal. Da vorne fahren sie. Unfall. Zubauen, 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 zubauen. Zubauen, zubauen. Zubauen. Wann werden. Da kommt Verse XXX-10 unerwart. Rångsamt machen. R классische K Board reingefahren, wenn was. dass der Motorradfahrer damit nichts zu tun hat. Ja, also ich muss sagen, der fährt sich schnell. Ich bin jetzt extra mal angefangen zu sehen, wie schnell der fährt. 311 ist vollkommen okay für ein Elektroauto. Ich meine, das hat jetzt volles Tuning drin, ne? Das Ding ist jetzt fulltuned. Also wirklich full, full, full ist das Ding jetzt. Das Einzige, was mir noch auffällt, ist, der strahlt nur von vorne. Der strahlt nur von vorne, also wenn wir das Blaulicht anmachen, strahlt er nicht nach hinten, nur nach vorne. Das ist natürlich richtig krank, wie viel er nach vorne strahlt. Aber das kriegt man natürlich auch eh noch abgefixt. Aber es ist echt ein geiles Teil, also wirklich, dass der so schnell ist. 300 Elm. Und fast eine Highspeed, aber eine Highspeed fährt so 340. Also eine Highspeed fährt nochmal 40 kmh schneller als der Kübel hier. Das ist so eine, ich sag mal, ja. Eine, eine mittlere Highspeed. Das ist so nix, äh, Highspeed-technisches. 317 Spitze. Ja, aber eine Highspeed fährt ja 340 so. Aber er ist beschleunigungstechnisch, äh, beschleunigungstechnisch sehr, sehr schnell. Und auf 3.0 fahren die Autos sowieso alle ein bisschen anders. Also auf 2.0, da sind sie, da fahren die meisten auch so ein bisschen schneller. Aber da ist das schon okay dann. Da ist jetzt halt das 3.0-Handling auch dann drauf. Hat der Wagen Extras? Ja, man kann, äh, hier oben die ALPR wecken. Saubere Arbeiten, Jungs. Und sonst kann man hier noch Suchscheinwerfer dran machen. Was er Standard aber nicht hat, das habe ich jetzt weggelassen. Die funktionieren auch. Informativen Kofferraum ist nichts gewesen. Aber die habe ich halt weg. Und im Innenraum kannst du halt hier den, äh, Duftbaum an- und ausmachen, ne? Das sind halt die Extras. Check. Was er auch feiern würde, wären so, Frontblitzer noch irgendwo rein. So hinter der Scheibe wäre noch ganz geil. Aber wir müssen hier obsfangen, ob er das machen möchte. Weil das halt das Standard-Setup vom LAPD sieht halt genauso aus. Die haben halt sonst nichts. Wenn wir die Light bei oben drauf haben, das war es halt eigentlich schon, ne? Pass aber auf, der hat gefunkt. So. Aber es ist ein geiles Auto. Sehr schön. Mit Blinker gehen auch. Sehr gut. Sehr gut. Bei der Tankstelle sowas. Ich muss mal nochmal auftanken, ne? Das fängt ja nur so ein. Mit Tanking machen. Ich muss das mal vorgelesen. Matthias Wunkowski ist wieder da. Wie geht's dir? Was hast du, was hast du heute mit dem Ding vor? Ja, ich fahr heute damit rum. Das ist heute mein Einsatzfahrzeug. Ist egal. Ich werde heute damit einfach Autobahn ein bisschen abfahren. Ich werde damit heute, ähm, verfolgen wir mitfahren. Habe ich halt Bock drauf. Ich hab Bock damit zu verfolgen, weil dann wissen wir, ob wir am Handling noch was anpassen müssen. Aber ich finde das Handling jetzt ganz geil. Weil das Handling war davor nicht so gut. Der fuhr sich vorhin wie so ein Stück Kacki. Habe ich nochmal ein bisschen rumeditiert, dass er sich in den Kurven so ein bisschen mehr sportlicher fährt. Weil er hat sich davor wie ein Boot gefahren. Jetzt geht's eigentlich nicht. Das ist wichtig, um zu sehen bei Verfolgungsjagden, wo könnte man ein bisschen noch... Ne, was machen. Dankeschön. Sag mal, sind beide... Ne, ich sind mit Opposite und Same Lane. Okay. Weil der hat gerade nicht geblitzt da gegenüber von mir. Der war, glaube ich, etwas schnell unterwegs. Na, schauen wir mal. Stellen wir uns damit mal hin, blitzen wir mal ein paar Leute und dann schauen wir, wie schnell wir da mithalten können. Magst du mit Elektroautos oder mit Benzin? Ja, das würde mich interessieren. Ich finde ja, ich bin eher... Ähm... Ja... Benzinmotoren finde ich schon schöner als ein Elektroauto. Einfach, weil auch was rauskommt. Soundtechnisch. Macht schon einen Unterschied als das hier. Ich meine... Hör das mal an. Ist halt nichts für mich. Aber ich glaube, der ist schnell... Ne, langsam. Aha. Am Standstreifen rangefahren. Sonst gucke ich einfach nochmal wegen dem Auto, was da vorne steht. Das lass ich abschleppen. Das ist auch nicht versichert, nicht angemeldet. Ja, steht immer noch da. Schau mal, ist ein Mechaniker da? Mechaniker sind vier Stück da. Linken 38 von Linken 13. Hört sich. Dann hol mal einen Abschlepper. Kommst du dann einmal ins Käpt'n Büro, bitte? Ja, den 4, Linken 38, den 76, Michel. Weil wenn der schon hier die ganze Zeit lang steht, ne, was willst du machen? Link 12, back 10, 8 im County. Hallo? Hör? Ja. LAPD Wolfzeit, grüß dich. Hallo. Ich hab mal ne kurze Frage. Ja. Mein Kollege hat mir grad gesagt... Mechaniker flückt jetzt ein. Ja. Guck mal, da hab ich ne Frage. Kriegen wir den eigentlich als Standardmodell auch oder ist das nur ein Sonderanfertigung für Zwecke? Äh, das, das Ding kommt ins LAPD, das ist ja der LAPD-Tesla. Ah, ja gut, weil den gibt's aktuell noch nicht zu kaufen. Ja, ich mach grad Probefahrt, deshalb. Okay, gut. Also das heißt, der wird wahrscheinlich dann angepasst und später dann irgendwann... Ja, 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 ich, ich, ich schau, ob's da noch Verbesserungen und Sachen gibt dann... ...soll der Tesla anrufen und sagen, wo was ungeändert gehört, aber da fährt sich schon gut. Wunderbar, ja, weil ich weiß noch vor drei, vier Monaten, da sind sie ja auch schon im Tesla rumgegurkt. Ja, weil der war anmarkt. Und der kam ja nie. Ah, okay. Ja, aber was heißt, der kam ja nie, der braucht noch ein paar Anpassungen, dann ist der auch da. Ja, genau, nee, nee, das war jetzt nicht böse gemeint. Nee, nee. Der kommt ja auch da, aber der kommt auf jeden Fall für, ähm, fürs Patrouillefahren eigentlich, für petrol soll der kommen. Ist ja ein Marktfahrzeug. Sind sie noch dran? Ich hör sie nicht mehr. Ich ruf mal zurück. Das sind glatti Sprache verschlagen. Das sind glatti... Oh, der ist grad aus der... Der ist grad verunfallt schwer. Wer weiß es nicht. Hallo? Telefon aus dem Fenster. Entschuldigung. Telefon war auf einmal weg. Ja, ähm. Noch gehört, was ich gesagt hab, oder? Nee, ich hab nur gehört, äh, der, der wird noch kurz angepasst und dann waren sie weg. Ja, ja, genau. Der wird noch angepasst und dann, dann kommt der rein. Alles klar. Also auch für, für, für Petrolleilheiten soll es ja sein, ne? Das ist ja ein Marktfahrzeug. Der ist jetzt Markt, oder wie? Ja, der ist Markt. Komplett mit, ähm, Leitbar oben und mit Aufschrift. Das ist die, äh, die... Also nicht, welche Leitbar ist da drauf, wenn ich fragen darf? Ja, ich, ich fahr sonst vorbei, dann kannst du dir angucken. Wo bist du gerade? Äh, East Highway, Stadt auswärts, äh... Äh, alt ist 1 zu 7 anwesend. Jetzt hab ich's. Ja, sonst könntest du mal zum Walmart kommen, weil ich muss da ein Auto abschleppen lassen, weil da steht er gerade. Ja, check. Okay, weil dann warte ich beim Walmart, dann kommst du einfach vorbei und schaust dir mal an. Bis gleich. Jawohl, bis gleich, ciao. Hat sich schon rumgesprochen, die wissen nicht, dass ich sie jetzt fahre. Das stimmt. So, äh, ich hol mal jetzt den Mechaniker, der sollten hier abschleppen. LFD Mechaniker, hier steht ein Fahrzeug ohne Versicherung, müsste man abschleppen. LAPD. Passt. Äh, weil das Ding steht anscheinend schon länger da, weil der ist auch nicht mehr hier. Der hat den hier abgestellt und hat sich gedacht, nö, Bruder, kein Bock, schau mal, ob der offen ist. Okay, wenigstens hat er zugesperrt. Nicht versichert, kein gar nichts und stellt den hier einfach mittendrauf vorm Eingang vom Walmart. Super. Hat er gut gemacht. So, dann warten wir mal, wird er schon mal die Karre ansehen. Ich finde den echt schick, also der hat was. Der hat wirklich was. Gut, äh, danke an, ähm, Carsten Wunder auch. Die Weisheit des Tages, wenn er kurz zu spät kommt, wird es im Krankenhaus enden. Du meinst Krankenhaus-RP, oh nee. Bitte nicht. Bitte nicht schon predikten wegen Krankenhaus. Oh, schau, da kommt er. Servus. Das ist nicht sein Ernst, oder? Ja, ich hab, der steht schon seit einer Stunde oder so da, weil die haben gesagt, der steht schon seit heute Morgen hier. Und, äh, der ist auch nicht mal versichert und nicht angemeldet, der ist einfach hierhin geparkt. Jetzt hab ich auch schon mal geholt. Ja. Junge. Das ist, äh, das ist schon schick, ne? Was, ich kann mal anmachen. Was hast du da, was ist, was ist das denn? Sind da noch extra Lichter dran? Wo denn? Oben, hier an der Halterung von der Lightbar. Da sind ja noch extra Lampen dran. Nee, das ist eine ALPR, das ist für das Radar. Ach, für das, ach so. Oh, ah. Okay, das sieht aus wie die Lampen. Nee, ist so ein Bildschirm, da ist eine Kamera drin, überall. Da kannst du nach Kennzeichen suchen. Siehst du, nee, ich hab drei. Ja, jetzt musst du, äh, warte mal, hier den, ich will mal gucken, nee. Genau, hier kannst du auch nochmal anbauen, die Dinger. Ah, der, der funktioniert aber, der Scheinwerfer. Ja, der funktioniert. Der funktioniert ja bei, nicht allen irgendwie. Das ist das Prozesseil 7004 mit dem Kennzeichen Francis. Da war ja innen auch, äh, Computer und so drin. Mit Drucker, glaub ich sogar. Was fährt der? Ich bin grad gefahren, wenn ich wirklich Glück habe, jetzt gerade, war er auf 311. Oh, er braucht da ein bisschen, aber er beschleunigt da schnell. Oh, warte, ich war da gerufen. Okay, 6. Jep. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. 2 Kilometer. Was war voll? Wovon er mich handen kann? Äh, ein Fahrzeug ohne Versicherung. Genau, das war zum Abschleppen, das steht direkt vorm Walmart. Aber kann sich... Ey, der ist grad an mir vorbeigefahren, richtig im Casino abgefahren. Genau, äh, dann zum Abschlepphof oder wohin? Genau, zum Abschlepphof. Der steht auch schon anscheinend sehr lange da. Jetzt Richtung äh, alte 107 Straße gefahren. Alles klar, machen. Alles klar, dameschön. Alles klar, dameschön. Okay, jetzt schau. Wiederhören. Wichtig, ich durfte bauen noch mal dran. GC3RS gewesen. Ja, den kann man noch wegmachen, wenn man nicht will, aber ich finde den schön. Aber so vom Setup ist der schon cool, ne? Es ist gewöhnungsbedürftig, dass hier oben die Kameras dran sind. Die kannst du wegmachen. Kannst du abbauen, warte. Ey, was? Egal. Ja klar, das ist, äh, zack. Oh, ja, ja, das ist mein Ding, das ist mein Ding, ja. Aber ist fancy, ist fancy. Ich war immer mit, äh, Alper angebaut, wegen Kennzeichen abfragen. Ja. Also wenn es hat, dann baue ich die an. Es ist gewöhnungsbedürftig, glaube ich. Das ist, das ist so das, was, was, glaube ich, bei mir noch gerade so anscheinend ist. Was ein Tesla ist, oder? Erst, ja, gut, das ja sowieso, aber das war ich ja dann schon gewohnt, weil wir jetzt, weil es jetzt auch das vierte Mal ist, dass man einen sieht. Mhm. Das geht mittlerweile, aber das, erstens, dass die im Markt ist. Sextreinheiten sind in Punkt 4, müsstest du in das Bett schreiben. Aber ansonsten finde ich den gar nicht mal so hässlich. Ich finde, der geht voll, ja. Ja. Also ich habe, ich habe es tatsächlich schlimmer erwartet, wenn man jetzt von einem Tesla redet. Ja. Ja, macht wahrscheinlich auch, ja. Das ist ja was Neues. Das ist ja was Neues. Was sollt ihr mit der Zeit gehen? E-Style, tanke ich schon das sauber. Wie fährt das Ding? Äh, Betriebsgeheimnis. Ah, okay. Ich würde ja gerne sagen, dass es her raus ist, aber machen sie es besser nicht. Nee. Schon schick. Ich muss mal gucken, was der unter der Motorhaube hat. Sieht schick aus. Der Motorhaube wird wahrscheinlich nichts sein. Lift. Ja, doch, guck, genug Platz. Ah, hinten. Hinten und hinten Platz. Boah, stark. Ja, die Batterien sind ja unter dem Motor, ne? Ja. Ja, gut. Ja, geil. Trotzdem. Schick, schick. Sportlich. Dann lasse ich euch mal wieder in Ruhe. Tschüss, tschüss. Tschüss. Auch hier unten so ein paar sportliche Teile unter den, äh, Lichtern. Ja, und auch Nebelscheinwerfer. Das ist halt alles. Ja, okay, gut. Ne, jetzt keine Nebelscheinwerfer. Das hätte mich auch ein bisschen gewundert. Ja, cool. Geil. Und die Blinker gehen auch. Vorne und hinten. Guck mal. Auch seitlich Blinker. Ja, guck hier. Ja, krass. Und vorne, äh, gehen die auch. Also die seitlichen gehen aber nicht, glaube ich. Ich weiß ja, ich hatte ja im Spiegel welche. Doch, 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 doch. Hier, äh, die sind hier unten. Die kleinen hier. Ach, die? Ah. Da auch, krass. Versteckt. Hm. Am Spiegel aber, glaube ich, nicht. Nee, ich glaube, dann hat am Spiegel keine. Wenn er seitlich hat, dann hat am Spiegel keine. Nee, 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 das sieht nur so aus. Das sieht nur so aus, dass eine Ritze zwischen. Ja. Und hinten, mach mal, mach mal bitte das Blaurich dann. Hat der hinten auch noch was an Dings? Ja, okay, nee, hinten hat er nichts drin. Und auch nicht hinten Rücklicht. Nee. Okay. Ah, ja, gut, aber dafür ist er ja am Markt, ne? Und hast die große Leuchte oben. Ich würde es eben cool finden, wenn man noch drin irgendwas einmachen könnte. Aber, ja, so ist halt basic, ne? Basic LAPD. Meinst du, meinst du hier hinten oder drinnen oder was? Ja, halt drinnen vorne, so einen kleinen Straßenräumer noch, den man sich reinbauen könnte. Ja, da finde ich zum Beispiel hinten wieder geiler. So wie beim Mustang, weißt du, diese riesen... Ach so, dieses Light... Ja, ja. Aber macht halt bei dem keinen Sinn, weil der oben schon eine Traffic-Leuchte hat. Stimmt. Auch wieder. Wobei, ich glaube, Mustang hat ja keiner, ne? Traffic hinten, eine gelbe. Gelb, nee. Deshalb passt es hinten gut rein. Ah, es ist nur rot-blau. Mhm. Aber ich finde die Sequenz von dem echt geil. Dass das so einmal durchläuft und wieder zurückläuft. Aber von dem ist die Sequenz auch nicht schlecht. Den hinten, den gelben, ne? Oh, sorry. Entschuldigung. Ah, nee, geil. Da hast du ja immer wieder was angestellt. Katalina Brückenpark, das ist auch sauber. Jetzt kommt jeder, jetzt kommt jeder, ist das ein PD-Tesla? Also kommt der her. Ja, ich musste mich auch erst wundern, beim ersten Mal damals. Ja, gut. Danke dir. Ja, bitte. Ich belästige dich nicht weiter. Ja, alles gut. Tschüss. Judy, viel Erfolg. Danke, jedenfalls. So, schau'n wir mal. Ich muss tanken. Ich habe 97 gesetzt. Das ist halt das Schöne, als Steph kann man schon Sachen fahren, die es erst auf 3.0 gibt. Das kannst du halt sonst nicht. Nee, aber macht wirklich einen guten Eindruck, der Wagen. Ich finde, der sieht echt gut aus. Einen sehr guten Eindruck. Das hinterlässt er auch bei den Leuten, ne? Wir wollen ja auch umweltfreundlicher werden. Das LEPD. So, danke an Neuerzeit wieder angerufen. Ich will doch nur meine Tesla fahren und tanken. Hallo? Ja, Entschuldigung, ich muss nochmal was fragen. Bleibst du auf dem E-Stairway? Ich fahre so ein bisschen rum, aber ja, ich konzentriere mich ein bisschen auf dem E-Stairway auch. Okay, ähm, du fährst die ganze Zeit auf und ab? Ja, so ein bisschen hoch runter. Schau halt, was los ist. Okay, ich werde mich irgendwo dann bei der Sandy-Abfahrt auf eine der beiden Seiten klatschen. Okay. Nicht, dass du dich wunderst. Alles klar. Sobi. Jawohl. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Warum tanke ich Benzin? Ja, der hat einen Generator drin. Gefixt auf 3.0. Benzin für Elektroautos, gefixt auf 3.0. Ist halt wirklich so, ne? Wir haben auf 3.0 haben wir Zapfsäulen für Zapfsäulen. Dann haben wir Elektrosäulen. Ja, Zapfsäulen. So, Xion ist ein Ehrenhot. Ich feier dich und möchte dir was zurückgeben, weil du immer für uns da bist. Das Akustik draußen ist ein Ehrenhot. Was ein schöner Name. So, danke an Furin Adam. Guten Abend. Echte Polizisten war derzeit. Ja, danke. Und Andy Schulz zurückgeloren. Dankeschön, das habe ich alles vorgelesen von unten. Biestix haut einen Nieser raus. Dankeschön. Dominik für 5 Euro viel Bank. Mit Fies. Äh, ja. 3.20 bist du gefahren. Krass. Ja, 3.20. Also 3.11 habe ich gesehen und 3.20. Hat mit so einem heftigen Bank vielleicht, ne? 0.50. Deniz ist greased, habt lost for the moment, greased, habt, ähm, Elbersight Ender mal schon vorgelesen, ne? Der ist ja neu gesappt. Vielen Dank, Leute. Vielen, vielen Dank von Support. Da gebe ich Liebe und Kuss raus an euch. Kommen dann mehr E-Autos? Ja. Kann ich euch bestätigen. Das kommt. Äh, weil wir dann auch auf 3.0 schon die Zapfsäulen fertig haben. Was Zapfsäulen? Die Elektroladesäulen haben wir fertig, äh, wo man Elektroautos tanken kann. Weil auf 3.0, auf 2.0 haben wir ja nur die normalen Tanksäulen und keine Zapfsäulen von... Jetzt habe ich wieder Zapfsäule, ne? Elektro-Tanksäule. Ach komm, ich bin komplett durch den Wind mit diesen Elektrosäulen. Echte Kopf sind echt, ja. Ach komm, ich bin komplett durch den Wind mit diesen Elektrosäulen. Entschuldigung, Panic ist nix mehr? Panic ist, Panic ist gut vor. Ja gut, dann. Check. Einfach. We are closing. Na, Pat will es vor Ort, eine Rotumsicherung aufbauen. Ja gut, dann. Perfekte Meterstreifen. Oh, nee, we are wasting away. Closing. Mal jetzt. Also, weil der hinter mir 146 fährt, ne? Mann, der P1-Tank ist ja nicht mehr. Wir werden einmal dazukommen zur Hauptsicherung. Zockermattes, 1467, dankeschön fürs VIP, wir haben auch gerade vorhin. Da geht auch nochmal Kuss raus. Vielen Dank. In Amerika gibt es ja gar kein Rechtsfahrgebot, ne? Kannst fahren, wo du willst, bei Fahrwahl. Ja, schade, um den P1 hätte ich echt gerne nicht verfolgt, aber leider ist auf einmal Einsatz reingekommen. Da wäre ich gerne nachgefallen, hätte geschaut. Aber war der P1 doch ein bisschen Schellers gedacht. Sehr short drum. Sehr short. Vielleicht kommt so ein bisschen Schellers entgegen, wie gesagt. Ich fahre heute alles mit, also egal, was heute für ein Einsatz kommt, ich bin dabei. Aber ich musste ihn in allen Bestandteilen heute testen. Ich musste in dem Schussgefecht, muss ich den Wagen testen. Ob er sich gut dafür eignet, als, ähm, als, ja, Kugelfänger, ne? Muss man ja auch testen, beim Tesla, wichtig. Dass er sich auf einmal hochgeht, wegen den Batterien oder so. Man weiß ja nie, wenn er eine Kugel reingeht. Ähm, und natürlich auch, wenn man eine Highspeed-Verfolgung dabei ist, ne? Auch mal schauen, ob ich da mitreihalten kann, so ein bisschen. So hinten dran. Man weiß ja nicht. Wenn ich dann auch gleich nochmal umdrehen und schauen. Aber Blinker ist auch, der funktioniert, das freut mich, weil es gibt so viele Autos, wo die Blinker nicht gehen. Aber Polizei-Autos haben ja so viele, wo die einfach nicht funktionieren. Zum Beispiel dieser, wie, was ist das immer, der Challenger, ne? Den ich so gerne fahre. Der hat keine Blinker. Das triggert mich hart, wenn ich damit fahre. Wirklich. Jedes Mal, wie ich blinken, dann sieht man das nicht. Jetzt ist das Vorteil von E-Auto. Ich überlege, dass wir auf 3.0, ähm, Autopilot machen für E-Autos. Was halt dann exklusiv für E-Autos ist. Weil dann macht es irgendwie Sinn, dass sich Leute auch mal ein E-Auto kaufen, ne? Finde ich halt. Wenn du auf der Autobahn dann was reinmachst, Autodrive, machst du an. Und dann kannst du damit rumgucken. Ist schon cool. Einmal informativ, Einsatzcode vor, äh, Sicherung kann wieder abgebaut werden. Runter. Würde doch mal was schnelles entgegenkommen, ne? Linken für E-A, drückt auch. Und uns rantasten können. So fahren wir damit auch in der Stadt, können wir da auch blitzen gehen und schauen. Jetzt fährt er weg. Da steht der Abschlepper da ganz wohl. Linken für E-A, ganz kurz, äh, 1076, Michel. Der Kollege da rausfährt, ne? Wo kam der denn gerade raus? Alles stimmt, Kollege. Mit 130 rumwuseln, macht natürlich sehr Spaß, ne? YouTube Nighthunter schreibt, hoffe es geht ja wieder besser. Natürlich, vielen Dank. Mir geht es schon viel besser. Vielen, vielen Dank der Nachfrage an YouTube Nighthunter. Vielen Dank. Probi mal Anti-Lag, ja. Anti-Lag am Tesla, das geht gar nicht. Der hat ja keinen, ähm, keinen richtigen Gang, so viel. Ich glaube, wenn du da drehst, hör mal. Ja doch, der hat so eine Art Gang. Ja, aber es ist halt, hm. Ich bin mir trotzdem lustig vor, dass das nicht geht. Die Bahn immer 130. Ne, also Autobahn ist heute relativ leer. Also, bis auf der P1, der vorhin in der Gang fahren war. Es ist des Haaren, glaube ich, Bende. Dann schauen wir mal in die Stadt rein, was da los ist. Danke an Nico Jaratzka für, alter, 10 Euro mit ehrenhaften Überweisungen zu bühren. Dankeschön, mein Lieber. Ich feier dich, danke. Das freut mich. Der Cookie, Wankum 3.0, freu mich schon, äh, schon dir dann zuschauen. Ich bin mir in den Ticks auf den East Highway. Ein Gerstelprison mit einem Audi A6. Mit dem Kennzeichen, not found. Not found, aha. Okay. Ähm, ja, also 3.0 kommt dann ins Fertige. Das muss ich halt wirklich so sagen. Wir wollten eigentlich Anfang des Jahres fertig werden, aber ging sich leider nicht aus. Aber wir arbeiten hart dran. Wir haben jetzt einen neuen Def bei uns. Und das Fahrzeug statt einwärts gefahren, mit 289 geblitzt. Jetzt geht auch wirklich was voran, finde ich. Also jetzt auf 3.0 geht richtig was voran. Durch einen neuen Def, da bin ich sehr dankbar für. Negativ. Weil leider unsere Defs natürlich auch in real life arbeiten gehen und die haben nicht so viel Zeit fürs Projekt derzeit. Damals ging halt viel schneller was voran. Jetzt geht halt alles sehr schleichend nur noch. Dann habe ich gesagt, wir brauchen einen neuen Def im Team. Jetzt haben wir einen neuen Def im Team. Und seitdem wieder geht es mehr reibungslos, ne? Man merkt es halt. Dass es jetzt besser läuft. Ist soweit jetzt nichts reingekommen? Und heißen? Na klar, da ist gerade ein P1. Wo ist ein P1? Könnte es sein, dass es ein P1 war? Ja, kann durchaus sein. So ein etwas helleres. Das ist der Sound auf der Spinde. Ja. Apostelsalte 3210 mit einem P1-Kennzeichen-Boden los. Das wird der gewesen sein, ne? Der mir letzt in einer anderen Ding vorbeigefahren ist. Wobei, der ist ja nach oben gefahren. Macht ja keinen Sinn. Aber gegenfahrbar. War doch ein weißer P1, so, ne? Ein heller P1 halt. Ich war hier mit 130, super, la. Der Kollege. Der Kollege, ja. Ist doch noch gelb. Herr Kollege, das war noch gelb. Ich bin der Maxis auch. Dabei danke für 5 Euro, lieber Max. Er schreibt auch nichts dazu. Das freut mich. Ich würde dich extrem feiern, wenn du eventuell auch ein Nissan Skyline GTR 36 reinhauen würdest. An dem Kollegen im Elektrofahrzeug, ne, Rockford Plaza. Da schaust du ein bisschen, ob die Verkehrsregeln sind. Ist das der, der ganz, ganz neue, der jetzt rausgekommen ist? Oder der jetzt noch rauskommen soll? Weil, für mich sieht das aus wie ein Facelift vom 35er. Das sieht für mich nicht aus wie so ein ganz neues Modell. Hätts ja gefeiert, hätten sie vom R34 so ein paar Elemente genommen, vorne wieder eckiger, wie früher halt, ne? Ein bisschen, weiß nicht. Ja, bis jetzt, äh, alles clean hier. Auch hier am, am Juve nichts los, das ist schön. Ja, das kommt ja noch, wenn, wenn es sehr still wird, geht auf einmal dann die Luzi ab. Ich kenne das, Leute. Ist meistens so. Du wurdest gerufen, ich wurde gerufen im Funk. Hab's nicht gehört. Wurde ich wegen dem Funk gerufen? Ach komm, labert nicht. Ich frag mal nach. Äh, King4 hat mich wieder gerufen im Funk. Kommt drauf an, welches Fahrzeug du fährst? Äh, Tesla. Ja, ich hatte gerade durchgefunkt, dass du ein bisschen mehr auf die Verkehrsregeln achten solltest. Das wäre sehr lieb. Ich hatte 130er Tempomat in der Stadt aus Versehen an. Ich hab dann wieder runter geregelt auf 80. Fast, doch. Danke dir. In 536 Postleitzahl, 887. Ist das dein Ernst? Ich hab doch... Kannst du euch ein DZ? Das hatte ich... Verkehrsregels. Alter, ich fahr hier mit 80. Halt mal jeder Ampel an. Ich hatte mein Tempomat auf 130. Ist mir jetzt einmal passiert. Werde ich direkt angeschnauzt hier von jemandem. Direkt. Hätte ich doch im Funk einfach nichts gesagt. Du warst verstanden. Ich weiß, ich war mit... Ähm... Mit 130er Tempomat, aber trotzdem. Ich hab's da direkt gemerkt, dass ich runtergestellt. Der Opfer, wo ihr ihn gemessen habt. Kannst du mal ganz kurz hierher kommen? Unglaublich. Ends mit. Vielleicht mal gucken, ob das das Fahrzeug war. Und wenn ja, dann... Ja, ich schau schon. Das ist eine Ermahnung draus. Ja, bei der 298 kann es nicht sein. Ja, ich kann nicht sagen, was es für ein Fahrzeug war, weil ich in dem Moment im... Äh, MDT war. Na, okay. Also du kannst nichts davon sagen. Ja, nee. Was ist denn auch ein B-Dealer? Nur mein Bits hat ausgelöst, mehr nicht. Ja, jetzt einfach. Du weißt ja Bescheid. Oder? Ja. Irgendwann ja jetzt an der 6-Bandert. Hey, die Drift geht es überfallen. Ich weiß ja nicht, ich verkehre es Regeln. Es gibt es ja gar nicht, dass sie da einfach mit 130 im 80er fahren. Das ist ja unter aller Kanone ist das. Das ist gleich ein Disziplinars-Verfahren. Das wird gleich eingeleitet gegen mich, weil ich zu schnell gefahren bin. Wow, Volker, was ein Name. Dankeschön für 2 Euro. Moin, servus, moin. Der Gurkenmann ist auch dabei. 25 Euro mit Fies. Ey, dankeschön, Bruder, danke. Der Gurkenmann schallert eine ganze 25er Euro Gurke auf dem Tisch. Ja, Gurken sind derzeit eh so teuer. Patrick Barth. Die dicke Nichten, Dichten im Dichten Fichten. Dicht, Kicht. Eben Dichten, Fichten. Dickicht. Dichten, Dicke Nichten. Das ist ein sehr schöner Zungenbrecher. Dankeschön, Patrick Barth. Das war 239 wert, ne? Dankeschön. Freut mich. Niklas und Leonie haben auch mal Euro. Dankeschön. Äh, Fort Volker, also für ein Euro. Die nun mit VIP. P, äh, Cage ab, auch noch VIP oder Kage ab. Wie auch immer. Äh, ich bin da maximal auch vorgelesen. Luca ist auch VIP geworden. Dankeschön, Leute. Vielen, vielen Dank. Liebe geht raus. Hier sind wir gerade auch nix, ne? Hier im Gangviertel. Gar nix ist da grot. Oh, warte, hier vorne. Oh, fast über ne rote Ampel gefahren. Es hat jetzt aber gleich ein Disziplinärsverfahren. Das wäre jetzt ganz knapp gewesen. Ganz knapp vor, äh, LAPD-Badge abgeben wäre das jetzt gewesen. Ganz knappe Sache. Soll ich mich irgendwo hinstellen, einfach blitzen? So am Hauptplatz irgendwie? So am Hauptplatz irgendwie? Ich schon schon Bock drauf. Irgendwann am Hauptplatz blitzen die Leute und dann den Führerschein abnehmen. Hab ich volle Lust. Not LAPD fährt hier mit ganzen 100... Oh, der wird eingefrochen. Hi. Ja, 95. Mein Gott. Ist aber gerade über rot gefahren. Ja, informativ. Ist denn ein Ferrari, Enzo? Ich komme mit dem Chiefs-Holos. Mhm. Ich lasse es noch durchgehen. Ich lasse das natürlich durchgehen. Wenn man ein bisschen steiger unterwegs ist, dann ist es einfach über rot. Ja, das ist, äh, kurz davor gewesen. Ticket aus der Scheibe, nur kurz davor. Einmal überlegt. Hab mir gedacht, ne, komm. Ist okay. Ist okay. Ist nur, ist in dem Rahmen. Ja, ist in dem Rahmen. Soll ich mich hier hinstellen? Oder ist das hier dumm? Ey, ich weiß, wo sie mal durchrasen. Da hab ich mich einmal hingestellt. Vorne am Autohaus. Da rasen sie mal durch, wie sonst was. Da stell mich mal hin. 157. Ja, 157, ne? Im 80er. Ist fast, fast Führerscheabnahme gewesen. Front, away. Front, away. Victor, 30 steigt oben auf, äh, Straßenmotorrat. Kingford, 306 mit dem Kennzeichen. Ui, Memo. Luca Walker. Wie viele Walker haben wir noch, sag mal? Ange-Mails versichert, John Aris. Äh, Kingford, bei mir kommt was anderes raus. Ich hab jetzt Ui, Memo geschrieben. Ähm, auseinander, also Ui, dann Leerzeichen und dann, äh, M-E-M-O. Okay, dann hab ich zwei Is gemacht. Dann kommt ein Stärger an. Okay. Guten Tag. Guten Tag. Äh, ich geh mal bei den Führerscheabnahme. Ja, dann ist es Luca vor. Bitte schön. Danke, bin gleich wieder bei Ihnen. Ich darfst du den E6, äh, East Railway, Auffahrt, Kennzeichen, not found. Luca Walker, 9.11.2000. Schauen wir mal. Ich darfst den E6.11. Was der Herr Walker so auf dem Kehrpolz hat. Ui. Telefon, mal Führerscheinentzug, Führerscheinentzug. Am 26.05. erst. Wobei, schon ein bisschen her jetzt. Versuch der Mord, versuch der Mord, der bricht der Flüchte. Alter, Bruder. Hallo, Kollege. Schau, dass du auf dem Kehrpolz hast. Kein Problem. Also, ich schau noch ganz schön was. Ähm, nämlich, ob wir im... PCRD was angepasst haben, weil die haben jetzt ja den Strafkatalog erhöht, ne? Ich schau mal, ob das Rasen immer noch auf derselben Dings ist, ne? Und hier haben die das Neue gemacht. Auch tatsächlich haben die das Neue gemacht. Ein bisschen neu, also anders. Äh, Strafenkatalog, Drogen, Fassersiebstahl im Straßenland. Ah, hier. Schau, ah, das ist neu. Ab 60 kmh. Schau mal, das ist neu gekommen jetzt hier. Ihr sagt doch, die haben irgendwas neu angepasst. Das heißt, eine Geschwindigkeitsübertretung ab 60 kmh. Das heißt, in einer 100er-Zone mit... Dann ist das 4.000 Dollar. Ich sag doch, die haben irgendwas anders gemacht. Das heißt, da sind wir bei 4.000 Dollar. Ne? Und nicht bei, äh, hier, ne? Oder was ist er gefahren? Geschwindigkeitsübertretung ab 60 kmh. Das heißt, hier ist 100er-Zone. Er ist in einer 80er. Was ist er gefahren? In einer 80er ist er jetzt was gefahren? 157. Ja, dann ist das auf jeden Fall 4.000 Dollar. Strafe. 60 kmh drüber. So, und zwar habe ich sie geblitzt mit 157 kmh in der 80er-Zone. Ja. Das war ziemlich knapp vom Führerschein-Eckzug. Sie ging im Führerschein wieder. Das wären aber trotzdem an sich 4.000 Dollar Strafe. Ja. Die sie begleiten müssen. Haben sie noch offene Rechnungen? Äh, nö. So, dann bitte einmal, ähm, bezahlen die Rechnungen. Und bitte nächstes Mal langsamer fahren. Ja, die sind da ziemlich durchgerast. Und, ähm, gut rechnen haben sie keine. Gut. Ist jetzt so eine Verwarnung. Sie ja nicht mal nochmal so schnell fahren, weil es wäre echt fast der Führerschein weg gewesen, ne? Ein paar kmh mehr. Ja. Alles klar. Dann wünsche ich eine schöne Weiterfahrt. Waren sie vorsichtig und einen schönen Tag noch. Ebenso. Danke. Ciao. Ey, sag doch, die haben was neu gemacht. Die haben sehr viel anscheinend neu gemacht. Aber finde ich auch gut, dass du auch 4.000 Dollar zahlen sollst. Bei, äh, 60 kmh drüber ist das komplett nachvollziehbar. Kann ich auch aus Crime verstehen. 1.0.7. Wie, alter. Alter. Anubis. Mit 107 Euro. Mal ein kleiner Dank für die ganze Arbeit, die du ins Projekt steckst. Kuss dafür. Alter, Anubis, vielen Dank. Haut hier 107 Euro mit Überweisungsgebühren raus. Ich küsse deinen Nacken. Dankeschön. Ja, das freut mich sehr. Aber es ist ja nicht nur meine Arbeit, die ich da reinstecke. Wir haben ja andere Leute auch noch, die sehr viel dran arbeiten. Zum Beispiel, ein Hopsi hat das Auto hier komplett gemacht. Äh, 31 David. Oh, nee, Mann. Oh, nee, da ist eine Waffe unter meinem Auto. Oh, nee, das ist schlecht. Bist du schon im County? Oh, das ist ganz schlecht. Ja, magst du wieder zurückkommen? Der, die Waffe unter meinem Auto? Der hat sich da attached. Das ist halt auch auf 3.0 gefixt. Boah, aber ich muss das wegkriegen. Weil damit flippt sich dann das Auto manchmal. Weil nicht, dass ich dann auf einmal hier Krankenhaus-RP mache. Soll ich jetzt einen Admin holen, der sagt, dass er das hier wegmacht. Schau mal, hier unten die Waffe. Da seht ihr die? Ist das ein Kack? Weil ich mach das mal. Slash TV. Seht ihr die Waffe da? Das ist richtig assi, ist das. Bitte, Auto, komm zurück. Ich hab dich lieb. Danke. Ehrenhaft. Jetzt sollte das aber nicht mehr. Der wird mit einem 10 ADV mit einem weinroten Urus. Der fährt jetzt hier Offroad. Komm ich nicht hinterher. Alter, Anubis, vielen Dank. Ich schau mal für Anubis. Hau ich mal eine Dorschreib raus. Vielen herzlichen Reizdarf. Da geht Liebe raus. Ich fahr nur mal das hier an. Da fährt er Offroad. Wie Anubis, danke, danke, danke. Danke, danke, wirklich. Er hat einen Berg hoch, Richtung dem Plasma-Game. Er meint Plasma-Card. Immer mal wieder Sichtkontakt. Du hast den auf Offroad, oder? Ja, positiv. Komm nicht hinterher. Ich bin im Straßenbahn. Schauen wir mal, ob die da hinten runterfahren. King 4. Wie geht es sich, Kontakt? Aktuell negativ. King 4 fährt West Highway den Berg ab. Ob da hinten die irgendwo runterkommen. Er hat einen 4. Ja, die kommen jetzt gleich runter, oder? War ein Kennzeichen montiert? Konnte ich nicht sehen. Müsste ich auf der Bodycam gucken, ob was dran montiert war. Es war zu schnell. Der war mit, ich hab den mit 168 geblitzt. Der war aber schneller. Das ist der Sound, auf der Spende. Boah. Stehe noch See hier oben? Ich glaube nicht, ne? Die werden hier komplett drüber fahren. Linken für die Hitsphatic, gerade mal die Straße Richtung County Weinberg ab. Ne, ich glaube, die sind über alle Berge. Also wortendlich sind die über alle Berge. Anhalter, ich glaub's nicht. Das sind Anhalter. Ist das geil. Mit ner, mit ner Rakete nämlich. Ich bin mal hier hoch. Ich hab'n Angst, dass ich gar nicht verunfalle. Also von hier kommt nichts runter. So wie's aussieht. Ne, da kommt nichts runter. Könnt nur sein, dass die nach vorne gefahren sind. Ich fang noch einmal ne Runde nach oben und dann breche ich das ab, hier die Suche. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie runterkommt, ist halt sehr hoch. Linken für die Straße Richtung Weinberge runter. Nichts sehen. Ich bin jetzt erstmal wieder 1076 zurück in die City. Ne. Wo war ne letzte Sichtkontakt? Ungefähr auf der Höhe, oben auf dem Berg drauf, Richtung Plasma Game. Überhaupt keinen Sichtkontakt zu denen. Null. Mein Tesla ist auch leider kein Offroader, mit dem kann man halt nicht Offroad fahren. Leider. Da müssten wir auf dem Cybertruck warten fürs PD. Der könnte dann. Das ist aber schon geil. Ich fahre wieder in die Stadt, Leute. Sporty, der wird mit nem 1086 am Ocean, mit nem Chiron, mit dem Kennzeichen Error 404. Ne. Der Jung-Jüngling. Ich war mal über Rot gefahren, sorry. Jetzt gleich sehe ich der Anzeiger. Tanken muss ich auch wieder, weil das Ding ja, äh, attached doch mit dem Teil unten, ne. Ach. Lieber Versicherung tanken. Nehmen die mit, ja ich darf ja nicht. Wäre lustig, wenn ich, äh, ich darf die ja nicht mitnehmen. Ohne Grund. Ich will schon was Verbrecherisches machen, dass ich mitnehmen darf, die zwei. Hat eigentlich ein Tesla hinten ne, äh, ja klar hat er so ne Lade-Dings. Oh, bitte gebe ich jetzt nicht an, Bruder. Das ist wie so ein PC, der wieder Stress sucht, ne. Ich merke schon wieder. Der sucht schon wieder Stress, ich halte schon mal bereit, ne. Falls irgendwas passieren sollte. Der sich wieder aufgeregt hat da hinten. Gleich kommt er zu mir und will man da drüber aus. Ich wette das mit euch. Handfestiger, danke schön. Hast du ein paar Tipps für mich? Äh, fangen Sie es mit YouTube an. Boah, schwer. Tipps für YouTube, ähm. Mach YouTube aufgrund dessen, dass du das Hobby gern machst. Ich glaube, viel, viel zu viele Leute setzen sich das Ziel, ich will mit YouTube Geld verdienen. Ähm, so hab ich halt nicht angefangen. Ich hab halt angefangen als Hobby. Und dann wird das halt immer, immer mehr und mehr und mehr. Und irgendwann wurde das zum Beruf so. Aber fang YouTube an, weil du Bock drauf hast und weil du das Hobby machst. Ich hab damals jahrelang mit YouTube keinen Cent verdient. Da hab ich einfach nur Just for Fun gemacht. Und das war halt ein Hobby. Und dann wurde das halt so ein Beruf so. Das ist halt, was sehr viele immer denken. Ja, ich mach jetzt YouTube aufgrund des Geldes. Es gibt auch sehr viele, die deshalb drüber nachdenken, dass nur deshalb machen. Gibt es. Aber man sollte es echt als Hobby halt starten, ne? Also wenn du nicht so voll dabei bist und da überhaupt keinen Bock drauf hast und das nur wegen dem Geld machen möchtest, dann ist das halt auch nicht. Das ist doch kein Tesla, das ist doch ein A8. Ne, das ist der Audi A8 ist das, genau nicht der A8. Kannst du bitte Adi grüßen und äh, kennst du dich noch? Kurz bitte, der ist für dich. Der Adi. Magna Lump. Der vegane Foodshark hat die gleiche Glocke wie der Eiswagen. Jetzt bin ich außer Atem und sehr traurig. Danke, dass du mich aufwohnt hast mit dem Stream. Was? Okay, danke, Magna Lump. Was für Glocken wie der Eiswagen. Ist das nicht das, was die Melodie so macht? Das sind doch keine Glocken, oder? Ich war schon wieder mit 130 in der Format in der Stadt gefahren. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Kann das doch nicht machen. Sogar heute mal grün gewesen. Ist doch schön. Sehr viel Zivilispedie heute unterwegs sehe ich gerade. Oh, oh, rote Ampel. Ich habe sie nicht überfahren. Einsatzfahrt, Neusen der Brücke ist dabei. Und Elias Kerscher auch dabei. Sie sind VIP geworden. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Und Fabio Legenstein nochmal. So das letzte Mal für heute. Ey, vielen Dank lieber Fabio. Da geht wirklich Liebe und Kuss raus. Was ist hier vorne los? Will der abhauen? Ich hoffe nicht. Bin ich so ziemlich voll dabei bei dem. Linken 54 ist 10-8 und 10-9. Aha. Mit Fahrgelegenheit. Du darfst du 10-8 bei dem Markland. Kennzeichen 300 kmh. Wusstest du was? Ich bleib da so ein bisschen im Umkreis. Aber das Gefühl, der fährt gerade weg. So ein ungutes Gefühl bei dem. Dann better. Also sollte er da abhauen, bin ich dir dabei. Bitte ein Patrick Kollege bei dem Kollegen Lincoln 54 melden. Zwecks Adam Einheit. Äh ja, 10-4 ist das egal wer. Also auch Officer 1. Dann würde ich ihn nämlich mitnehmen. Ist in Ordnung. Gut, der hat mich weggepasst. Ja, 10-4 Lincoln für der 8 ist einmal 10-9. Alles gut. Habe ich doch unterschätzt, weil er gehupt hat. Und 300 kmh auf dem Kennzeichnen hatte. Man weiß ja nie, ne? Das sind die Leute, die gerne wegfahren. Bei mir hieß das mindestens Officer 2. So, ich Kamel. Okay, wenn du da was gehört hast, dann Officer 2 machen. Nee, da fahren auch nicht so viele lang. Beste Blitzspot ist auf der Autobahn. Also East Highway oder am Hauptplatz. Ganz so auch gut blitzen an ein paar Spots. Wurde mir auch schon gesagt, wo ich ihn mitnehmen wollte. Ja, ich fahre jetzt wieder Hauptplatz. Ich schaue, dass ich dort wen bekomme, der durch den Führerschein zwicken kann. Da habe ich Bock drauf. Müsstest du noch mal einen kleinen Moment warten, bis dann Officer 2 aufwärts da ist. Weil ich bin nämlich jetzt 10-19-Mission-Row und 10-6 außer Funk. Das ist nämlich alles, was ich gerne mache als B-Dealer. Die Leute, die Leute fühl wahrscheinlich zwicken. Oh nee, jetzt habe ich das weggedrückt. Boah, ist euch doch gerne hingefahren. Ich habe da mal weggedrückt, ein Fahrzeug-Diebstahl. Ach komm. Na egal. Ehe sich ja wieder nur einer der NPC, der durchgedreht ist und deshalb, wo haben sie denn rausgezogen oder so ist meistens der Fall. Clear, cruising. 149, gell? Ehe, 31 David für 40 David. Fertig, komm. Da sind wir schon bei 60 von Haar-Kügel. Ja, Checkbetreffung, Human Labs. Einfach. Ehe, Frage hat man noch um Schirm, was für ein Fahrzeug das war, was geklaut wurde. Und maskierteste haben wir der Typ hier auch noch. Äh, Kennzeichen war 45 BUC und weiter weiter. Hier steht, hier steht ein leerer LKW. Genau, da wo das Auto gejogt wurde. Echt mal Kennzeichen ab. 45 BUC und weiter weiter. Wie dann Walker? Wollt ihr mich komplett hops nehmen heute? Ich bin Kantechen, hat VHZ 057. Informativ, hier in der Nähe beim Immuneration habe ich gerade zwei Fahrzeuge gesehen, die ziemlich schnell weg wollten. Aber ich habe das Sichtkontakt zu weit erst mal verloren. Das ist hier im Industriegebiet. Guten Tag. Guten Tag. Ich komme auch. Können Sie die Fensterschale runter machen? Oder die Tür oder irgendwas? Die Fensterschale ist anstrengend. Ach so, so sehe ich eigentlich nicht. Äh, ich kriege mal wieder, ich fühl auch schon. Zwecks, Sicherheitsbegehung, also alle, die sich... Okay, ich bin auch wieder bei Ihnen. Ach du Kacke. Ey, da muss ich aber gar nicht mehr viel gucken, ne? Also, die Akten wurden ja erst gelöscht, glaube ich, ne? Oder, ne, die wurden ja nicht gelöscht, aber trotzdem. Ach du Kacke, ist das lang. Können Sie sich vorstellen, warum ich sie anhalte? Ja, ein bisschen schnell gewesen, vielleicht kurzzeitig. Ja, 149 im 80er, schon schnell. Ja, wieder hier so schön rund. Hört er zu Ihnen? Ich sehe sie nicht mehr. Ne. Gefällt er mich sehr schnell. Ja, Check, die kam mir eben auch gegen. Den kenne ich nicht, keine Ahnung, wo das ist. Äh, und maskiert waren sie auch, habe ich gesehen. Ja, die habe ich vergessen abzunehmen, die hatte ich noch auch. Die habe ich jetzt aber aufgezogen. Okay. Oder da habe ich auch was Falsches denken. Ich würde mal Richtung Yuba fahren, eventuell. Haben Sie, aber Sie haben Sie doch abgezogen dann direkt, ne? Ich habe die abgezogen, ja, ja. Ich glaube aber nicht. Ja, weil ich... Ich habe schon gesagt, gut. Offene Rechnung haben Sie noch? Hm, ich gucke gerade mal, ich glaube ja nicht. Konvassiv, maskierte Person. Hm, nein. Wir brauchen mal Offroader, ähm, Hauptplatz, Offroader, hier. Warten Sie mal ganz kurz, ich stelle hier noch schnell Strafe aus. Ja, natürlich. Flüchtet. Hier, Klasse, flüchtet. Nein, wir nicht. Äh, weiter Richtung Miro Park. Wir brauchen mehrere Offroader, bitte. Wir haben einen Offroader noch. Das stelle ich noch mal aus. Ja. Wenn Sie noch ganz kurz warten, spiele ich noch mal bei Ihnen. Ja, jetzt, Offroad, Miro Park. Motor bitte abschneiden, oder? Gleht doch nicht, der fährt Richtung AfD. Jetzt aber Offroad. Geht Offroad. Welche Farbe hat die D-Klasse? Gitte Person drin. Wer ist denn? Schwarz gekleidet. Bescheid, wo ihr dann runterkommt, ungefähr? Das war doch der, der gerade vorbeigefahren ist, ne? Die gehören doch sehr zusammen. Okay. Ich lasse ihn weiterfahren. Wie, dann können Sie weiterfahren, hat sein wenigst. Alles klar. Gut, wenn Sie schön weiterfahren. Guten Tag. Ciao. Der ist jetzt da lang gefahren, oder was? Ach, da ist der lang. Okay. Mal schauen, ob er wieder länger, schneller abwärts. 157 wieder. Na gut, er ist halt hier beschleunigt, aber trotzdem. Hallo, ist bei Ihnen alles gut? What the hell? Der Kopfschmerz ist tot. Zwei Täter, drei Täter, eine Geise. Hallo? Ich glaube, der hat Kopfschmerzen. Also in meinem Ping liegt es nicht. Momju, wir müssen den Alter nicht im Weg stehen. So was habe ich auch noch nicht gesehen. Der Kopfschmerz ist tot, oder? Ich habe gesagt, heute bei jedem Szenario dabei. Letzten Spitzel noch offen lassen, bitte. Warte selbst, 31. Ja. Frage an Phantom Julia. Sehr positiv. Ja, danke. Ah, die haben ja keine Westen, ne? Ja, naja. Linken, Ferryate übernimmt Absperrung in südliche und westliche Richtung. Servus. Informativ für euch, drei Täter, eine Geise. Hallo. Magst du Verhandlungen machen, oder? Äh, mir ist egal. Ja, wenn du willst, dann kannst du machen. Wenn du keinen Bock drauf hast, oder so? Ja, ich wollte halt mitfahren, ich wollte testen, wie du an der Kurve wirst, der Wagen, ne? Ja gut, dann fahr du mit, dann mache ich Verhandlungen. Okay. Aber ich muss den Wagen ein bisschen testen, ein bisschen Probe fahren, so dies, das. Ja, ist geil. Ist der neu? Ja. Dick schick. So, haben die da drei Autos stehen? Sehe ich das richtig? Ähm, ja. Drei E-Bos. Ja, aber wenn ich jetzt Verhandlungen mache, dann kann ich nicht mitfahren. Ich will ja bei der Verfolgung mit. Und der E-Bos in der, in der Kurve sehr gut. Äh, da kann ich, glaube ich, dann gut mit dem auch mithalten. Mal schauen. Bin ja auf jeden Fall sehr gespannt. Die Absperrungen sind aufgerichtet. Ich würde jetzt noch ne, ähm, Warnung schalten. So, dann testen wir den mal, wie gut der mit Dingen hier ist. Ja, das passt auch. Es gibt Autos, da kannst du dich nicht hinten ducken. Bei dem kannst du das sehr gut. Ja, da ist doch sehr viel, äh, ja, doch sehr viel gut Platz, wenn du dich da hinten versteckst. Ja, sehr guter Platz. Kann man, kann man nichts gegen sagen, finde ich. Ist schon was Schönes. Ist deine King-Einheit vor Ort? Ja, positiv. Ja, vor, weil die sind da drin schon fertig. Also, Verhandlungen vielleicht auch. Ja, schon, oder gut. Die noch nicht, ja, kommen nötigt. Wäre negativ, aber hier wahrscheinlich zur Absicherung. Ähm, danke an, ähm, Pascal, äh, Witthalm für 3 Euro. Pascal ist auch nochmal Wippkower. Dankeschön, Wolfe für einen Euro. Jason Stehendorf, äh, heute Jason panieren. Bei 50.000 Likes heute Jason panieren. Ja! Äh, live, äh, live, nie, live 4, 4 RAs. Das ist ja live 4 A's. Dankeschön für den Euro. Auch Till Markert. Meine erste Kleeve, der ist viel zu viel. 49, 97 Euro. 49, 10 traffic. Jonas Schott ist noch Wipp geboren und Till ist auch noch Wipp geboren. Dankeschön. Äh, hi, kannst du für 3 Euro irgendwie bei den Fahrzeugen Blaulicht, Handling, Livery unterstützen? Äh, derzeit glaube ich nicht. Wir haben jetzt echt gut viele Leute, die das machen. Also, äh, Hobbs und Fox sind da jetzt eigentlich die, die das machen. Die machen das schon gut. Also, da brauchen wir, glaube ich, keine Unterstützung derzeit. Andel macht die Handlings. Und, ja. Ich sag mal so, wir können uns mit Autos derzeit nicht beschweren. Und, derzeit läuft alles sehr gut. Aber trotzdem, danke der Nachfrage. 13, 99, 97. 14, 46, Jubiläum. Ja, ich bin gespannt, wie sich das Ding jetzt fährt. Ich, äh, ich, jetzt nochmal, hab ich noch einen Kanister dabei? Oh, bitte sag ich, kann ich nochmal auftanken. Bitte sag ich, ich, äh, hab ich noch ein bisschen was dabei? Ja, gut. Ich tanke ihn auf mit meinem, äh, Benzinkanister. Das, das reicht. Ich hab nicht mehr. Schau mal ganz kurz. Ja, ist fast voll. Ist okay. Könnte schlimmer sein. Bin schon mal schlimmer irgendwo hingefahren. Ein Arm gewonnen wäre geil. Ja, voll. Stimmt es, dass in letzter Zeit mehrere Leute Erelo verlassen wollen? Ne, äh, die Leute haben Erelo verlassen, die ja nichts mehr drauf machen wollen. Die haben schon verlassen. Die, die jetzt drauf sind, das sind die Leute, die drauf Bock haben. Es haben ein paar Leute verlassen jetzt. Aber, äh, das ist halt komplett Darino, äh, Bullshit. Das sind Leute, denen es hier halt nicht gepasst hat. Und das sind dann wieder so Leute, die sagen, ich mach mir jetzt meinen eigenen Server so auf die Art und Weise. Dann haben die einen Server und dann haben, dann sind sie einen Monat damit unterwegs und dann schließen sie den wieder. Das ist zu 99,9 Prozent so, wenn jemand irgendwie den Server verlässt. Oder sie gehen auf ein anderes Projekt und werden dort unglücklich. Meistens der Fall. Der schwarze, ich glaub, das ist ein Cadillac. Waren wir jetzt, glaub ich, drei Leute, die jetzt verlassen haben. Wo ich aber auch glücklich drüber bin, dass es so ist. Aber das hab ich eh schon im Stream letztmal angesprochen, ne? Weil ich sag so, jetzt, wir haben unser Team neu aufgebaut. Also unser, unser neues Team, find ich, jetzt so wie es aufgebaut ist, besser. Und es sind Leute, denen du noch vertrauen kannst. Wenn du die Hand reichst und sagst, äh, danke, dass du dabei bist auf die Art und Weise. Und da bin ich auch sehr froh drüber, dass wir die Entscheidung jetzt getroffen haben und gesagt haben, wir, bei uns war ja komplett, wir haben ja alles rausgeschossen. Informativ, Dächer vom, äh, Umgebung Juwelier sauber. Und dann alle nochmal reingeholt, ne? Ins Team, wo wir gesagt haben, dass es passt. Und das ist, also ich, ich glaub, ne bessere Entscheidung gab's bei uns noch nie. So wie es jetzt ist. Vor allem, es geht auch endlich was weiter, auch was, was 3-0 und so betrifft. Das ist super. Es geht auch endlich was voran. Ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass du hier gekommen bist. Keine Nagelbänder. Und welche gelegt? Link für den negativ. Link für den negativ. Wie sieht's aus mit Verfolgungsseite? Ja, Freddy ist noch da. Natürlich. Freddy. Keine Show. Der ist immer noch da. Mich triggert das, dass die hinten, diese, diese zwei Blitzer nicht gehen da hinten, ne? In der Ding drin. Ich glaub, das beabsichtigt so, ne? Was ich auch cool finde, Mats ist auch wieder zurück als Admin. Der war ja eine längere Zeit nicht mehr als Admin dabei. Das ist wieder als Admin da am Start. Und Freddy ist zurück. Freddy war ja komplett weg, dass wir da... Frau Roberts, könnten Sie auch mal den Mercedes an der Absperrung von Ihnen wegschicken? Ja, King's will helfen. Ja, Franz auch, ganz normal. Ich glaub, wir haben kein Unit hier, der das machen kann. Victor 13 könnte. Ja, 10-4. Victor 13, 10-76, Jubiläer. Also ich muss sagen, ich bin echt, also ich bin wirklich zufrieden jetzt. Das ist wirklich schön. Hast du jetzt GrandRP gequittet oder einfach kein Bock? Auf GrandRP hatten wir ein Problem wegen Rockstar. Es durfte keiner mehr streamen oder Videos aufnehmen. Du hattest Video- und Aufnahmeverbot. Deshalb wurden auch die ganzen Verträge dort gekündigt. Ich hatte ja dort einen Vertrag, war aber da schon fertig. Das war halt, also kein richtiger Vertrag. Es war halt hier, wie sagt man, ein Rechnung schreiben und dann machst du das. Also du kriegst ja eine Rechnung und dann machst du das. Weil GrandRP war ja auch eine bezahlte Kooperation. Und deshalb stand ja immer Dauerwerbung und so pipapo. Aber ich hab jetzt nicht so einen Vertrag gehabt wie die anderen, dass die da drin gebunden waren. Ich hatte halt einen Vertrag pro Video immer. Immer pro Video, pro Video, pro Video. Deshalb für mich war es jetzt nicht das Problem, da draus zu kommen. Aber bei anderen war es halt nie so geil. Und ja, die wurden dann da so ein bisschen hängen gelassen, muss man sagen. Und du durftest auch als Streamer dann gar nicht mehr da drauf. Das ist aber GrandRP dann weg, komplett leider. Aber, aber ja. Wenn auch GrandRP macht, GrandRP macht ja an sich Spaß und Majestic macht ja auch Spaß. Aber dann darfst du es nicht streamen. Das hab ich auch auf Majestic zum Beispiel noch Videos gemacht. Weil Videos ist ganz anders. Also da hast du keine Streamsniper. Ich würde niemals mehr Streams machen, weil am Anfang von Grand ging es noch. Da war echt cool so. Aber mit der Zeit hattest du da so viele Streamsniper, da ging es dann gar nicht mehr. Und das hab ich gesagt, wenn ich sowas nochmal mache, dann nur noch Videos. Wie auf Majestic, war ganz lustig. Da haben wir ein bisschen rumgetrollt, Cisco und ich. Das war schon ganz geil. Hat mir schon Spaß gehabt drauf. Aber ich bin jetzt derzeit in keinem Vertrag oder sonst was mit irgendwem derzeit. Mit gar nichts. Hast du nicht... Ne, mit Majestic hatte ich auch keinen richtigen Vertrag. Da hatte ich auch ein paar Videos gemacht. Hab dann eine Rechnung geschrieben. Aber so einen richtigen Vertrag. Also irgendwann hat da ja dieser, dieser, ähm... Da gab es irgendein richtig heftiges Video gegen Majestic, ne. Wo dann gesagt wurde, was man nicht alles sagen darf über Fahrzeuge und so. Pipapo. Das hab ich alles nicht gehabt. Gar nichts. Das heißt, ich hätte auf Majestic spielen können und meine Meinung sagen können, was ich scheiße finde, was ich gut finde. Ich war da nichts gebunden. Wenn zu mir wer kommt und sagt, äh, ich darf nicht sagen, dass der Server dies und das beinhaltet oder hier das und jenes Scheißes, dann würde ich das auch nicht machen. Also ich hatte auch nie wirklich so einen Vertrag, wo mir gesagt wird, ich darf darüber nicht reden, ne. Bitte? Da steht jemand vor dir auf dem Schirm. Aber ich glaube, das würde ich auch einfach ablehnen dann, weil, so meilungstechnisch. Finde ich das halt auch blöd, wenn man dann so unterdrückt wird. Aber da hat er, ja genau dieser, Zag, oder wie er heißt, hat er exposed, ja. Aber wie gesagt, ich hatte da bei Majestic, also diesen Vertrag, den er da gezeigt hat, den hatte ich gar nicht. Ich hatte sowas nie. Weil ich bin ein Typ, ich möchte keine richtigen Verträge haben, wo ich dann wirklich eingebunden werde und ich darf dann auch nichts sagen und so. Das ist halt was anderes, ne. Ähm, sonst hätte ich das auch nicht angenommen. Genau, genau. Weil das habe ich nämlich gesehen. Und da hat er ja auch übelst abgemauelt, wie die Leute das machen, die das annämen, diesen Vertrag, dies, das. Und der meinte ja, dass Leute, die diese Verträge annämen, schlimmer sind als Casino-Streamer. Äh, sehe ich halt ein bisschen anders. Auch wenn man so einen Vertrag unterzeichnet. Aber ich hätte halt den Vertrag auch nicht unterzeichnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe auch nie so einen Vertrag unterzeichnet, ne. Habe ich nie. Ne, aber der meinte ja, er findet das schlimmer als Casino-Streamer. Weil halt du in-game eine Leerung hast und in-game dann auch theoretisch ins Casino gehen kannst. Aber dann dürfte man halt auch kein Clash of Clans, kein Clash Royale. Dann dürftest du auch kein, ähm, kein CSGO. Dann dürftest du kein FIFA. Das müsstest du alles weglassen. Du könntest gleich alles in deine Tonne kloppen und sagen hier, das ist, äh, Glücksspiel. Das darf man nicht bewerben. Das heißt, jeder FIFA-Streamer, jeder CSGO-Streamer, der da seine Lootboxen macht, müsstest du eigentlich, äh, da auch mit reinbeziehen, ne. LLM David für Sam & David. Guten Tag. Ähm, bist du bei der Verfolgung auch mit dabei? War verfügbar? Bei welchem? Bei der Verfolgung hier, gleich. Achso, ja, deshalb dachte ich, wird eingeteilt, weil ich habe die Verhandlung jetzt nicht gemacht. Wunderbar. Würde ich dich auf dem rechten von hier aus gesehen einteilen, als ersten Verfolger? Äh, der ganz der rechte steht, weil den sehe ich gerade nicht. Der ganz rechte, ja. Ja, nicht der ganz rechte, sondern der in der Mitte, weil der ganz der rechte bleibt steht. Ah, der in der Mitte, okay. Also, ne, ne, von uns aus gesehen, der ganz rechte bleibt steht und von denen aus gesehen, der ganz linke. Okay, dann kriegst du den ganz linken. Okay, ich krieg den ganz linken, okay. Ja, die anderen Kollegen schon der mittleren haben. Ja, okay. Jetzt aber. Nee, Mutter Maria. Hast du eventuell Offroader auf Backup, falls die umsteigen sollten? Äh, aktuell negativ. Aber da kümmert sich gleich die Kollegen da vorne rum. Okay, notfalls kann ich so zwei David einhalten. Äh, würden die in der Mitte auf der Crossroad-Milu für die Sperrzone ein bisschen größer ziehen, bitte? Das wäre ein Räumchen. Okay, ich guck mal in welchen Fahrzeuge da sind, ja. Hast du mir gleich beschreibt, was funktioniert? Ja, mach ich. Alles klar, danke dir. Durangon Suburbs. Ist Tony auch jetzt Admin? Nee, der ist Supporter. Die müssen alle Offroad da sein. Wir haben ja erst mal Supporter angestellt. Wir haben ja ein paar Supporter jetzt, ne. Wobei, Newton ist eigentlich auch Supporter zugekommen, glaube ich, ne. Tony auch, David, bitte als Backup den ganz linken, also dem vordersten Evo, äh, mit Verfolgung, Nachsicherung des Jubiliers. Tony, David, den mittleren bitte. Alter. Ein Tanzverbot mit Fies? Hello, viel Spaß. Ist das der echte? Ein Tanzi? Nee, weil ich weiß, ein Tanzverbot war ab und zu mal bei mir im Chat. Ähm, hast du... Ich las auch bei Tanzverbot immer mein Prime-Sub da, wenn ich mal auf Twitch bin. Aber ich mach Twitch fast nie auf, außer ich Streamer drauf. Aber ich lasse mal mein Prime-Sub bei ihm eigentlich. Muss ich aber wieder verlängern, ne? Für euch zur Information der ganzen Linke... Ah, das geht ja nicht automatisch, bei YouTube geht's ja automatisch weiter. Das ist die Sound und die Sprengung. Und der mittlere... Alter, danke, Tanzverbot, vielen Dank, ehrenhafte Überweisungsgebühren. Wenn's der echte ist, Kuss geht raus, auf jeden Fall. Wenn's der echte ist. Wenn nicht, ein Faker. Ja. Dann bin ich so... Ja. Mein Tanzi ist auch ein sympathischer Junge. Die ist dieser ganz sympathischer. Ich glaube, so einer der wenigen, die noch rühe sind, so auch auf Twitch. Sag einmal, kriegen wir jetzt eigentlich eine Testlatte? Nichts als Streifenwagen? Kann ich so bestätigen, ja. Was ist das vor für Fahrzeug? Ja, das soll ja ein Patrol-Fahrzeug werden. Oha. Für die Umwelt zuliebe. Für die Umwelt zuliebe. Ach so, einmal informativ. Der Herr, der da auf dem Schirm stand, war einer von den neuen Street Gang aus der Southside. Heute Probegefahren 3.11, 3.20, aber... Der ist halt mit dem Handling her, ich sag mal, ja, noch anpassungsfähig. Also man muss ein bisschen gucken. Der ist ja... Nur Probe. Ne, erfährt sich jetzt gut. Aber ich weiß nicht, ob ein Tick zu schnell ist, ich muss schauen. Deshalb, ich verfolge jetzt mit, um zu schauen, wie gleicht man den am besten aus so. Kann man bei Tesla anrufen und sagen, mach das und jenes vielleicht noch ein bisschen. Deshalb fahr ich den auch heute, um zu gucken. Ja, das stimmt. Aber geile Leiter, Augen drauf. Die fühle ich. Die ist schon richtig schick. Darf nicht vergessen, ich muss den linken verfolgen. Das erste Fahrzeug von uns aus, gell? Das erste. Wir haben den... Wir haben den... Oh, oh, es geht aus. Ich habe gesagt, das rechte, dann das mittlere, dann nimm das linke. Ja, was jetzt? Voll gut. Also das erste, was man von hier aus sieht, gell? Genau das fünfte, von hinten. Nicht das siebte? Nein. Okay, fast. Viel Erfolg, gell? Dankeschön. 20 Uhr 3 geht's los. Ich setze mich schon mal in die Kiste. Ey, ich lese da noch vor, Leute. Ich muss mich gerade zu konzentrieren auf die Dings. Aber wirklich vielen Dank für alle. Ich lese ja alles vor, Leute. Jede einzelne Duni wird hier vorgelesen. Ja, aber Leute, was sagt ihr dazu? Findet ihr das kacke, wenn man zum Beispiel auf Grand RP oder auf Majestic Videos macht? Nur nochmal kurz, um sicher zu gehen. Link für die Aids, Charles, wir hier auf der Köln. Ich meine, ihr wisst ja, man wird ja dafür bezahlt, ne? Ihr wisst das ja. Das ist ja eine bezahlte Kooperation. Ist auch bei mir. Bei mir ist das ja auch immer, steht ja oben drin, der Aufwerber, sondern liest das. Aber findet ihr das okay, wenn man sowas macht? Weil, ich sag mal Singleplayer, ähm, ohne Stream ist das eigentlich ganz lustig. Also ich hab da mal Spaß drauf. Aber es gibt Leute, die feiern es nicht so. Manche sagen wiederum, ihnen ist das egal. Und andere fanden es lustig, wie ich da mit Cisco unterwegs und Leute getrollt hab. Weil, ich meine, ein Trolling-Content kennt ihr von mir jetzt nicht so. Ich hab's mal gemacht und ich fand's eigentlich mal ganz lustig. Aber ich schau mal, was der Chat dazu sagt, wie die so dazustehen. Ob die das eher geil finden oder nicht so. Weil ich glaub, die, das ist so 50-50 irgendwie. Sehr viele sagen ja, manche nein. Beides trotzdem wegen Pay2Win. Na ja, ich find, ich muss dir aber sagen, bei Majestic kommst du schnell an Geld. Das ist mir aufgefallen. Auf Majestic kannst du, da ist, also Pay2Win ist da eher so, hm. Aber ich frag mal so meinen Chat, was ihr davon haltet, damit ich das auch für die Zukunft weiß. Aber das ist halt sehr gespaltene Meinung. Ich glaub, das ist so 50-50, ne? Ganz viele ja, ganz viele nee. Ja. Ich mein, gegen RLO ist halt wirklich, muss ich sagen, was komplett anderes. Das Ganze damit nicht vergleichen, ist klar. Aber wie gesagt, auf Majestic, wie ich da getrollt hab mit Cisco, hab ich das halt auch mal gefühlt. Das war ganz lustig. Aber ich seh's grad im Chat, da ist, also ich sag's so, Umfrage, 50-50. Manche sagen beides, manche ja, nee, vielleicht, dies, das. Aber es ist so eher 50-50 bei mir gehalten. Aber was ich jetzt sag, was sagt ihr zu RLO? RLO-Content, ja oder nein? Schauen wir mal, was da der Chat sagt. Da weiß ich, dass es auch in meiner Community drauf ist. RLO-Content, ja. Was sagt ihr, nee, jetzt mach ich zu viele Anfragen. Was ist das, sozusagen Minecraft? Minecraft-Content, ja. Ich hab nicht, äh, wieder Bock auf Minecraft. Das ist schon längere Zeit jetzt wieder. Aber irgendwie kommen die dazu. Ja, da kommen raus. Okay, da kommen ganz viele, ja. RLO haben ganz viele, ja. Ja gut, da sieht man schon, die Leute feiern natürlich RLO. Ja, was hätte ich mir sonst gedacht? Auf einmal alle, nein. RLO, unser Fahrzeug fährt los, ist der Vordere. Muss dem Vordere nachfahren? Ich bin noch aktiv dabei, jetzt konzentriere ich mich auf die Verforderung. What the hell? Wo ist der Zweite? Oh, komm, bitte den Punkt 2 verlegen. Wir fahren gerade unterhalb, äh, überhalb Jure. Hoi, hoi. Mechaniker, überhalb, Richtung Fließer, jetzt vorbei. Eleven David, wo ist der Zweite? Ich hab keinen Zweiten. Wieder keinen Zweiten, das ist abgebogen. Wir fahren Richtung Arcadius Tower. Das ist doch abgebogen, der Bré. Also ist jetzt das, er hat das Fahrzeug fast losgefahren, ist gerade gesehen, die man sich sehr erfahren hat. Ja, ich bin gerade, irgendwie, ja. Der hat sehr starke Kopfschmerzen gerade gehabt, aber sehr starke. Fließer Hauptplatz, Fließer Hauptplatz zwischen der Hauptplatz Tanko. Boah, der Tesla fährt sich super smooth. Alter, ist schon fast zu OP, ich glaube, dass wir sowieso nur patchen. Ich glaube, der fährt sich, wobei es ist halt RLU 3.0-Handling, dürfen wir nicht vergessen. Aber er fährt sich sehr gut. Unterhalb Fotostudio. Der fährt aber nicht gut vor mir, ne? Der fährt ein bisschen an Schmau anzahmen. Baumax vorbei. Ich meine, er probiert, glaube ich, einen auf E-Din zu machen, aber er schafft es nicht so ganz. Schau mal, mal. Schafft er es, einen auf E-Din zu machen? Liegt er hier rechts rein, ja, kenne ich. Ja, der wird hier vorne durchfahren. Da passen wir nicht durch. Ah, warte, er... Nagelbänder liegen. Ja, er ist durch, erst durch die Nagelbänder. Ich fahre außen rum. Habt ihr Kontakt? Habt ihr nicht Kontakt zu dem? Ja, hier links. Fährt Richtung, ähm, fährt jetzt auch im innerstädtischen Richtung Westenhaus. Oh, das ist... Die Kollegen sind gut. Hat alle vier Platz. Nee, einen, einen nicht. Zubauen. Boah, war das gerade gut von den Kollegen. Top Arbeit. So macht man das. Sonst hast du keinen Kassel-Tick. Super, dann nehme ich die Anwalt. Sehr schöne Arbeit, Jungs. Wo finde ich denn ihren Ausweis? Ähm, meiner Richtung. Ich schicke den Kopfraum ab. Frage, eine Person festgenommen? Ja, check, positiv. Ganz voll gute Arbeit. Schon jemand Mechaniker kontaktiert? Gut, äh, King 4, ich kontaktierte mich Anika für den, äh, Abtransport des Fahrzeugs. So, aber alles gut, wir sehen uns wieder back tonight. Und Forten 11, 31. Höre. Äh, Frage jetzt. 3, 4, 5, human, let's. Positiv. 3, 4, 1, 37, 6, human, let's. 3, 4, 1, 37, 6, human, let's. K�аждen. Ich war so auf 180 gestern noch bei dem. Wo der wieder mit dem dummen Spruch kam vom Wegen, ja aufpassen, einem Gebüsch. Ganz gefährlich. Da bin ich fast gepflanzt. Guten Tag, herr ist eine Mechaniker. Guten Tag. Sie hatten ein Dispatch geschrieben, eben. Genau, LLPD. Dass Sie einen Abschlepperами dorthofwassen haben. Genau, so ein Totalschaden, der müsste zum Abschlepper gebracht werden. Der ist direkt immer abschleppbar, also ist nicht weit zum Fahren. Also Abschlepphof. Genau, Abschlepphof. Das ist direkt daneben. Jo, mach ich. Bis denn. Tschüß! Danke, Björn! Boah, nervt das, dass die da drin schießen. Lass es weiter hin. Informativ, Absprung am Immobilier ist wieder abgebaut. Oh, ich bin ein bisschen locker. Ist dann mal, haben wir die anderen auch bekommen oder? Falls aktuell freie Einheiten verfügt, dann bitte einmal Vorverfolgung eines Kommen. Was lustig ist, ich habe den ersten verfolgt, beim zweiten, was, wo ist denn der zweite? Verfolgt ihr das Wohnmobil? Negativ, KTM. Ist ja berechenbar, dass wir die Gaste da nehmen, aber... Ich hoffe, die Nagelbänder sind dort weg. Ich habe die abgefahren. Ah, okay. Aber wie seid ihr auf die Idee gekommen, die da hinzulegen? Wusstet ihr das schon, dass sie da lang fährt? Danke. Die Evos fahren da häufig mal durch. Das ist halt so an Evo-Gassen halt, ne? Das ist so geil gewesen. Ich tank mir auf einmal so plapp, plapp, plapp. Auf einmal ist da vorne der Reifen bei dem platt. Ich war sowas von verwirrt zuerst. Also das ist ja wie gesagt so eine der Gassen, wo nur, also sehr wenige Fahrzeuge durchfassen, vor allem der hier. Ja gut, dann ist das. Die Rande ist irgendwo da hinten mein Unicorn, oder wo? Na, vorne da, die nächste Gasse rechts. Da wo der dicke Propantank ist. Da rechts gibt es und da links gibt es da. Oder ne, warte, ist beim Unicorn, oder? Ist das? Das ist doch, oder? Ne. Wenn er da links durch diese Gepüschscher gefahren ist, und das da hinten auf der anderen Seite wieder rauskommt, dann ja. Es ist schon hier vorne direkt und dann rechts rein, nach der Auffahrt und dann der Propantank vorbei. Und dann war zu gut die Nagelbänder da. Also da verdient. Also das sechste Mal da durchfahren, dann ist auch irgendwann... Ja, also irgendwann ist das auch mal langweilig. Ja. Ja, 10-20. Oh! Da sind die noch mit. Oh! Ja, das war... Da. Wollen wir mal die Stadtwerke auch holen. Dann brauche ich doch schon mal ab. Oder die TT Kennzeichen QJZ Trennung 780. Mhm. Mhm. Ich bin hier. Oh, kein Problem. Irgendwann, du bist im Moment. Jetzt hat die da ein ganzer Gittling an der Erschießen. Das ist der Sound. Ich will spinnen. Oh, das ist da hinten zerkratzt und sich das auspolieren lassen. Ja, fahr mal kurz zum Ding rüber. Und der wird den 14 zur Anmeldestelle. Victor 30, der muss ich jetzt in Dispatch. Ey, aber dass sowas gibt, ne? Dass die da einfach die Nagelbänder schon legen, weil sie sich schon denken, ja, da passt nur das Auto durch. Äh, die fahren da eh wieder sicher drum rum. Also wie oft das schon passiert ist in dem Fall. Ah, Link für die 18, 76 Meter hoch. Hat er verdient. Muss ich ehrlich sagen. Hat das BD heute gut gemacht. Heute funktioniert das BD immer. Keine YouTube-Benachrichtigung, kein Discord-Ping. Das ist schlecht. Ich habe auf Discord gepinkt. Mit, äh, wenn du den Aktivrang nicht hast, dann wirst du nicht gepinkt auf Discord. Oder hat der Aktivrang auch nicht gepinkt? Ja, das wäre natürlich sehr schlecht. Ich bin ja gar nicht rausgegeben. Gegen der Ping. Magdalump, meine Frau Marung, redet nicht mehr mit mir. Haben sie, was? Haben sie mit Marioff und Marion probiert? Ach du Kacke, ist das schlecht. Hechte, wenn er essen, kein Obst, sondern Fruchtfleisch. Vielen Dank, Herr Magdalump. Das sind viele Witze, die die Welt braucht. Die die Welt berührt. Das sind so Witze, die kommen bei Galileo Big Picture. Weil sie einfach die Welt berührt. Und, äh, ja. Genau. Reynix ist dabei. Danke für das Hip-Wert. Reynix, Frozen, Creasy. Danke von Eurow. Biersreike, Monkey, die Alex, CS-Kinn. Ist auch noch wild geworden. So, ich schau mal, ob die das schnell auspulieren können. Weil das ist ja nicht viel, was hier kaputt ist. Das ist wirklich schon hinten die Politur. Da ist ein Kratzer drin. Ja, fangen wir mal. Die ist auspuliert. Hallo. Hallo. Guten Tag. Bitte. Ich krieg 20.000 Euro in der Ersatzbatterie. Was? Hey. Die ersten Model S haben jetzt Ersatzbatterien bekommen. Die kosten nur 16.000. Ach so, super. Ich hätte eine Frage. Ich muss das hier hinten auspulieren lassen, weil ich vorhin in der Verfolgung war. Und da ist jetzt ein Kratzer drin. Auspolieren? Da ist ein Kratzer drin bei mir, ja. Da fehlt auch die Heckscheibe in meinen Augen. Bei mir nicht. Bei mir ist hier nur ein Kratzer drin. Könnten Sie mal das Bremspedal betätigen, dass ich schau durch die Lichterchen noch tun? Bei mir ist die Heckscheibe noch tipptopp, bis auf der Kratzer hinten. Ja, die gehen wirklich, ja. Wie gesagt, bei mir ist auch die Heckscheibe noch ganz. Bei mir wirklich nur so ein Kratzer hinten drin. Siehst du die Heckscheibe? Bei mir fehlt es ja auch, ja. Also bei mir fehlt es ja, ja. Also die Heckscheibe ist wunderschön bei mir. Ja, siehste. Das liegt nur an deinen Haaren. Das liegt nur an deinen Haaren. Hey, ich will mich noch mal anschleimen. Ne, ja, sonst tipptopp. Vielleicht ist da vorne noch. Ja, da ist noch ein Kratzer drin. Hier vorne an der Front. Ist noch ein kleiner unter dem Ding sehe ich hier noch. Ein kleiner? Ein kleiner. Du, bei mir ist das wirklich klein. Ich weiß nicht, was du siehst, aber wie sieht das ganz normal noch aus? Das ist wirklich. Haben Sie eine Handynummer? Ja. Geben Sie mir die mal. Ich zeig Ihnen dann, wie es bei mir aussieht. Die 800 und die Doppel-Null. Ne, warten Sie. 100 00? Ne, 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 ne. Ich hab die, ich muss mal gucken. Die Telefon sind bald Doppel-Null. 800 718 22. Okay. Was kann ich noch machen? Ich helfe die andere Seite. Ich setze dir dann auch mal zu, wie es bei mir aussieht. Hm. Hm. Na schauen Sie mal. Bei mir hat er sogar eine leichte Orangenhaut. Ähm. Boah. Okay, ja. So sieht er aber nicht aus. Aber mir ist ja wirklich nur so ein Kratzer hinten drin. Das ist aber nicht okay. Na, guck mal rein. Hm. Ich kann auch an meiner Kamera liegen. Ich hab noch die alte Software drauf. Möglich. Dann hätten wir den Kratzer hinten schon auch was poliert. Ja. Vorher ist auch noch ein kleiner Kratzer. Mhm. Das sehe ich wirklich nichts. Also, ja. Ne, da sehe ich jetzt gar nichts. Aber ja. Ist okay. Ist auch nichts dazu. Gut. Fußballer. Ja, witzig. Ja, witzig. Ja. Vielleicht hast du noch mal ordnen kannst. So. Du. 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 Da ist ja mal ein Kratzer. Ja, Mama. Da bin der Kälte und habe eine Binderhautentzündung. Danke, dass du, äh, längst ab danke. In 1,5 Jahren bewerbe ich mich bei RNO. Bin dann 16, freue mich. Danke an Tilson und gute Besserung der Binderhautentzündung. Nilsana ist cooles, Kirisab. Dankeschön. Der Wiesenkopf ist auch dabei. Moin. Gibt es dann auf 3.0.. Du warst gemeint. Du sollst das Fahrzeug mal bitte öffnen. Ach so öffnen? Ja der öffnet sich nicht. Das ist der Spezial-Dietrich. Achso ja dann mach auf. Der Spezial-Dietrich. Mhm. Ist es offen? Ah, ja. Ja, was jetzt? Der riecht aber relativ neu. Der ist auch neu. Okay, kommt mal wieder nicht rein. Ja, sorry, es sind keine drei Haare drum rum. Was? Hä, was? Nix. Och nix, ich bin angerufen. Hallo? Ja, hallo Robert Swinkin29 hier. Und zwar habe ich eine Frage an Sie. Hatten Sie den Täter irgendwie mit doppelter Geschwindigkeit gemessen oder so? Wegen Führerschein? Müsste ich nachschauen auf der Dashcam, aber ich glaube nicht. Das war es mit der Verfolgung, ne? Ja, genau, Jove. Ja, ich schau mal ganz schnell. Ganz kurz warten. Ja. Ich glaube nicht, dass ich den geblitzt habe. Und scharf. Wunderschön. Äh, negativ. Also keine doppelte Geschwindigkeit. Äh, nicht gemessen. Alles klar, gut, da weiß ich Bescheid. Dankeschön. Danke wieder. Tschüss. Ich habe kein Messergebnis. Ja, ohne Messer geht es auch besser. Ist er fertig? Hallo? Er ist vollkommen, er ist vollkommen durchgenommen. Och, geil, durchgenudelt. Wie viel zahlt das? Wie viel kostet das? Gar nichts, alles gut. Ich brauche Nagelwand dafür. Das passt. Ja, da ein bisschen zum Aufbauen. Ach, kacke. Alles gut. Na, ich will irgendwas. Gute Fahrt. Und so? Ja. So, bitteschön. Irgendwas, nächstes irgendwas. Dankeschön. Aber danke. Gute Fahrt. Danke, ebenfalls schon gute Fahrt. Und nicht so gerne zu laden, ne? Ich tank vorne an der Zapfsäule, wenn es okay ist. Ah, okay. Jawohl. Ich zapfe an der Zapfsäule, ja. Ist ja wieder schick. Ist ja schön. Du musst keine Sorgen machen, dass wieder jemand zieht, dass die Scheibe kaputt ist. Gut, wir tanken. Boah, war das knapp, Bruder. Boah, war das knapp. Hätte ich mich jetzt aufgeregt, weil ich mich da reingefahren. Der hätte ich mich richtig ausgeregt. So, morgen gibt es dann auf 3.0 anstatt der Benzinkanister eine Powerbox für die E-Autos. Ja, so eine Batterie wollen wir noch machen. Die ist noch auf der To-Do-List tatsächlich. Die haben wir noch nicht. So eine Batterie zum Aufladen halt, ne? Also, ja, ist ja glaube ich eine Powerbox, ne? So nennt man das ja heutzutage. Statt Batteriebox ist jetzt eine Powerbox. Oh, warte, ich muss ja noch ein Ding mitnehmen. Einen Kanister habe ich ja nicht mehr. Zack, Kanister voll. Und los, Gehreise. Zumachen die Kiste und ab geht's. Wobei, ich lass sie offen, ich sperre sie dann eh mal ab. Wenn ich draußen bin. Darf ich, wenn ich angenommen werde, auch Videos machen auf dem RPS. Weil wir haben derzeit keine Streaming- oder Videolizenzen. Also, machen wir das jetzt erstmal. Eine freie City Unit für Forty David. Link, 50 Einheit. Äh, magst du einmal zu den Mechanikern kommen bitte? Ja. Link, 50 Einheit, 50 Einheit. Habe ich aber auch immer mitnehmen können. Informativ, letzter Dispatch für eine freie Einheit im Ocean. Link, 17, 1086 bei Postplatzzahl 32, 15 mit einem roten Dodge-Kennzeichen Showtime. Im Ocean. Täter auf Zimmer 200. Ne, übernimmt das jemand? Sonst übernehme ich das. Äh, ja, King 4 wird den Dispatch vom Ocean übernehmen. Ich nehme Tesla mal mit. Das letzte Mal ein wildes Foxy. King, 17, 4, Stop 2. Ein Moment. Gucken wir mal. Zimmer 200 zum Abholen bereit, so wie es aussieht. Link, 59 Mechaniker. Check. Zimmer 2, darf ich da eh einfach rauf, ne? Kürzen die Taschentüche auch fertig für Speedy. Ja, so gut wie. Die sind so gut wie fertig. Ich glaube das müsste, ne 200 ist noch weiter oben. Sack. Schauen wir mal hoch da. Zimmer 200, ja. Hallo? Ja. LLPD. Ist aber besetzt schon, nicht reinkommen. Ich komm nicht rein. Ich wollte nur sagen, ich bin in den Zylinder abholen. Wir können zur Anoptik ins Oceans fahren, dann noch den etwas kooperativer. Differenzäte mitnehmen. Bitte nicht, nein, bitte nicht. Den Herrn Becker, der kriegt dann doch noch die Sozialstunden. Äh, nicht Herr Becker? Äh, das ist der, der, ah, nicht Becker, Brown hieß er glaube ich. Tim Wolf meinst du? Oder Wolf, ja. Der geworden war ich. Ich glaube der ist Krieger, Brown. Team 17, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 19, 18. Warte mal, bin mal mit. Hab ich auch schon gleich mal gemacht, ich hab jemand vom Oceans mitgenommen, einfach. Snowstars, danke fürs SIP werden, Baskal Wilhelm, danke für 3 Euro auch und fürs VP werden, na vielen Dank. Liebe, geht raus. Ähm, ist da ein Arzt bei Ihnen drin? Die sind beide fertig, ich nehme sie hin. Okay. Gut. Ja, King4 ist schon im Oceans, ich warte auf sie. Äh, zähmal 200. Achso, übernimmst du? Ich habe vorhin durchgefunkt, dass ich eigentlich hier bin, aber wir können das gleich zu zweit machen, weil es sind zwei Leute drin. Ja, check, dann braucht King17 keine Antwort. Das ist einfach. Äh, Kollege John Styles für 33 David. Warten wir mal hier. Auf'n Kollege, ne? Auf'n Kollege. Ist die Garage für die Mechaniker fertig? Ja, die ist fertig auf 3.0. Die sieht auch richtig geil aus jetzt. Also, so viel besser. Viel moderner und schöner und bessere Funktionen. Joa. Darf man gerne zocken, wenn man sich bewirbt bei Währungsphase? Natürlich, darf man gerne zocken. 16 ist mindest alt und RP-HV umbaucht man. Joa. Gotti, der wird jetzt auch 1076 Human Labs. Ich glaube, der will nicht eintreten. Ne Umtrag hier von, äh, 3 Sondereinheit. Ja, ich dreht gleich dann. Ich war nur auf'n Kollegen. Kollege John Styles für 33 David. Guck, guck. Hallo. Ich glaub, der ist nicht mehr in Wien. Ähm. Komm mal kurz, ich stehe ja vor dem. Ähm. Wir haben da einmal den Herrn Gips drin und den Herrn Wolf. Mhm. Ähm. Der Herr Gips ist mit der G-Klasse geflohen. Herr Wolf saß als Beifahrer dabei. Den Herrn Gips würde ich mir schnappen. Mit dem wird's wahrscheinlich eh noch ein bisschen länger dauern, weil der immer sehr gesprächsbereit ist. Ja. Den würde ich dann mitnehmen. Und du kannst dann den Herrn Wolf mitnehmen. Der ist deutlich kooperativer. Der kriegt auch nur 25 Sozialstunden. Weil der Kollege einen Teil bei ihm gefunden hat. Jawohl. Gips, ne? G-B-B mit Doppel-B, richtig? Genau. Ich gucke gerade mal, was wir noch zu dem bei uns hoffen haben. Äh. Sind die da drin gefesselt? Ich glaub nicht. Die wurden glaub ich jetzt nur behandelt. Also die könnten jetzt flüchten theoretisch, wenn wir aufmachen. Ja, ich halt schon mal bereit. Und du sagst das unkooperativ, dann... Genau. Also ich hab tatsächlich auch nichts mehr offen zu dem Herrn. Und wie hieß der andere? Wolf? Tim Wolf. Tim Wolf, genau. Da mal. Weil das ist immer ganz gut. Weil, äh, das hab ich jetzt auch dazu gelernt, dass häufig, wenn wir nämlich auch Akten teilweise anlegen, stellt sich im Nachgang heraus, dass da Leute dabei sind, die sich bei uns seit Wochen nicht melden. Stimmt, ja. 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 Ich versteck mich gar nicht. Ne. Sieht nur so aus. Äh. Können Sie mal aufstehen? Kannst du das machen? Ich wär in der D. Okay. So Herr Gips, Sie dürfen auch einmal aufstehen. Also ist eher das... Okay. Wie gesagt, ich scheiße nicht Gips, ich hab nen richtigen Namen. Können Sie mal vom Bett runterkommen? Ich hab nen richtigen Namen. Ja, Herr Gips. Ja, bitte mal umdrehen, dass ich sie festnehmen kann. Warum? Ja, weil wir jetzt nochmal wegen der Zerstunden zum PD vermissen. Was machen Sie denn? Entschuldigt. Wieso? Weil bei Ihnen was gefunden wurde. Stehen Sie bitte auf. Ja, geht doch. Ja, wir werden jetzt nicht mit Ihnen diskutieren oder so, aber ich sag Ihnen halt wie süß. Sie kennen Ihre Rechte? Ja, wurde schon gefragt. Passt gut. Okay. Linken 59 für Victor 30. Du bist wieder langsam gekommen. Herzlich. Eigentlich, er ist ja abgearbeitet. Wir könnten eigentlich, ja rein theoretisch zum Ding fahren, da. Zum Hauptplatz. Direkt. Genau. Ja. Für so lange ich meine Sachen wiederkrieg. Welche Sachen fehlen Sie? Das kriegst du. Da habe ich mein Taser noch. Ich habe ein Handy da das bleibt bei uns. Handy von K-Krein. Äh Taser kriege ich wieder hatte Kollegen gesagt. Linken Troll für heute. Klingen sie von mir da. Hast du ein Handy für ihn? Ich müsste schauen, ob ich eins hab. Warte, ich habe... Ne, sieht schlecht aus. Warte. Es gibt du und da ist dabei. Ok, danke. Super. Wollen sie selber gehen oder soll ich sie mitnehmen? Ich kann selber gehen. Dann geh du selber. Wir hätten eigentlich auch mit dem Fahrstuhl fahren können. Joa, ich glaube ja. Dann hätte ich sie ranpacken müssen. Sie haben mich mitgeschnippt. Äh, ein sehr tief fliegender Privatheligradim über Hauptplatte. Gut, dann hier nochmal runter. Was haben sie überhaupt verbrochen? Gar nichts. Gar nichts. Ne, irgendwas wurde an ihnen gefunden. Ich weiß nicht was. Ich hab nen Taser dabei gehabt, aber der ist legal. Auch wenn ich keinen Waffenschein hab. Na, es wird ja nie was gefunden. Sonst werden sie jetzt nicht mit mir mitkommen. Sonst werden sie jetzt ja frei. Ja, vielleicht dachte ihr Kollege, dass der Taser illegal wäre und ich nen Waffenschein für bräuchte. Ne, das ging's doch gar nicht. Ich glaub, die haben irgendwas, ich glaub Weed oder irgendwas haben sie noch nie gefunden. Was? Irgendwie Weed oder irgendwas haben sie noch nie gefunden, was illegal war. Ich, ich schläppte kein Weed mit. Ich weiß nicht. Ich muss den Kollegen mal fragen. Mein Kollegen, ähm, was hat der Herr Wolf nochmal illegaler Spy gehabt? Ein Hai und ne Schildkröte. Achso, danke. Also 25, so zwei Stunden. Ach, ein Hai und ne Schildkröte hatten sie dabei. Der Hai, den hab ich geschenkt bekommen. Das ist ein Baby, den wollte ich dann spät auswildern. Ja, aber. Und die Schildkröte, die hab ich auch gefunden, wo so ein kleines Baby war. Ja. Das Problem ist, dass die Dinger tot waren, ne. Das ist alles Problem, ne. Ja, vielleicht wegen dem Unfall. Und der wird wechselt, dem weins, äh, vorbeizunehmen und zum dort erreichen. Ah, das glaube ich nicht. Doch. Ach komm, dieser blöde Tesla. Ich kaufe ihn ja ab. Nee. Den behalte ich schon gerne. Gut, also ich dachte, ich dachte nämlich irgendwas, der hatte Substanz dabei, die macht den Hai. Aber er hat nämlich Hai gesagt. Ich hab das überhaupt nie verstanden zuerst. Also wo ich den Hai gefunden habe, beziehungsweise gekauft habe, da hat er noch gelebt. Dann durch den Unfall, weil der auf der Rückbank war, äh, ist der, ist das Glas kaputt gegangen. Warte, sie haben gesagt, sie haben den Hai gefunden? Ja, ne, nicht gefunden. Also gefunden in nem Geschäft. Ja, sie haben gesagt, sie haben den geschenkt bekommen? Von niemanden. Ja, dann fand ich den so süß. Und dadurch, dass ich diesen Ladenbesitzer kannte, hat er gesagt, ich schenke ihn dir. Ach so, meine Sie, das haben ihn gefunden. Ja, ich hab noch ne andere Sachen gekauft. Welcher Laden verkauft denn sowas, bitte? Das sage ich ihm nicht. Okay, dann müssen sie auch nicht. Immer interessiert, wenn mein, mein Sohn auch auf Hai steht und dann hätte ich ihm auch sowas mitgebracht. Äh, außerdem kann ich es ihnen sagen, vielleicht. Aber das muss ich halt nochmal mit dem Ladenbesitzer abklären. Nein, ich mach nur Spaß. Der mag es nicht. Ich mach nur Spaß. Ja, also wegen sowas eingeknastet zu werden, ist schon heavy, ne? Ich hab die auch dabei, weil die eigentlich legal sind. Die sind ja nicht legal, ist das Problem. Ja, würden sie noch leben, dann hätten sie kein Problem mit. Ja. Aber ich kann nichts dafür, dass das Glas von dem Hai kaputt gegangen ist und der, dann kein Wasser mehr hat. Sie haben ein Hai, also Sie haben ein Hai im Glas so geschifiert. Ja. Ja, weil ich ihn erst gekauft habe. Einen Baby Hai im Glas, oder wie? Ich hab ein Riesen, ist kein Wasserglas schon... Ja, nehmen Sie ein Aquarium mit sich mit hinten im Rucksack, oder wie? Nein, im Auto war das. Ja, so ein ganzes Salzwasser-Aquarium, was natürlich auch, ähm... Ja, das war natürlich nur so, das war ein kleineres. Ich hab den erst gekauft und war noch zu Hause. Ja, wissen Sie, wissen Sie, wie schwer es ist, das Sites Wasser-Tierk zu halten? Ich weiß doch, wie schwer. Also, haben Sie das alles dabei, den Wasserfilter und so? Ne, ne, der ist, äh, der ist, äh, in meinem Haus. Aha. Und, ja, dann kommt es da ans Riesenbecken. Gut. Ich bin der Kollege beim 1086-Planzer abziehen. Ja, aber da ist klar, es hat sich lange überlebt. Ja, äh... Das war... 10 Minuten vorher wieder. ...40-11 mit einem Dodge mit dem Kanzerigen Schotter. Ich checke Ihnen mal Ihre Akte. Äh, wie heißen Sie bitte? Tim Wolf. Das ist ein Tesla, ja. Das ist ein Schmutz-Tesla, hat der Cop selbst gesagt. Ein bisschen schwerer Vorschein, das ist halt nichts. Was ist? Nein, alles gut. Wollte ihn gar nicht beleidigen, den Tesla. Na gut, Elektroauto kann keine Leistung haben. Haben Sie schon erreicht? Hm. Äh, das ist glaube ich ein Model S. Und wenn es die Platt-Variante ist, hat es über 1000 PS. Genau, 1020 PS hat er. Ja. Ich halte aber trotzdem nichts mehr fertig. Ne. Ja, aber es zieht leider weg. Das Ding zieht. Aber sehr. Ich glaube, damit ziehe ich sogar einen Porsche, wenn ich das will. In den Garten glaube ich nicht. Na, wir... Ich kann sie direkt hinbringen. Wir müssen nicht mehr ins BD. Können Sie ausprobieren. Ist ja an sich geklärt die Sache. Wurde der Täter vom Ocean Zimmer 200 schon mitgenommen? Positiv. Check. Wobei ich kann ihnen eigentlich die Fesseln mal abnehmen. Ich versuche sie nur noch mal nicht, dass ich noch irgendwas an ihnen finde. Angel, ja gut. Mit den Angel können Sie schon viel machen, ne? Ich war fischen. Ja. Ich hab nur jetzt keine mehr bei, weil ich hab die vorhin verkauft gehabt. Wurde. Kommt da der Hai her. Okay. Ich meine, da haben sie noch 20 lebende Hühner bei sich dabei. Das ist schon gut. Weißt du nicht, wie sie das machen? Sind sie Zauberer? Die einfach nicht hinterfragen. Sind sie Zauberer? Äh, ja ich hab mein Zauberboot aber leider im Auto liegen gelassen eigentlich. Achso. Wir brauchen sehr den Hai für die Zaubershow. So in etwa. Äh, wenn ich ehrlich bin, ja. Okay, das ist ein neuer Zaubertrick. Ja. Gut. Jetzt hab ich so ne Anlage auch. Ja. Wo rennt denn der denn hin? So, wir können eigentlich hier lang rennen. Dann haben wir ein bisschen abkürzung. So, wir gehen noch für das Wasser. Ja. Wir können ja rüberschwimmen. Wieso schwimmen? Ne, würde ich nicht machen. Da könnten ein Hai drin sein. Also sie sind Zauberer. Das heißt, sie zaubern privat oder machen sie das professionell? Ne, nur privat. Was nehmen sie dafür? Also wie viel kostet sowas so ne Privatshow? Och, kommt immer drauf an, wer. Ja, ist ja. Muss man ja. So ein Privatsauberer kostet das schon ein bisschen in Taschen. So Geburtstagszauberer, ne. Für Kinder und so weiter. Na, für Kinder ist es gar nichts. Ja, 20 lebende Hühner aus dem Popo gezogen. Obwohl, das ist tatsächlich für ne Kindershow. Ähm. Wo sind wir denn da? Dann haben wir das eigentlich auch. Gut. Dann wären das jetzt Sozialarbeit. Oh, jetzt weiß ich gar nicht, wie viel waren das nochmal. Ich muss mal nachgucken. Eine. Nein. Ich muss jetzt echt immer nachgucken. Aber ich krieg immer noch mein Handy im Funkgerät. Ja, kriegen sie gleich. Ich schau noch schnell nach. Und mein Taser. Mhm. Kriegen sie alles. Und. Keine Ahnung, was ich mache bei heute. Ich hab das schon an vom Klappmesser. Link 17. 10. 10. 6. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 1. 2. 3. Ah hier, erlegen und schützende Tiere, das Jagen und erlegen Koioten, was ist das, aha, hier steht aber 30 Monate, fischen von bedrohten Arten, ah hier haben wir es, das sind, warte mal, das ist aber Haftstrafe, Sozialstrafe, keine, 10.000 nur, das stimmt aber was nicht, also Besitz von Schild, ah hier ist der Besitz, 25 Stück und 4,50 pro Tier, ja dann sind wir da nochmal bei 900 Dollar Strafe, auch noch dabei, ne, ja gut, das hat der Kollege nicht gesagt, das sind nochmal 900 Dollar Strafe, siehste, jetzt gucke ich nochmal nach, das stelle ich nochmal aus, und dann nochmal 25 Sozialstunden sind das, so, das einmal bitte bezahlen, und der Rest, schau mal, gleich mal, ein paar Bezeichnungen haben sie nur offen, ich habe schon mal überlegt, wie zu bezahlen, ist schon sehr viel hier, nö, aber wir sind die bezahlen direkt, das ist auch mein nächstes Problem, ei, 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 sind das viele, ach du Kacke, sind das viele, nö, das geht eigentlich, äh, nein, das ist, sind nur 99, können sie jetzt gerade nicht vor Ort bezahlen, doch, ja, können sie das machen, weil sonst würde ich das auch nochmal in die Akte eintragen, und ihnen ein, äh, zeitliches Limit dazu setzen, also gerade eher negativ, sagen sie, wenn sie fertig ist, sie mit der Rechnung bezahlen, ruf die Menschen an, ähm, bezahlen sie gerade immer noch, oder? Ja, Ja, das ist eine ganz schön lange Liste, ne? Dass auch keiner nachguckt, das ist das erste, woran ich nachgucke, eigentlich. Ne, die habe ich schon noch nicht so nah. Gut, passt, das haben wir das auch hinter uns, das ist super. Ja, war nicht schön. Und jetzt kommen wir erstmal zu der Strafe, das sind dann die, zack, 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 25 Sozialstunden. Bitteschön, dann wünsche ich euch viel Spaß dabei, und sie kriegen jetzt noch ihr Handy, ihr, was wollten sie noch? Funkgerät, kann ich ihnen gerade nicht geben. Informativ, da landet ein Privat-Heddy direkt am Hauptmannerkreuz. Hier ist das Handy, was war denn so ein Taser, ne? Ja. Und war es auch noch? Der schwebt einen Meter drüber. Ja, das ist der Rest, den ruhig mal selbst, ja. Das war es dann. Nur an den Taser kommt man tatsächlich sehr schwer an. Gut, das ist irrdeil. Warum sehr schwer, kann man dir gar nicht kaufen. Ja, nur mit Wachenschein. Ah. Wir sitzen da auf Annipera, aber ohne. Stimmt, ja, da haben sie recht, das ist ein bisschen doof. Ja, gut, alles klar. Auf jeden Fall, ne. Ciao. Informativ nochmal, äh, hinterm, äh, der Tankstelle vom P-D. P-D, ungefähr, äh, steht ein Raptor, könnte ein Fluchtfahrzeug sein. Im Hinterkopf behalten, wenn der Täter da irgendwie in Richtung fahren. Wie viel fährt denn die Kiste? Schneller als ihre. Ja, was ist denn schneller als meiner? Ja, als schneller, ne? An ihrer Stelle will ich mal ein Kennzeichen dran montieren. An die Welt laufen Marvel World. Ja, ich weiß, ich stehe auch, ich brauche auch kein Kennzeichen. Ah, da muss ich sie aber ausbessern. Sie stehen aber an einem öffentlichen Parkplatz. Das wäre das hier Privatgrundstück, hätten wir kein Problem. Aber sie sind am öffentlichen Parkplatz, am Hauptplatz. Ich baue es dran, wenn sie mir sagen, wie schnell die Kiste fährt. Die wäre es, wenn sie das Kennzeichen anbauen. Und dann kriege ich mal einen Führerschein. Und dann können wir immer noch drüber reden. Ja, aber sie wollen es ja so oder so nicht sagen. Vielleicht sage ich es ihnen, wenn sie lieb sind, wenn sie nett sind und mir einen Führerschein geben. Hm, ich will erst was hören. Ja, also wie gesagt, das wäre halt der Deal, ne? Was für ein Deal? Ja, sie geben mir einen Führerschein, dann bauen sie ihr Kennzeichen dran. Da kann ich ihnen gerne sagen, was mein Hobel fährt. Was halten sie davon? Ja, aber für ein stehendes Fahrzeug brauche ich keinen Führerschein. Naja, ich will eigentlich nur den Ausweis dann sehen. Entschuldigung, tut mir leid, den Ausweis. Hm, was habe ich getan? Ja, sie stehen da mitten im Auto, was kein Kennzeichen hat, an einem öffentlichen Ort, was nicht legal ist. Warum ist das nicht legal? Weil das ein öffentlicher Ort ist und sie können nicht ein Fahrzeug ohne Kennzeichen abstellen, ohne dass das hier, ähm, ne? Erkannt werden kann. So kannst du es ja nicht erkennen. Das muss am öffentlichen Ort, braucht das ein Kennzeichen. Wenn sie damit am Privatgrundstück fahren oder ihr Privatgrundstück haben und sie stehen da vorne ohne Kennzeichen, ist das kein Problem. Aber sie sind gerade an einem öffentlichen Ort und in einem Kennzeichen am Fahrzeug. Ja und, wo steht das? Was für ein Strafverstand da das ist? Soll ich ihn denn raussuchen? Ich kann mir jetzt gar nicht die 15 Minuten nehmen und dir das raussuchen, dass das nicht legal ist. Ja bitte. Gut, dann mache ich das jetzt. Wobei, das können wir auch später machen. Stimmt eigentlich. King4 bräuchte aber wieder Unterstützung. Ähm, jemand sitzt da ohne Kennzeichen, an einem öffentlichen Ort, in einem Fahrzeug. Möchte nicht kooperieren. Ja, der ging von hier, der hat 100 Meter. Ist ein Porsche 911. Fährt sich jemand hin, sonst würde ich alle responden. Hey. Ja, dann ging ich ohne Perle an. So, wir können das jetzt auf die harte oder auf die weiche Tour machen. Sie können jetzt aussteigen, wir den Ausweis zeigen, dann hat sich das Problem oder... Wir können es auch auf die harte Tour klären, sie da rausholen. Hallo? Das kann ich Ihnen auch zeigen, ohne auszusteigen. Wie können wir den Führerschein und Ausweis auch so zeigen, natürlich. Das war die Klinge, dann ist das auf die Tour. Bitteschön. Oben durch den Schlitz geschoben. Durch den Schlitz geschoben? Einer Denny Smith, ja. Durch den Schlitz gezogen, ne? Sie wissen, dass Sie kein Kennzeichen dran haben, oder? Ja, deshalb diskutiere ich ja mit ihm gerade. Ja, dann soll er einmal aussteigen jetzt. Sowieso, Sie müssen sowieso aussteigen und das mal anmontieren probieren. Das ist... Ja, geht doch. Was ist denn so sperrt? Ich will einfach nur wissen, was für ein Tatbestand das ist. Kriegen Sie den Führerschein oder den Ausweis wieder? Ja, das ist... Soll ich jetzt Ihnen wirklich das vorlesen? Ja. Soll ich das jetzt raussuchen? Ja. Gut, ich suche es jetzt. Ich suche es jetzt für Sie raus. Das ist mir komplett egal. Ich suche das jetzt. Ey, Kollege? Kannst du mir gerade eine Rechnung ausschreiben für das Kennzeichen? Jawohl. Am öffentlichen Ort. So, der Herr. Ich suche das jetzt raus. Das mit dem Kennzeichen, was das für ein Tatbestand ist, das ist Fahren ohne gültiges Kennzeichen. Beziehungsweise Fahren ohne Kennzeichen. Das ist Paragraph 6 Absatz 16. Ja, aber niemand hat das Fahrzeug fahren. Ja, es ist... Wie bitte? Niemand hat das Fahrzeug fahren. Ja, das ist trotzdem nicht zulässig. Auch wenn das Fahrzeug hier steht, das ist nicht zulässig. Ja, wenn ich es mit Kennzeichen hier hingebaut habe... Darf ich Ihnen kurz was vorlesen? Der bloße Umstand, dass ein Fahrzeug ohne gültiges Kennzeichen auf einer öffentlichen Verkehrsfläche abgestellt wird, lässt bereits Entfernung durch die Zuständige Behörden zu und ist nicht erlaubt. Korrekt. Ja. Ja. Und ich suche jetzt den Tatbestand nochmal raus. Lass ich da durchlesen. Das kostet sie ganze 1500 Dollar. Und ihr Fahrzeug wird abgeschleppt. Ich brauche jetzt kein Zeichen dran, also müssen wir es auch nicht abschleppen. Oder sie bauen es dran, so können wir es auch machen. Wenn das geht, dann bauen Sie es einmal dran. Dann müssen wir es jetzt ernsthaft raussuchen, wo das drinsteht. Aber es ist, es ist... Ja, aber noch zwei Radar fallen offen übrigens. Ja, die habe ich erst versorfen. Du hast noch zwei drin? Ja. Ich wurde vorhin schon mal angehalten. Musst meine Lärme und 15 leider bezahlen. Sehr schön. 15 geht ja noch. Ja, passiert. Genau. Es ist ein Doppel von Köktennet. Ich habe schon mal nachfragen, ich habe schon mal eine Name vorgelegt. Was ist Ihr Name? Dennis Smith. John Smith. Dennis Smith. Nee. Warum denken Sie denn, dass Sie auf der Fahndung stehen? Schade. Ich doch nicht, ich fach das immer auseinanderweite. Was war das denn? Ja, wir müssen ja irgendwie... Das fängt mir ja nicht ohne Grund. Sie werden ja nicht auf die Fahndung geschrieben, wenn Sie hier mit 80 über die Komponente Kreuzung fahren, wenn wir nach Kühn haben. Also bis ich ihm das rausgesucht habe, dauert das echt lang. Aber es gibt ein Gesetz dafür. Ich will mir das jetzt erst... Ich will das nicht für die Nase halten, einfach. Ich will das jetzt für die Nase, ich will mir das halten. Stehen definieren? Würdest du das jetzt stehen definieren? Ich will das jetzt auf der Fahndung. Ja, manche stehen auf der Fahndung. Ja, manche stehen auf der Fahndung. Ich kenne das verschiedene Leute. Gut. Ich habe mal in die Akte geschaut. Ja. Ja. Was ist das denn? Ja. Ich kenne das verschiedene Leute. Also bis ich das aus dem Datenmüll hier rausfülle. Ich will das so gerne vorlesen. Ich suche halt gerade wirklich. Ich tu mir das gerade wirklich an, aber ich finde es nicht. Aber es existiert. Da muss ich dieses ganze Geknödel raussuchen hier. Kennzeichentafeln, Gesetzbetroffene, Fristzustellig Stelle. Was ist denn los? Außer sie finden das auch lustig an. Ist da Wurukari. Ich finde das eigentlich ganz cool. Herr Kollege, deswegen hast du ihn angehalten. Ach, sie finden das besser. Ja, natürlich. Verbringen sie gerne Zeit im Gefängnis oder was? Da ist ein Hauptfahrzeugplan oder nicht? Äh, 135. Einmal 130. Ja, informativ. Ich hatte Herrn Bukari vor nicht mal 5 Minuten im 1086. Kennzeichen durch. Rückstrahler. Aber ich kann das für ein ganz anderem. Driften. Gegenverkehr fahren. Untermachen und Rotapel überfahren. Oh, warum tu ich mir das an? Ah, hier. Also Frau, ich gebe Ihnen noch eine letzte Chance. Und wenn er noch mal über 3 Kamer fährt. Ach so. Und noch parken. Und am besten in Zukunft lassen Sie das Kennzeichen einfach dran. Dann haben Sie nicht solche Probleme. Link trifft ja weg, die Nate. Ich habe so kein Problem. Ja, aber wir haben jetzt Zeit verloren. Wir haben Zeit verloren. Muss ja nicht sein. Muss sein. Zeit verloren habe ich nicht. Geld gemacht habe ich auch schon. Also sind da. Muss ich das unbedingt an? Ja, gut. Geld haben sie auch verloren, ne? Ey, das haben wir schon wieder verdient. Kein Thema. Jetzt, ich will jetzt auf allem, Mann. Ich will, ich will jetzt einfach, Ihnen einfach das jetzt vor die, für die Fresse halten. Nee, möchte ich nicht. Ähm. Wir beenden das Gespräch an der Stelle. Warum? Ja, weil ich möchte mich jetzt nicht mit Ihnen hier, über irgendwelche, ähm, Sachen unterhalten, die Sie in Ihrer Freizeit machen. Danke. Arbeitszeit. Alles klar. Oh, das Färter. Hast du noch was mit ihm? Ja, ich wollte gerade noch was raus. Oh, ich muss was essen. Uiuiui. Huch. Gut, Färter halt weg. Ja, passt. Ey, hast du was zu essen? Auf die Schnelle? Äh, ja bestimmt. Warte. Oh, ich habe nämlich nichts mehr. Ei, ei, ei. Ach, danke. Bin jetzt fast hier weggestorben, wenn ich die ganze Zeit das Gesetz rausgesucht habe, für sein blödes Kennzeichen. Ich wollte wirklich diesen Absatz gerade raus, rausdingen, sondern ich habe ihn nicht gefunden. Boah, regt mich das gerade auf. Jetzt, alles klar. Diskutiert er da wegen seinem Drecks Kennzeichen, weißt du? Ja, so sind manche Leute. Gut, wir sehen uns. Jawohl. Ich wäre jetzt wegen dem Typen fast gestorben. Bei einem schwarzen Porsche mit Kennzeichen Unlimit. Ja, bitte. Hallo? Seit wann ist die Polizei der Reich hier? Seit wann ist die Polizei der Reich? Können Sie mir das Band vor drehen? Ähm, was? Reich? Ja, Reich. Reich. Keine Ahnung, was sie meinen damit. Alter, das ist jetzt nicht ihr Ernst. Reich. Noch nie gehört. Schönen Tag noch. Hallo? Seit wann hat das LAPD Geld? Frank so, hallo? Seit wann hat das LAPD Geld? Wir hatten nie Geld, wir werden nie Geld haben. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Aber wie können Sie denn... Wir hatten nie Geld. Wir werden nie mehr Geld haben. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Mann, Alter. Ich hätte das so gerne... Oh, warum bin ich hier so schnell? Ich hätte das so gerne rausgesucht. Stell dir mal vor. Ich hätte das weiter rausgesucht und wäre einfach... wäre jetzt einfach draufgegangen, Alter. Stell dir das mal vor. Ich wäre einfach draufgegangen, weil ich das blöde Gesetz rausgesucht hätte. Ähm... Benx... Nee, Ben... X... Y... X... X... Y... 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 CrimeXperry YouTube, danke für 2 Euro auch. Und nochmal für 1 Euro. Und fürs VIP werden wir ein bisschen resum. Dankeschön. Vielen Dank für die Blumen. Was ist denn hier los? So viele Autos wie am Start. Schau mal mal, ob wir irgendwas sehen, was ohne Kennzeichen da steht. Alles mit Kennzeichen, auch mit Kennzeichen. Alles mit Kennzeichen. So, wir fahren wieder auf die Dings... Auf die Dings-Booms fahren wir. Not so fast. Wann das Kennzeichen wieder gehabt? Also not fast. Ok. Geblitzt. 11, der wird dann für heute Tänzer. Wenn euch noch einen schönen Abend. Boah, hat der Kopfschmerzerei. Boah, hat der Kopfschmerzerei. Das Kennzeichen! Aaaaaah! Aaaaaah! Was ist denn da los? Ok. Ne, ich muss jetzt... Ich muss jetzt fahren was... Entschuldigung! Ja? Haben Sie extreme Kopfschmerzen? Aaaaaah! Aaaaaah! Ja, wenn ich in die Stadt reinfahre, ein bisschen. Ich hab's gemerkt. Und mit 180 sind Sie da auch grad lang gefahren, ne? Kann sein. In der Stadt. Im 80er. Hier ist 80. Darf... Ähm... Natürlich. Danke. Bin ich wieder bei Ihnen. Ist der nicht vorhin geflüchtet mit dem Wagen? War das nicht der? Ne. Ne, das war... Oder war das der? Naller Fuchs. Das Kennzeichen ist ja der absolute Burner. Hahahaha! Ups! Äh... Falsch eingetippt, Bruder. Ich hab mich vertippt. Ich hab mich... Ey, das... Und das K ist, ähm... Ist sehr nah beieinander. Ich hab mich vertippt. Äh... Führerscheinzug offene Rechnung am 13.6. Und am 13.6. Führerscheinzug bekommen. Das heißt, der Bri hatte grad erst eigentlich eine Abnahme unter Anführungsstrichen. Vor ein paar Tagen. Eieiei... Da können sie eigentlich schon aussteigen. Sie hat noch grad, dass der Führer schon einen Entzug, ne? Na, schon länger. Kommen sie mal mit. Äh... Sicher. Achso, du willst mich nicht mehr einbehalten? Äh... Naja... Also ich geb zu, dass ich auf der... Auf der Autobahn etwas schneller gefahren bin. Aber halt bremsen... Mit starken Kopfschmerzen ist immer bisschen schwierig, aber... Naja... Ich muss alles nochmal neu machen. Den zieh ich mir ein. Und dann muss ich ihnen nochmal eine Rechnung schreiben. Weiß nicht Fahrzeug, wie lassen sie sich abholen oder... Und sie sich abschleppen lassen oder... Wie machen wir das? Äh... Steht ja auf dem Parkplatz. Ich denke, das kann erst mal da stehen bleiben. Ich kann einfach nur einen Führerschein machen. Da haben sie recht. Das können sie ja nicht da stehen lassen. Äh... Angemeldet ist er ja. Unbezahlte Rechnung haben sie ein paar offen, sehe ich grad. Äh... Ja... Die sind... Ist wahrscheinlich grad nicht zu bezahlen, ne? Weil die nicht da sind. Ja, genau. Ja. Aus dem Grund wärs ganz gut. Wir sind immer nur für 5.000 Dollar Rechnung von mir. Natürlich. Wenn sie die begleichen, könnten wir das super. Wenn das möglich wäre. Dankeschön. Ähm... Mal kurz gucken. Wie kann ich rein? In dem Auto sonst... Heute passt es uns. Ja, wir müssen jetzt halt zu Fuß gehen, ne? Aber sie haben ja schon mal jetzt äh... vor kurzem ihren Führerschein verloren. Das sollte ich hier... Führerscheinentzug. Am 13.6. war das. ja eventuell aber warten sie mal hier steht was anderes da steht sollte Herr Fuchs heute den 13.06. bis 23.59 nochmal zu schnell sein dass der Führer scheint zu entziehen das ist nur eine Information gut da ist am 1.06. wurde den abgenommen da warten sie natürlich das hier mal weg aus dem Tablet raus offene Rechnungen haben sie noch die haben sie zu begleichen bis bis zum 20.06. steht hier drin aber ich meine die haben sie ja probiert zu begleichen aber die gehen halt nicht ich lasse das trotzdem mal drin stehen ich schreibe mir eine Sperre also keine Sperre rein du wolltest vorhin irgendwas hast du das erledigt oder ja das ist jetzt zu spät gut dann ist das eigentlich default super dann wünsche ich ihnen einen schönen nach hause gang und wie gesagt keine sperre sie können am führerschein dritten ab machen aber ja ist jetzt auf jeden fall trotzdem eine akte gut wünschen einen schönen tag noch ne ja ein führerschein abnahmen heute der erste die erste abnahme für heute das war gar nicht weg bringen hat er eingeparkt er wird ihn sicher gleich nah machen dann blitze ich die leute doch was den führerschein ganz weg komm unter 3 ski komm passt alter chester muss ich das vorlesen wie wäre es mit einer 67er im pala für erlo haben wir nicht ein 60er im pala also kurz gucken ich glaube wir haben sogar hatten wir haben wir nicht wer war geil ich glaube haben wir noch nicht aber wäre eine geile idee aller chester und vielen dank für 50 euro mit fies da geht es um ein fetter leiter der erste leiter heute vielleicht wird schon wieder rum gut testen und vielen dank leute dass alle mal leichter wir sind gerade bei 4000 likes das push mal auf jeden fall nach oben wir sind fast 7000 fast 7000 da sind mal fast 7000 leute also wuppelt diesen stream nach oben mit einem like das kostet euch zwei sekunden und ihr support ins stream mit kostenlos kuss geht an jeden raus der es gemacht hat ich bin sicher dass die fahrzeug die bieten die fahrzeug die bieten wieder weg stellen ja und das schon wieder eine zone sie die zone weg machen denn support ist kein mord leute auf jeden fall den like button pushen bis er blau wird und bei der polizei anruft das ist wichtig und auch bessere landung wichtig und richtig ja der 1000 ps tester der fährt seine 320 sind wir vorhin gefahren also die jetzt neu eingeschaltet haben der fährt seine 320 das heißt wenn wir irgendwo verfolgen sollten sind wir gut dabei mit dem teil bin ich sehr sehr überrascht dass der so gut fährt der duftbaum hey wenn es wieder bewerbungsphase weiß man nicht das ist auf instagram kann man sehen und sonst auf auf discord discord unten in der beschreibung da sieht man es dann ich muss schon wieder tanken fahren mit der kiste das ist unglaublich das ding frisst so viel also sprit ich tanke ja kein elektro kram rein kein strom ich tue ja wirklich benzin rein tanken vielleicht ist deshalb das problem dass der so viel sprit frisst weil er nicht dafür gemacht ist warte hier die da ich mir verdient ja lustig tanken sogar leute der kollege ja so tesla gehört halt auch getankt ne ich auch jo ahaha eine batterie mit vier radl das ist eine riesen leitbar ja kann man den kaufen noch nicht aber der wird kaufbar sein ja cool ja also die leitbar auf jeden fall er leuchtet alles ja was nicht schlecht da musste ich eigentlich parken hier diese säulen funktioniert auf drei würde ich schauen aber hier noch nicht was ich auch sehr schade finde ach das ist ja B heute hin nicht na sehs so ja ich fahr mal hier ein bisschen aufs land vielleicht finde ich da ein paar Biker die ein bisschen zu schnell fahren schau wir mal letztes mal mich wieder in die Bikerbikes gefahren bin mit Mark Rumpel seinem Auto mit Vollgas da rein so wie hier nichts dir nichts einfach einer Bruder so Leuchtelicht dankeschön für alter 94 Sub auf Twitch ok danke Bruder er macht einfach Twitch Sub mit 499 das freut mich ja man kann tatsächlich auf Twitch kann man mich auch subben wer es noch nicht wusste und ich sehe das auch also wenn da wäre auf Twitch Sub lege es trotzdem vor weil es sieht ganz gleich aus wie wenn wer sich Member holt auf Youtube das finde ich ganz lustig irgendwie es sieht ganz gleich aus hab ich zuerst gar nicht gecheckt hier denk mir warum steht da 499 dran dann weiß ich ja ah ok Twitch hey kennst du mich noch alles Gute zum Geburtstagsnachträcht Dankeschön Enrico ich hatte ja erst ne ich hatte ja erst ich hatte wohl ein kennst Link 28 mit dem Penny 16 Abflughof mit dem Kennzeichen GR Lea LKW 01 Willi Haller Fahndung ca. Willi oder? ne was hätt er sein können hätt hier Glücksreffer sein können dass da wer auf der Fahndung steht oh ich hab ja gar nicht geguckt ob irgendwer auf der Fahndung steht heute das ist ein ganz schlechtes Ding mal gucken hier der Uwe Eisen schon an Andres Robel Jerome Brown Justin Qubi Richard Grey und Matthias Schnitz sind auf der Fahndung schön kein Mark Rumpel mehr den haben wir ja letztes Mal letztes Mal haben sie mich erwischt und die David wieder zurück in Punkt 1 unter N76 zum Mission Mobini ja oh schau Team Floh mit dem Prime Sub danke das ist lustig wenn man das hier vorlesen ich mein es wird nicht eingeblendet aber ich seh es halt ich lese es trotzdem vor weil es süß ist die Prime Subs sauviele gehen jetzt auf Kickstream ne oder halt immer mehr Leute machen das aber die locken halt auch mit Angeboten die kaufen ja die Streamer ein so aber ich find so so Kick ist so ein bisschen so ein Fahr-Dabei-Geschmack weil halt da drauf nur die ganzen Casino-Streamer sind weil sie dort halt Casino streamen können und weil die Plattform von den Casinos gemacht wird ist so ein bisschen Fahr-Dabei-Geschmack aber ich muss sagen wenn man eine Konkurrenz zu Twitches geben würde find ich das gar nicht mal so eine schlechte Idee was sich halt auch so komplett auf also nicht so wie YouTube sondern was sich auch komplett auf Streaming ähm fokussiert ne weil Twitch ist ja komplette Streaming-Plattform das ist nicht so wie YouTube wo du auch hier ähm ne Videos hast und Twitch wird ja mal so ein bisschen blöder also da regen sich die Leute immer mehr drüber auf da gibt es so Sachen die denen nicht so gefällt und so passt ähm ja ist schon cool wenn es da mal Konkurrenz gab das hat ja so ein Fahr-Dabei-Geschmack ne also die Plattform sieht eigentlich gut aus sieht gut aufgebaut aus aber aber wenn er streamen will das ist die andere Frage weißt du was seid ihr vom Kick von dieser Plattform fühlt ihr die gut oder würdet ihr sagen fühlt ihr ja kacke wenn er drauf wär streamt weil ich find also vom Aufbau her sieht's halt aus wie Twitch so und äh ja ich weiß halt nicht ich glaub die Leute trauen sich auch nicht zu wechseln ne weil halt das mit dem Faden weißt du wär dieser Fade-Beigeschmack mit dem Casino-Streams nicht und mit diesen ähm das ist von Casino-Geld aufgebaut worden so wär dieser Fade-Beigeschmack nicht denke ich könnte das echt was reißen ne das ist halt das Ding es könnte was reißen wenn dieser Fade-Beigeschmack nicht wär ganz viele schreiben Mühn hat schon irgendeiner ich hab ich bei Kick hab ich mir nur mal einen Account erstellt dass keiner sich meinen Namen nimmt und damit streamt den hab ich mir nur gesichert den Account-Namen auf Twitch hat sich mal irgendwer Xion gesnackt und dann bin ich auf Kick gegangen ich fand's eigentlich relativ übersichtlich so hab ich da mal einen Account erstellt mhm das ist halt keiner snacken kann den Namen aber ja die meisten schreiben Müll nicht gut Müll, Müll, Dreck gut aber gut wenn schon die wenn schon 90% schreiben dass Müll ist ja Müll und Dreck Much warum können Geister so schlecht lügen weil sie so leicht zu durchschauen sind mehr Witze oh ne Enrico den kenn ich doch schon du musst wie Makana Lump herkommen und die Witze droppen die so unlustig sind und die du nicht kennst ich frage mich bis heute wo Makana Lump die Witze er hat so hier ähm Daggeron Neu ist auch fürs Sum ähm Ace wie vorher auch nochmal gesuppt dankeschön gesuppt ist das jetzt von Twitter oder ist das jetzt von YouTube da steht da Subscription ich weiß es nicht ist das so unübersichtlich so äh Schildi du darfst schönen guten Abend gesünd ich hoffe dir geht's gut auch mir geht's sehr gut Dankeschön Schildi ich hoffe dir auch Liebe geht raus ja ok also wenn die wenn die meisten sagen es ist nix dann ist es halt auch nix meistens aber ich denke mir so würden sie das mit den Casinos dort nicht mal auf kick wäre das vielleicht eine Plattform die es schaffen könnte so Twitch ein bisschen eins auszuwischen aber ja ich finde es muss noch was Neues her ne weil Twitch ist schon so eingefahren äh mir kommt vor Twitch erlaubt sich immer mehr so was die machen die erlauben sich immer mehr aber mir kommt auch vor das liegt seitdem sie von Amazon aufgekauft wurden seitdem ist das ganz schlimm geworden dort aber wenn es mal ne Plattform geben würde die auch wirklich ich sag mal nicht diesen Fadenbeigeschmack hätte einen schönen Aufbau hat und und äh so weißt du dann denke ich mir so das wäre mal cool wenn es sowas geben würde aber das macht halt keiner ich glaube das ist halt so ne Sache des Geldes auch naja die ganzen großen Kickstreamer werden ja eingekauft das finde ich ja auch ein bisschen schade so also was heißt hier schade hat der Twitch auch gemacht aber ich meine halt also wenn die Leute sagen das ist Müll und so und äh ja dann bist du dort eingekauft weiß nicht bitte bau mal Tuning Chip ein bei der Kiste das Ding geht ab sag ich dir die äh Kiste fährt dann 1000 glaub ich ne 1000 sind nicht ich wünsch euch noch mal angenehm wohin gehen so passt auf euch auf Sollen wir mal probieren Leute Tuning Chip in das Ding einbauen Könnts mal probieren Twitch hat neue Richtlinien okay warte mal es gibt neue Twitch Richtlinien die Youtube Content verboten fürs Ty alter wirklich krank das ist also nicht mehr wenn du auf Twitch was hast so einen Moment irgendwo auf Youtube reinschneiden oder wie ist das jetzt ist ja richtig assi hat der grad ein Bili mitm oh gut das das hab ich gesehen Bruder das schau ich mir jetzt mal an das Auto den wagen schau ich mir mal genauer an Kennzeichen C Y U die Leute schreiben ja ist ja richtiger Bullshit und ich wisst ihr noch wo ich mal wechseln wollte wo ich mal so unsicher war irgendwie bin ich jetzt froh dass ich nicht gewechselt bin Mont hat ein Angebot für 5k die Stunde abgelehnt ja aber hey ähm du musst auch denken Mont hat eigentlich relativ gut ausgesorgt ich glaube bei dem ist das egal der verdient so viel Geld äh das juckt dann halt auch nicht mehr immer so ne muss ich halt ganz ehrlich sagen das wäre schwer wenn du käuflich wirst hier drüber klickt würde ich wieder runter fahren guten Tag guten Tag haben wir gesehen sie haben Reelie mit dem Auto gezogen äh ich hab das Auto neu das äh hat ein bisschen viel Power die hab ich unterstützt ich war ich war erstaunend dass das ein Reelie zieht ich komm mal an den Führerschein bitte natürlich du hast das hab ich auch noch nicht gesehen bei dem Auto ne über sowas ja ich war selber überrascht wie gesagt ich hab das Fahrzeug erst gekauft jetzt gerade erst ja jetzt gerade erst ok ist es angemeldet ja ne hab ich schon geguckt ja natürlich ja Carlo Mio ich bin gleich wieder bei Ihnen jawohl Paluten verdient mehr ja gut Paluten der hat ähm der hat doppelt und dreifach ausgesorgt der ist äh stinkreich aber weißt du dass einer denn dann da bei dem fällt es halt nicht auf weil er so understatement ist das ich finde das ist auch so wichtig weil sehr viele YouTubern so flexen halt ist überhaupt nicht mein Stil auch und ich glaube bei Paluten ist das selbe ist auch so sein Stil mit Sachen zu flexen hallo äh ich hab den Herrn in dem Wagen ja ähm hab ich ich weiß nicht 5 Minuten 7 Minuten irgendwie sowas hab ich auch schon mal geblitzt ich hab ihn leider nicht erwischt ne ich hab ihn nicht geblitzt er hat ein Wheelie gezogen mit dem Auto ein Wheelie ja er hat ein ich frag mich ich hab's gesehen das ist aber schon angehalten gerade ah ok ok gut dann gehe ich noch kurz nochmal zu ihr oh ne da gibt es zwei von denen drin im MDT ich könnte kotzen Entschuldigung ich sehe gerade es gibt es gibt zwei von ihnen im 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 Register ja richtig ja da ist äh bei der einen Reise wohl was bieb gelaufen eigentlich hat ein Kollege von ihm mich schon mal drauf angesprochen da wollte ich sich drum kümmern ok das heißt wir lassen die ein wissen sie was ich mache ich schreib in die eine Akte was rein und zwar als Notiz äh bitte in die andere Akte jawohl der Herr im Auto jawohl sie waren vor ein paar Minuten waren sie in der Nähe von den vom Autohaus unten ja das ne unten am Autohaus war ich nicht näher dann der Tragenbahnhändler ja ich sage mal dazwischen irgendwo riecht man so näher Waffenladen der da ist in der Nähe ja das kann sein ja ich glaube ich weiß nicht ob es sie sind zu 100% aber ich habe genau das gleiche Auto ich habe kein Kennzeichen jetzt ähm nur mit erhöhter Geschwindigkeit da waren es irgendwie um die 115 km h gesehen so kriegt sie eben äh na klar das mache ich wie gesagt äh ich werde das Auto erstmal zur Werkstatt bringen weil so habe ich das eigentlich nicht bestellt ok ja wie gesagt das ist nur eine Verwarnung äh sie kriegen jetzt keine Strafe von mir oder so habe ich auch nicht gesehen ähm einfach ein bisschen weniger aufs Gaspedal drücken und dann schauen ne na klar also sie können es wirklich selber ausprobieren das ist wirklich sehr äh sensibel wenn sie mich mal ranlassen würden würdest du gerne mal ausprobieren oder irgendwas nicht still mit dem Auto na klar dann kann ich mal stilllegen das Ding der Spaß dann sollen wir gerne mal probieren uch wo war's denn gerade also sie vertrauen mir dass sie sich nicht kaputt macht ne ja ja ich vertrauen ja ja ich vertrauen mit einem blauen Lambo kennzeichen Revan ja 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 ähm wenn man wenn man das Gaspedal hält dann äh zieht er hoch Ja, wie gesagt, der hat ja noch diese alte Handbremse und die hat sich wohl ein bisschen eingerastet, also gehe ich von aus, deswegen ist er dann hinten hochgegangen. Okay, verstehe. Und das muss ich nochmal einstellen lassen. Gut. Ja, jetzt ist es einfach nicht die Handbremse ziehen im Straßenverkehr. Ein bisschen aufpassen mit dem Ding, eieieiei. Ja, na klar. Gut, dann wünsche ich die schöne Weiterfahrt und fahren Sie vorsichtig. Jo, danke. Lass Sie das Auto auf jeden Fall angucken. Das mache ich, danke. Dass sowas gibt das Teil, ne, wie das einfach abgeht. Gut, äh, Konsti, danke für's Prime Sub. War so schwarz und hängt an der Wand. Schlechter Elektriker. Boah, ist das schlimm. Eieieie. Eieieie, schlechter Elektriker. Das ist, das ist schlimm. Das ist richtig schlimm. Aber ja, dann bist du wirklich ein schlechter Elektriker, wenn du den Strom davon nicht abstellst. Oder guckst, ob da Strom drauf ist. Das ist ja immer, ich hab immer geguckt, ist da Strom drauf. Immer geschaut. Ja, ich, äh, ich, äh, ich, ich, ich kann, ich kann Lampen selber anbauen. Ich hab im Haus hier überall die Lampen selbst angebaut und war sehr stolz drauf. Aber ich glaub, Lampenanbau ist eines der einfachsten Sachen. Äh, Philipp, auch ein Prime, Dankeschön. Prime Subs. Ich glaub, das ist das Schöne, bei YouTube ist es sowas von egal. Du kannst auf YouTube einfach sagen, danke für dein Prime. Das stelle ich mal vor, dann ist das auf Twitter oder so. Deshalb, YouTube ist so frei, was das Streamen betrifft. Ich verstehe nicht, warum viel mehr Leute einfach auf YouTube streamen gehen. Das Einzige, was ich halt schade finde, ist halt, dass die Videos untergehen. Das ist das Einzige. Aber da müsste man sich... Also, würd ich, glaub ich, von heute neu anfangen, würd ich, glaub ich, einen Streaming-Kanal machen und einen Videokanal. Ich glaub, da würd ich voll... Wobei ich das wieder dann blöd finde, dann holen sich Leute, äh, Mitgliedschaft auf dem Hauptkanal, haben dann aber wieder auf dem anderen Kanal keine Mitgliedschaft, was ich dann auch wieder Kacke finde, ne? Das ist halt so ein Hinher. Aber, was ich halt cool finde, YouTube hatte damals eine Streaming-Plattform. Wisst ihr das noch damals? YouTube Live. Das war, äh, eine abgeschottete Plattform, wo es rein Streaming-Sachen gab. Das heißt, das war eine eigene Seite von YouTube. Die haben sie aber eingestellt. Und ich glaub vielleicht, dass das für heutige Sachen gar nicht mehr so schlecht wäre, wenn sie das zurückholen würden. Dass man sagt, man macht, ähm... Vielleicht ist es, dass man es nicht YouTube Live nennt, aber einfach die Plattform anders benennt. Wisst ihr, was ich mein so? YouStream oder irgendwie sowas. Irgendwie was cooles Neues. Und dann hast du eine richtige Plattform so aufgebaut wie Twitch fürs Livestream. Ich glaub, würdest du das heute zurückbringen, wär das richtig geil. Ich glaub, da würden auch ganz viele Leute wechseln zu YouTube. Bin ich mir ganz sicher, wenn sie das machen würden. Weil YouTube ist, also, wirklich, gar nicht mal so schlecht, die Plattform. Ich find halt nur das mit den Aufteilungen, Videos, Streamen, bisschen blöd. Aber da haben sie jetzt eh schon ein bisschen nachgebessert, ne? Aber trotzdem. Ja, es gibt ja verschiedene... Ja, die Tabs, aber ich find, das ist nicht schön gelöst. Ähm, ich pisst das auch an, weißt du, ich geh auf YouTube. Das erste, was ich krieg, ist Shorts. Weil ich YouTube öffne, ne? Auf der App. Triggert mich enorm, wenn das nicht öffnet. Weil ich mir so denke, da gehen doch die ganzen coolen Videos unter. Weil die Leute öffnen YouTube. Und kommen dir in die Shorts rein und sehen ja gar nicht die ganzen Inhalte, die jetzt auf YouTube neu sind oder so. Die, die, die sind dann in Shorts vertieft und sehen vielleicht die ganzen coolen Inhalte nicht. Das heißt, Shorts, die halt viel weniger Arbeit brauchen, werden mehr vorgeschlagen dann halt als Videos. Und das finde ich ein bisschen schade jetzt bei YouTube. Das haben sie schlecht gemacht. Tuning-Chip. Ja, mach ich dann. Ich fahr dann rüber, Leute. Okay. Wir testen das heute noch. Ich fahr noch ein bisschen auf Streife. Das ist eine dumme Umsetzung. Hätte ich so nicht gemacht. Aber ja. Da wollte YouTube ein bisschen auf TikTok machen. Aber hier hinten halt mehr die Videos sind und das ist halt auch schade. Ey, was ist denn hier los? Hier, ihr. Ist ja sauer. Ist ein Unfall, ne? Hat sie gebrannt? Wie bitte? Hat sie gebrannt? Ey, wir haben einen Gefahrstoffunfall. Da dreht ein giftiger Stoff aus dem Kesselwagen aus. Also, da kann man jetzt nicht weiterfahren, ne? Ungünstig. Ja, gut. Am besten über Sandy fahren. Ja. Okay, danke. Danke. Gasaustritt an dem Ding da vorne. Geil. Das heißt, wir fahren mal weg. So. Passiert. Jetzt habe ich ganz viele Prime Subs hier. Junior, Fischer, Luke, Katze, Philipp, Konsti. Dankeschön. Ähm, Floran. Angle ist wieder dabei. Aber ich kenne dich noch. Ich sage mal Angle. Ne, Florian. Nicht Florian. Florian. Da steht jetzt Florian. Nicht Florian. Ange. The Angel. Äh, kennst du mich noch? Habe den Plüscher gekauft und heute Morgen bekommen so kuschelig. Oh, das freut mich. Liebe und Kuss geht raus. Alle sind Plüscher willkommen. Boah, das ist doch ganz schön knapp an der Zapfsäule. Ja, dann fahren wir mal runter und testen den mal, ne? Mit Tuning-Chip, was der so fährt, der Wagen. Aber da muss ich ganz runterfahren, Leute. Das testen wir jetzt, okay? Habt ihr da Bock drauf? Alle mal eins in den Chat, wenn ihr Bock drauf habt. Ja, ich hab noch immer meinen Taser nicht geholt. Ich weiß. Ich muss mich eigentlich drum kümmern. Ich weiß, Leute. Ich bin ein loster Dude. Leon Demand. Ich weiß auch nicht, wann die nächste Bewerbungshase ist. Aber, ähm, auf jeden Fall nachgucken, Discord oder Instagram folgen. Da wird's immer angekündigt direkt. Enrico, den kann ich leider nicht vorlesen, aber vielen Dank. So. Flo zockt auch noch mal gut. Dankeschön. Lieber ein Haus im Grünen als ein... Okay, ich werde auch nicht vorlesen. Alter, das habt ihr alles für Witze, Bruder. Das ist unglaublich. Einzeichen Big-Trennung, die. Eins in Chat. Ja, da sind ganz viele Einser. Da fahren wir rüber. Komm. Die Leute wollen 10, wie schnell da... Aber ich bin auch gespannt, was so ein Elektrom in den Grünen fahren kann. Schauen wir mal. Checken. Das sind Schnicken-Checken. Geh? Ja, geh mal Schnicken abchecken. Fluffy auch Prime. Dankeschön. Das ist von Walmart. Kennzeichen Zoe. Auch raus. Bei mir ist YouTube abgestürzt. Beste. Stimmt, NOS-Flasche. Ey. Jetzt aber mal legitimerweise. Kann man NOS-Flasche in die... Ja, jetzt geht doch, ne? In die Elektroauto NOS. Ich glaube, es kommt halt hinten nichts raus. Aber ja, das testen wir mal. Das ist ja zu lustig. Wie viel Geld hat Sven Rumpe? Ich kann mal gucken. Sven Rumpe. Was? Wie viel Geld haben wir denn? Auf ganz entspannte Rino hat Sven ganze... Ah, nee, das war Transaktion, Transfer. Ja, bisschen was über eine halbe Million. Eigentlich so 600.000. Ja, 600.000 hat er. Bisschen was drüber. Zucker. Mehr als Mark Rumpel derzeit besitzt, ne? Darf man nicht vergessen. Martin auch geprimed hat. Dankeschön. Und die ganzen Primestation. Ich versuch's nicht. Darum das Dingsbruch. Dankeschön. Oh, oh, oh. Und halt immer was dazwischen, ne? Front, weg. Front, weg. Hey. Von jetzt hin kann man die Fläscher. Du spätstisch werden. Verhatschen soll er höher. Wen wollen Sie denn jetzt anhalten von uns? Den Herrn da vorne. Den Herrn da vorne. Den Herrn mit dem Jonas-Kennzeichen. guten tag bitte mal die fensterscheibe runter genau ich komme an den führerscheiben bitte zu schnell gefahren mit über 200 geblitzt im 130er dankeschön herr jonas frost ich bin nicht wieder bei ihnen ja jetzt sind wir da hinten reingefahren ich könnte kotzen alter ist der lkw hinten drauf gefahren ich könnte so kotzen jonas frost er frost fuhr am 27 6 das war gestern zu schnell fahren bitte den führerschein erneut entziehen und eine 48 st sperre ja gut das aber nicht nur so schnell gefahren das heißt er bekommt wird 230 innerorts das aber 80 der ist der führerschein aber eigentlich wo man sie nicht abgenommen gut das ist über 200 gefahren wir haben jetzt mal 30 das 60 können wir sind 4000 dollar so wir sind schon wieder das sind einmal 4.000 dollar straf aufgrund dessen dass sie über 60 haben wir auch gefahren sind über 200 im 130er schreiben das gleich mal auf haben sie noch die unbezahlte rechnungen ja eine ok alles klar wieder mal die rechnung begleichen und dann haben wir das problem schon vollendet und sie müssen aufpassen weil sie von gestern geblitzt mit einer sehr hohen geschwindigkeit wir sind sie da überhaupt rauskommen sind damit über 200 im 80er geblitzt worden das war anders gestern ja da steht was im eintrag ich kann sie mal vorlesen herr frost vom 27 6 23 mit 299 kam mal innerorts aber innerorts ist ja mit 80 begrenzt wir sind sie da rausgekommen ohne dass sie da jetzt irgendwie ein führerscheinabnahme dings hatten weil das ja führerscheinabnahme gelesen habe ich hatte eine führerscheinabnahme ach so die wollten draußen in der sperre ja 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 da steht noch mal sollten sie doch mal so schnell fahren bekommt eine sperre die nächstes nachdruck wird so stunden alles klar gut du wirst ein bisschen langsamer unterwegs sein jawohl super sie eigentlich nicht mal irgendwann dufteln wenn sie so schnell reden das ist eine gute frage ich war eigentlich nicht mal was ist mit dem kollegen hier vorne warum halten sie an wollen sie uns auch gleich noch mal eine führerschein kontrolle wenn sie schon so warten dann hätte ich schon mal den führerschein gesehen ja wir sind doch hier zusammen gefahren wenn sie das unbedingt wollen ja allgemeine verkehrskontrolle noch mal einen führerschein von den dankeschön ja sagen sie mal können sie eigentlich woanders noch aufladen als im autohaus was kann ich ich mache das immer mit einem benzin kanister max bryan walker hatten wir den walker auf der fahndung alter ich habe heute schon so viele walker gesehen ich dachte mir so max walker es gibt so viele es gibt so ach jetzt gehe ich das hier schon hier ein heute schon der dritte walker der vierte walker glaube ich ne den ich heute schon anhalte dieser name ich denke die ganze zeit daran dass ich ihn irgendwo schon gesehen habe aber ja ich immer noch von ihr gehört habe ich nie gesehen habe gut ja hier so ja nicht hier ja kriegen sie ihren führerschein wieder ich habe mal ganz kurz das kennzeichen durch das ist ein bmw ist aber kein bmw 1 bmw ja ich bin aber ein bmw schwarz goldene lackierung das passt so weit super da müssen eine wunderschöne gute weiterfahrt von der fahrer richtig fahren so langsam ist unser führerschein so schnell weg was ist das ding ja ja aber was ist das ding ich will auch mit hören dass das probleme mit ihrer karre uns hinterher fahren da hört man nichts anderes außer nur das blaulicht und das einzige was man die sirene und das einzige was man sieht ist das blaulicht ja das ist schön ne ist zum anpirschen ganz gut ja das ist das problem ja das ist doch gutes problem stellen sie mal vor da läuft ein fußgänger über die straße und sie fahren elektroauto und der hat kopfhörer drinne ja das ist er war schuld ganz ehrlich er kann doch links und rechts gucken ja moin der kopflose war mein gegenverkehr gefahren mein absoluter traum der double time ja dom das dings muss auch noch dabei dank für einen euro sieben cent vielen dank picke 17 geworden bitte wie geprimed dankeschön enrico was haben flugzeuge und frauenslips gemeinsam das sind alles so witz und die kann ich halt nicht vorlesen aber dankeschön enrico es ist sehr nett von mir er probiert zu bleiben so flo zock fluffy noch mal geprimed habt martin noch mal geprimed habt danke auch dafür noch mal ne lieber ein kuss jetzt ein prime sabbler seit wann ist wenn eminem 2.0 ganz schön gedouppelt heimt gerade eben jetzt test mal die kiste aber jetzt ist mein jetzt weiß ich ist meine heckscheibe halt wirklich kaputt sollen wir mal zum mechaniker fahren und fragen ob er mir mal den kratzer hinten wieder aus verlieren kann und sagen aber die heckscheibe ist ganz normal dass gar nichts dran die heckscheibe war schon so da ist nichts dran er noch im chat er noch ja auf 3.0 gibt es ein erner easter egg gibt es dann ein erner stack gibt es ja ein erner erner du musst essen ja du die anzahl geht ja noch ich habe da auch über rot gefahren schandl ist da kompletter rino ja danke schandl fürs kompletter rino und nie so viele ampeln auf einmal gesehen ihnen geht der rp karlas repariert karlas tauscht aus seid echt ich muss echt anrufen karlas äh der hat das führerstand ne den königseck hab ich nicht geblitzt ich hab nur den hintersten geblitzt aus dem grund konnte ich dann nichts machen königseck schade schade marmelade ich hab den königseck also ich hab vorne einmal geblitzt aber hab ich nicht gesehen wie ich geblitzt hab und dann hab ich gesehen ich aber als hinteren geblitzt hatte und das war der hat mit seinen 200 na 200 irgendwas war dran das war der hinterste der gefahren ist in dem fall war das halt der p1 deshalb hat er seine strafe bekommen erner alle mal bitte in erner im chat ja das ist saumäßig wichtig die erner erner im chat ja das ding fährt so schnell wer hat hier 150 hinter mir ui 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 linke 56 kurz 10 10 mission row ich kann gerade aus dem nichts der bry wissen wir was ich fahre zuerst mal ohne tuningchip ja dann mal mit nitro und dann fahren wir das ding mal ähm mit tuningchip ok und nitro hätte ich gesagt oh da steht schon wieder lkw komplett total schaden die ganzen erners im chat ja wir brauchen erner merch so alte oma erner erner alles klar leute ich schalle durch also hier vorne ist ja abbremsen so jetzt schauen wir was der wagen gerade ausfährt was er kann alter wie der schon in die in die pedale drückt hier er hebt gleich ab so flügel dran bauen die hat 250 felser ein bisschen schneller als auf der normalen autobahn 2 300 302 304 306 39 was mich so ein bisschen 3 11 3 13 ja ist ok ne also geradeaus 3 20 3 20 maximal aber halt mit glück 3 20 ok jetzt probieren wir es mal mit einer nitro flasche achtung ich muss mir das leider geben weil ein polizist darf kein nitro benutzen eigentlich wir zwei fläschchen ok dann ziehe ich die mal durch und schau mal ob es überhaupt funktioniert ich glaube bei elektroautos geht das ding ja gar nicht so wir testen es mal wenn ich dann oben auf 300 bin zünde ich das nitro durch und schaue ob das funktioniert beim elektroauto wäre lustig wenn schon lange her dass ich das mal probiert habe ich glaube ich habe das schon mal probiert aber ich habe halt schon lange ausprobiert ob es überhaupt noch geht vielleicht gepatcht so und die richtung ist ja langsamer ne sehe ich gerade es geht halt wirklich 380 bisschen was über 380 krass geil ok jetzt mit tuningchip mal probieren und dann probieren wir tuningchip zurück mit nitro ok ich tue zuerst ohne nitro die hinfahrt und dann mit nitro die rückfahrt ist das glaube ich testbar mal 0 bordpad angemeldet äh nicht angemeldet das kann ja so gut gehen ja fahrzeug nicht angemeldet nicht versichert und los ach du kacke ach du kacke ach du kacke ist das schnell alter ist das schnell huch also warum ist der so schnell mit nitro ohne nitro mit mit tuningchip meine ich sogar noch mal das ohne das mache ich lieber nicht das ist das instabile nitro das machen wir nicht oh mein gott war das kacke ich brem es lieber mal ab ich will nämlich nicht drauf gehen mit der kiste ok das ist krank im einsatz ich muss da hinten so jetzt mal probieren mit nitro also das wir müssen mal aussteigen oder mal einsteigen glaube ich so die nosflasche einbauen und ab geht die luci oder auch nicht boah ist das schnell ach du heilige erdnuss ist das schnell langsam langsam bremsen 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 ok ich hab ich hab's probiert es ist sehr schnell also ich hätte es mir langsam mal vorgestellt ich dachte so 500 vielleicht aber über 700 grad gefahren krank natürlich im ausbauen wir gucken mal dorthin ach 10 km da fahr ich jetzt nicht hin das ist ja da oben ist war es doch schon krass da muss ich schon sagen heftig so habe ich werkzeugkasten natürlich nicht wir müssen jetzt mal werkzeugkästen holen muss ich mich mal meine dings reparieren lassen ok ich sag mal nix dazu ich sag mal gar nix dazu was 793 fast auf die 800 gekratzt alter schwede und letztes mal haben wir so gespettet aber der rekord lag ja bei 1300 irgendwas ne unser bis jetzt höchster speed rekord 1370 oder so hatten wir mal drauf oder 1300 oder 1350 oder sowas in der art die vorinformativ fahrzeug mit dem gemeldeten kennzeichen ist immer noch vor ort mhm aber ey das ist die schöne zahl 793 für so'n tesla mit nitro was überhaupt keinen sinn ergibt aber hey es ergibt halt voll voll bis hin welchen tee sollte man besser nicht trinken tnt das ist ja danke danke bruder enrico vielen dank enner leopard auch ein prime sap dankeschön vielen dank die leute schreiben du musst essen ne das geht nur 15 minuten so gut bis ich was essen muss aber ich muss was zu essen kaufen weil ich nichts mehr habe zu essen schau mal ich habe nichts mehr zu essen null das einkaufen dann das mache ich nachdem ich beim mechaniker war meine Heckscheibe ähm boah der wird mich so auslachen dafür mit der Heckscheibe weil wir vorhin darüber geredet haben wenn ich gesagt habe ne ne ist nur der kratzer mhm schau mal halt das kriegen wir hin sonder er mit tuningchip ohja er mit tuningchip taser taser muss ich auch nur holen ich weiß ich bin ein loster dude ich habe so viele sachen nicht dabei die ich jetzt bräuchte aber ich wollte meinen taser auch nicht abgeben aber ich musste ich wurde gezwungen weil sonst hätte er keinen gehabt der hätte sich wieder aufgeregt drüber nächste dienstbeschwerde grad reingekommen ja der kollege regt sich wieder auf weil er den taser nicht bekommen hat so ist Matze ne Matze ist nicht da short guten tag wo war das nicht der geflüchtet ist der Wagen no way out keine ahnung ob das der war er hatte ja kein kennzeichen glaube ich dran gehabt ach warte mal hier so wusste ich das ein tesla so schnell das er mit dem tuningchip immer er Matze ist draußen dann soll er rein kommen kann er sich die scheibe hier angucken hallo ein wunderschön wie kann man ihnen helfen meine Heckscheibe ist kaputt gegangen weil mein LKB reingefahren ist und das ist auch ein kratzer im Heck drin und hat die scheibe gehört gewechselt das ist alles ja ok ich brauche mal eine neue scheibe danke aufs scheißhaus proxify genau den witz haben wir vorhin schon bekommen aber dankeschön proxify danke nur für 1€ wie ein Darm weil ich muss ja hier auf Toilette bin ich wieder da ich geh nur ganz schnell aufs Klo in der Zwischenzeit äh könnt ihr ja gerne vorbeibuppeln auf meinem Instagram oder ihr könnt auch vorbeibuppeln auf meinem Discord Link unten in der Beschreibung oder ihr könnt in der Zwischenzeit auch mal gerne ein Like da lassen naja hier bis gleich beim aus Schnell bis gleich bis gleich bis gleich bis AG bis, bis bis Linke 56 Bekternate. Das ist ein Tor, die Tandelfschreife. Das ist ein Tor, die Tandelfschreife. Stoff, Tandelfschreife, abfahrt, Kennzeichen, SICK, K. Äh, zweite Einheit bräuchte ich hier, 4-4 schon. Pass auf, der Schiff geht jetzt, ich bin hinter dir. Ja, ich bin schon vor Ort. Kann schon mal jemand eine zweite Einheit wie besetzt nicht? Ich hab halben, danke. Ich mach. Ich mach. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Check, ich stehe mir der 2. heiß bezüglich von euch. So. Noch weitere Unterstützung benötigt? Negativ erstmal noch nicht. Ja, Pegida kommt gleich zu dir. Der braucht erst eine neue Stoßstange. Das ist ja unglaublich. So. Jetzt muss ich aber echt mal was essen, dann so langsam. Geht vor. Das ist der Sound auf der Spende. Bin auf dem Highway 180 gefahren. Also, ich soll aufmachen, oder? Ja, ich hab den Universal, Dietrich. Alles gut. Grüße Sie, Herr Kollege. Was erzähl? Ach, grüße Sie. Das ist nicht der Kollege. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Das ist der falsche. Ach, den Herrn hab ich gestern auch schon angehalten. Er ist gestern vor mir am Hafen gegen die Einbahn gefahren. Ach, schön. Na, na, na. Er wird sein Frühwahrscheinlich mehr verloren. Oh. Äh, das wird dann 1000 Dollars machen. Hat sich jemand um den Despatch gekümmert, mit der Mechanik an? Ja, wo ist die Karte? Ah, liegen Sie mir in die Aideos-Karte dabei. Ach, so. Alles klar. Ja, dann, dann nehm ich dann raus. Dollar nicht einmal auf was haben, wenn man dann genau so ist es. Alles klar. Ja, alles gut. Auch eine gute Weiterfahrt. Ich verstehe zwar nicht, wie man Tesla fahren kann, aber ja. Wo kriegt man einen? Ja, ich wusste ich heute gezwungen. Von PD. Gezwungen? Ja. Ich würde eine DAB machen. Ja. Oh, nee. Hm. Es ist ein Wun-Kurz-Töntin. Hm, geil. Hm. Mhm. Boah, ist das geil. Hab mal das Schinken. So wie die Deutschen sagen, Pfannkuchen. Äh. Weil es ein Kuchen in der Pfanne ist, deshalb heißt das bei uns Pfannkuchen. Bei uns heißt es Ballatschinken. Ich weiß auch nicht, ich bin mal... Warum heißt das in Österreich Ballatschinken? Was? Ballatschinken. Aber warum heißt das so bei uns? Wer hat das erfunden, das Wort? In Deutschland einfach Pfannkuchen. Weil es ein Kuchen in der Pfanne ist. Ja. Aber Ballatschinken ist schon ein lustiges Wort, muss ich schon sagen. Hat sich irgendwie was Lustiges einverlassen in Österreich. Hey, Schildi. Den kann ich auch nicht vorlesen, aber Dankeschön, Schildi. Sag mal, ihr bringt Witze, die ich nicht on-stream vorlesen kann. Das ist unglaublich. Sonst soll ich aber wirklich mal was zu meckes, gehen wir was essen. Weil, Alter, ich schrecke hier sonst ab. Bruder hat gar kein Essen mehr dabei. Aber mal Sven-Rumpe komplett auf Diät. Nichts mehr am Essen. Das ist doch Eierkuchen. Aber komm, wer sagt denn sowas? Ich esse jetzt erstmal einen Eierkuchen. Dann dreht sich der Chat auch nicht mehr auf, ne? 100%ig ist der Chat gerade ausgestellt worden von dem Mod, weil alle geschrieben haben, Essen, Essen, Essen. Du stirbst sonst, Essen. Du stirbst sonst. Was ist jetzt das Essen? Was ist denn mit Robert? Das soll mit Robert sein? So, geh mal Blitzen... Oh, ich muss schon wieder tanken. Ich muss ja alles... Blitzen, tanken, essen. Vielleicht auch noch was essen. Oh, wie ich mich das falsch machen, mit dem Ding. Ich bin gelebent, ich kann kopieren. Mein Gott. Ich will gar nicht wissen, dass wievielte mache ich das Ding schon heute auftankt, ne? Zu oft schon getankt heute. Das ist der Sound, ich will spenden. Tillson, wenn ich alt genug bin, ist mein Ziel auch nach Österreich zu ziehen. Das ist natürlich ne super Idee. Sorry, Hunger und Durst in New Life. Können wir so ne Herzregel machen? Wir machen mal ein Like, halt komm, wir hauen mal sowas raus. Ey, ich darf, ich kann nicht diesen Knopf rücken, das verstehst du da alles. Hauen wir mal raus hier. Ich fahr so kacke gerade, weil ich grad esse. Ich bin wieder fast drauf gefahren da hinten. Ich glaube, ich stelle mich vorne hin, wo Andel immer blitzt mit seinem Pediler und chill dort einfach ein bisschen. 163, ne? 163 da vorne. Wenn das Matze ist, lache ich. 100 pro Matze, oder? Gucken wir mal. Das Auto gehört. C011. Oh, C01001. Matthew Butcher. Ist das nicht Matze sein Charakter? Matthew? Doch, klar ist das Matze. Das müsste Matze sein. Oder? Matthew Butcher. Nur ein Matthew. 163, das gibt ne 3000 Dollar. Na doch, 3000 Dollar sind das. Guten Tag. Schönen guten Tag. Ein bisschen schnell unterwegs, ne? Das kann gar nicht sein. 163 im 130. Jetzt krieg mal nen Führerschein bitte. 163? Ja. Unter aller Sau ist das. Das 130 ist da, ne? Ich müsste aussteigen daher. Können sie ein bisschen weggehen, sonst würde ich in die Türe in die Nase klopfen. Na gerne. Wollen wir ja nicht. So. So, dann schauen wir gleich mal. Ehm, Führerschein bitte ich machen. Bitte schön. Genau. Ich bin gleich wieder. Oh, krieg ich sie bitte nochmal. Ich hab ihn runter fallen lassen. So. Danke, ist sehr schön. Ich lag am Dreck. Danke. Dann können sie wieder einsteigen oder draußen stehen bleiben. Ich bin gleich wieder bei Ihnen. Jawoll. Jetzt schauen wir mal, was er auf dem Kerbholz hat. Ich wusste gleich, dass er Batscher heißt. Matthew Butcher. Daher Batscherl. Batscherl. Batscherl ist ein geiler Name. Oh, jetzt habe ich einen Nachnamen für meinen neuen Charakter. Batscherl. Thomas Batscherl, bitte. Führerschein dazu. Ah, er hatte schon mal. Guck. Bitte was? Am 15.12. Suizidgefährdet. Mr. Batscherl ist Suizidgefährdet. Das steht da drin. Am 15.12. Der hat noch einen Führerschein. Und Mark Grumpe durfte, Mark Grumpe durfte monatelang nicht fahren, weil sie gesagt haben, ich bin komplett blöd im Schäden. Zeit ein oder auswärts. Ja, 300 plus 130 ist natürlich auch ein tolles Ding. Überbrecherische Flucht, wüsste ich auch nicht, dass er hat. Na gut, aber sonst ist alles okay hier, ne? Ja, der ist jetzt für den Casino. Ich bin höher. Ja, ich sehe ihn. Er ist weiter aufgefahren. Ihr müsst euch gleich entgegenkommen, Mann. Der Wurt. Ja, jetzt Mautstelle. Ja. Sie haben gerade wirklich Glück. Da ist gerade eine Verfolgung, wo ich mich anschließen werde. Jetzt gleich Abfahrt East-Easterway. Ich freue mich. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Weiterfahrt, ne? Dankeschön. Jetzt halbem Kühlmitte abgeschaut. Wendet jetzt auf dem East-Away wieder stadt einwärts. Mit dem 675LT. Aktuelle Geschwindigkeit. duo 2-Hundert 20 100 Grohse Hinsichtlich! Weiter Stadt einwärts fährt, linke 5.6, äh, näher Pilborks, könnte Nagerbänder legen. Ja, der fährt weiter Stadt einwärts. Pi ist zu schnell. Aber er ist zu schnell. Nicht unten, vor allem nicht unten am Pilbock. Ähnlich mit einem Action-Jungs! Der bleibt hier heiß, Peter. Er fährt jetzt ab hier bei der Ausfahrt kurz vor der Stadt. Äh, wir haben Praktikett. fährt hoch Richtung Taxi Cap Alter, mich dreht's ein mit der Kiste fährt hoch Richtung Casino, beim links, rüber im Taxi Cap vorbei, Richtung Norden Richtung Nationalbank mein Gott, ich hab heute den Frosch im Hals fährt rechts Richtung Casino Casino vorbei, wieder Richtung Easterway fährt hier auf dem Easterway schon auswärts ein aktuelles Blitzer, Blitzer postiert weiter Richtung Easterway fährt jetzt auf die Brücke Richtung Stay Cliven Underwood, ihr seid bereit? ja, wir sind jetzt hinter euch ich überhole mich, check ich werde auch abbremsen können ich werde auch überholen, auch wenn du überraschenderweise geblieben bleibst ist das Ding von dem nicht schneller oder gibt der nicht Vollgas? das Ding fährt knappe 300, das Ding fährt nicht schneller ich tue das Ding selbst 110, glaube ich, maximal kann ich da mal am Kronenweg dranbleiben gefühlt ich hab ja auch schon meine Probleme mit dem, was ich im Mustang war aber wenn ihr wollt, kann ich auch gerne abziehen wenn ihr ohne mich genau ne, ne, ne bleib mal lieber dran ich bin jetzt ein paar Lieder drin alle Einheiten dran ne, da war ich mal einen Funken ne, wir sind zu viert, ich passe High Concentrated Ausgewischt mit den Dingern Ich glaube eher, das Ding ist nicht vollgetürt Das Ding fährt absolut gar nicht schnell Der fährt ja nur 2,70 oder so Doppelt Das Ding Also ich muss gleich tanken gehen auf jeden Fall. Ich habe noch ein bisschen mehr die Hälfte. Linke 56, 1086, am Hauptplatz mit einem Ferrari Kennzeichen, Duoloa, wo ich dann mal bekam, du warst ja was damals. Ich habe hier Duoloa. Ich habe hier schon nichts. Street, fahr du hier rechts raus dann. Ja. Street, fahr du hier rechts. Street, fahr du hier rechts nach oben. Du, 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 du. Du, 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 du. Seid ihr? Altes Spannys. Altes Spannys rein. Altes Spannys einmal durch. Rechts runter Richtung Arbeitsamt. Arbeitsamt rechts Richtung Abschlusshof. Gebrauchswagenhändler Norden hoch. direkt mit dem hauptplatz wieder recht mit den nomination weiter gerade durch die verkaufsstelle ja foto studio passiert links die betrachtung vorbei wieder links ist der hauptplatz tanke auf dem langen rennt wieder zu hauptplatz er braucht es nicht mehr wenn wir das machen Hey Oh, ich werde das PG-Ton Da bekommt man den Nahgewöhn anlegen. Wahnsinnig. Ja, und wenn du wieder vorbei bist, darf ich schreit. So, hat der Aufschluss wieder vollgetan? Ja, äh, altes Kartell anwesend, hoch Richtung Eclipse Tower, rechts Richtung Tiki-Lalaba, weiter gerade durch Richtung Nazio. Was, die Verfolgung bitte? Krank. Jetzt bei McDonalds, McDonalds weiter Richtung Nazio. Was hier passiert? Langsam mal fährt in die Nazio-Göpnalbankgasse. Links durch das Parkhof bei der Nationalbank. Wieder rechts runter Richtung Süden, Richtung Waffenladen. Wieder nach Norden hoch. So dort. Alles gut. Fahr. Wolle ich nicht reinziehen. Das ist der Sound, du, wie schwindig. Dankeschön, du schließt dich vor. Siehst du den noch? Ja, ist im Morrow Park rein. Ein, äh, um der See? Südlich um der See, fährt jetzt wieder Richtung Katerschstraße. Ist der rechts oder links? Reppi die Blicke. Richtung Hauptplatz. Check, ja, den willst du grad nicht ran. Ah, da war noch hinten durch. Stecks Kopfloser. Inge 56, 10806 ins. Danke fürs Backup. Bitte funken. Jo, fährt Wärtransport weiter. Wärtransport nördlich hoch. Ach du Kacke. Aber vielleicht Hobbs noch mal auf Drowder oder so. Aber das muss Hobbs entscheiden. Mega, ich bin gerade in Mission Rock. Entfernt ihr bitte? Ja, ich hab Senpai halt, aber aktuell kann man gerade nix. Fehlbox runter, vielleicht für uns. Oh! Eieiei. Gut? Ja. Fliebler rechts, bleiben wir ein bisschen stehen gucken. Auf Freeway Delpero westbound. Gegenüberkehr. Fährt südlich auf dem Freeway Richtung Airport ab. Immer noch im Gegenüberkehr. Fährt jetzt auf dem unteren in der städtischen. Immer noch Richtung Airport. Ab den 1020. Fährt vom Freeway wieder ab. Reichtum... Wachstraße. Alles Pennies. Softbound. Reichtum Jobcenter. Jetzt tanken. Eiei, ihr müsst jetzt vorne wieder fangen. Ich hab nicht mehr so viel Zeit gebracht zu euch. Ja, wieder Richtung Hauptplatz. Gleich fließe Hauptplatz. Passiert. Weiter Richtung Mission Road Brücke. Die rechte negativ weg. Link ab. Mach Steiner Tankstelle, danke. Jetzt wieder rechts, äh, linke mit dem Road PC Brücke. Ich hoffe wir bleiben dran. Das ist richtig geile Verfolgung halt gewesen. Jetzt am Mission Road links, hinter das Mission Road. Jetzt genau hinter Mission Road. Jetzt rechts zu dem Parkhaus. Die kleine Straße zieht weiter durch. Da steigen die Ficks um. Ah ne doch nicht. Jetzt wieder geschwungen, Vista Way. Jetzt wieder geschwungen, Vista Way. Jetzt wieder geschwungen, Vista Way. Und dann rein. Wieder mit dem Hauptplatz raus. Ich hab kein Tank mehr, glaub ich. Er müsste hinkommen. Ich hab auch mit nem fast vollen Tank gestartet. Er sieht so aus. Infantiv. Ist nur... Der Weg ist nicht weit. Der gibt's nicht am Mission Road. Ja, das ist ein nicht so weiter Weg. Ach, den hab ich vorhin den Führerschein entzogen. Ja. Entschuldigung. Ich hab, dass ich eben grad so gewendet hab. Alles gut. Ich hab den den Führerschein entzogen. Ach ja. Jetzt hat er auf jeden Fall keinen mehr. Der Herr, wo ist denn Ihr Personalausweis? Links vorne. Brief, dann schön. Links vorne. Schauen wir mal. So. Der Herr Nala Fuchs. Alles klar. Gut. Dann such es noch einmal. Schon wieder. Sicher. Mein Gott. Fuchs. Ja, er hat keinen Führerschein. Also hat auch nicht nachgemacht. Ja, er hat keinen Führerschein. Ja, weil ich ihn in den Fall abgenommen hab. Und äh... Ich vermute, das war der Grund, warum er aber auch weitergefahren ist. Ich denk für die Texte in dem KAUD. Abends was. Ja. Schönen guten Abend. Na gut. Ach, du bist ja die Texte. Leute, der hat den wiedergefahren, ne? Link hilft ihm mit einem 1086. Mit einem Trap-Roller. Am Bürgernach. Hat jemand von euch zuvielgeweißen Werkzeugkasten? Leider nein. Naja, mein Freund verbraucht. Sorry. Äh... Schade. Stimmt. Irgendwas kaputt, was davor nicht kaputt war. Ich müsste auch mal wieder welche holen. Ich bin ehrlich. Weißt du, was mich... Weißt du, was mich richtig anpisst? Dass oft Sachen nicht kaputt sind, auf einmal sind sie kaputt. Weiß ich nicht. Seit wann haben wir nen Tesla MPD? Seit heute. Geil. Für die Zukunft. Für die Zukunft. Für die Zukunft. Die Zukunft. Wuuuh. Äh... Was machen wir eigentlich mit dem kleinen Auto? Schlemmen wir das einfach unten in die Mission-O-Garage? Ja, abholen kann er es ja nicht. Ich ruf nen Mechaniker. Ich muss sagen, der Tesla fährt sich wirklich gut. Also... Lange habe ich mir so ein gutes Auto gefahren. Mit dem los? Dem Bre geht es aber schon noch gut, ne? Ja, moin! Oh! Alter! Wo kommst du her? Wo kam denn der Bruder grad her? Was hat er sich denn grad dabei gedacht? Alter! Ey, muss schon wieder die Scheibe wechseln gehen. Das ist unglaublich. Eine Verfolgungsjagd und schon wieder Scheibe wechseln. Hier vorne. Die war da vorne nicht kaputt. Und hier auch das Licht ist erst später kaputt gegangen. Gekotzen. Jedes Mal. So Xenon 04, kannst dir was kleines kaufen. Schönen Abend noch. Dankeschön an Xenon 04. Äh, Tim, Philipp und Xenon haben gewünscht. Dankeschön. Danke für die 6 mit der Info. Danke für die 6 mit der Info. Bitte count die City-Aufteilung einhalten. Jungs, erstmal die Einteilung einhalten. Jungs, 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 Jungs. Äh, Noelle. Wie geht's dir? Geht's dir langsam schon wieder besser? Mir geht's schon eigentlich fast gleich gut wie davor eigentlich. Nee, sogar besser. Also danke der Nachfrage. Aber ja, es bessert sich von Tag zu Tag. Einzige was ich ab und zu nur hab, ist so ein bisschen Schwindel. Aber das geht jetzt immer mehr und mehr weg. Also ich weiß auch nicht. Ganz strange Sache. Anton RFS. Dankeschön für 90 Cent. Dankeschön. Mann, du hast auch am Start. Kannst du mir helfen, den Wagen den Berg hochzuschieben? Den Shiba Inu auf und gerade wegen... Was? Den Shiba Inu? Das ist ein Jokes da wegen Shiba Inu. Oh Mann, der Rast. Oh, Dankeschön. Mclaren zum Abklapphof bringen, wenn du Lust hast. Oh, ich weiß nicht, ich knack mir die auf. Ich muss mich nicht stinken. Hallo, ich bin wieder da wegen einer Scheibe. Hallo. Oh, Tester. Ordner, oder was? Ja, das ist die vordere Scheibe und der Scheinwerfer kaputt. Ich hab noch nie das. Ja, Verfolgung, Verfolgung, Verfolgung. Alles gut. Ja, passt. Man kennt's. Oh, schau mal. Äh, für Hopsi. Warum fandst du ein E-Auto? Äh, ich wurde gezogen. Wie sehr belastet sie das? Sehr. Ich muss immer tanken gehen. Oh. Mhm. Wo sie mal eine normale Zapfsäule gehen, leider. Das ist schon eine arge Belastung für mich. Generell auch so ohne Sound zu fahren. Mhm. Außer so ein Fiepen. Ja, ist sehr belastend. Ich hab noch ein paar Sachen gesehen, die wir noch ausbessern müssen, aber da ist das Ding eigentlich fertig. Fühlt die Umwelt. Ja. Ja. Ich glaube, wir können wieder den Chat freischalten, oder? Oder bist die jetzt gerade Mods? Lustiger Lacher ist da. Tacher ist da. Wir können den Chat eigentlich wieder freischalten, ne? Hätte ich gesagt. Äh, da hat irgendwer was, ich glaub, äh, ins Tablet geschrieben. Ah. 5.350. Wie viel? 5.350 für die Reparatur. Ich wollte nur ne Reparatur haben, ich wollte kein neues Auto haben. Ja, da war wahrscheinlich auch einiges kaputt an dem Fahrzeug. Nö, nicht wirklich, aber egal. Okay. Ja, warte, ich muss dann eben Geld holen, dann zahle ich es sein. Ja. Wir fahren uns zurück. Schönes Auto. Ja, danke. Hat auch so ein bisschen so ein Schimmer drauf. Mhm. Mhm. Was ist da los? Okay, dann fahr mal da. Ich muss Geld holen. Ich nehme mein Geld holen. Sag mal, ist der Dyson Staubsauger kaputt, oder? Boah. Oder ist der Akku erbrannt, oder? Ich hätte heute ne ganze Nacht dafür schon gemobbt. Ja, ich weiß nicht, schon geht. Ich verstehe gar nicht warum. Ich verstehe gar nicht warum. Mhm. Also dem sollten wir eigentlich... Aber schon gewöhnungsbedürftig der Gepäckträger da oben. Das soll ein Gepäckträger sein. Fährt er sich wenigstens gut? Ich hab gemein, da haben sie einen Teil vergessen einzubauen, so wie das aussieht. Ich hab bezahlt. Jawoll. Das ist ja echt das Armutszeug, oder? Warum werd ich für das Auto so gemobbt? Also ja, der Porsche ist mir und der Black Series ist mir. Also ich bin grad noch am Handy. Dann gleich, wenn ich wieder am PC bin. Achso, okay. Alles klar. Weiß ich Bescheid. Ich hab den Porsche, da quietscht die Tür. Ganz schlecht. Und an dem Black Series, da sag ich mal viel. Mach mal was. Genau. Und dann brauchen wir drei Werkzeugkarstens pro Riech dann auch noch. Ich sag immer Werkzeugkarsten. Jetzt bin ich jetzt nicht mäht, Alter. Sag einfach mein Wort. Werkzeugkarsten. Ich glaub, ich werde hier einfach bestohlen. Einmal bitte aufmachen. Bekomm ich ein Furz von Dom das Dingsbums? Natürlich. Sehr gerne. Das war jetzt zwei Euro wert. Fly Gaming. Danke fürs Wissen. Mhm. Sie sind schon wieder hier. Ja, es gehen die ganze Zeit die Scheiben kaputt bei Verfolgungen. Aber er macht sich gut. Also bis jetzt die Rate von Leuten, die wir gecatcht haben, liegt noch immer bei 100%. Das ist schön zu hören. Mhm. Hab dieses Fahrzeug noch nie gesehen. So. Zum Test nochmal hier. 1400 Dollars. 1400. Ah. Okay, wir können mal gucken hier. Kann man nicht alles auf einmal ausgehen. Ja, selbstverständlich. Dankeschön. Dankeschön. Schönen Abend noch. Ebenfalls. Will sich das Lachen verkneifen. Ja, da bin ich ja dran. Ich wünsche einen schönen Tag. Komm mal was helfen. Danke. Tschüss. Ähm. Die Tür, die quietsch. Die Fahrertür. Ist der Mutter schon an? Guck. 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 Ich werde gemobbt mit dem Auto. Ich mach nur gar nichts falsch. Ich fahr immer die falsche ein für die Ausfahrt aus. Immer die falsche. Guck. 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 Gut, dann, äh. Oh, warte hier vorne. Der wird ja bloß schneller, gell? Ach, das ist ein Kopfloser. Hahaha. Ich dachte, das ist ein Spieler. Okay, gut. Ja, das ist ein Kopfloser. Ja, das ist kein Spieler. Schade. War noch gelb. So... Patrick Bartz. Da muss ich noch ne Dunifoli. Von Patrick. Treffen sich zwei Unterhosen. Sagt die eine, bist du im Urlaub gewesen? Warum bist du so braun? Und das ist aber ganz schön schlimm bei Unterhosen. Ich trage... Ich trage allgemein nur braune Unterhosen. Nur als ich sie gekauft habe, man sie halt weiß. Sizzlehorn respawning. Ist halt, äh, ist halt so Funfact, ne? Über mich. So, keinplan.exe. Vorher ich seit ca. 5 Jahren schon und wollte mich für die Unterhaltung mal bedanken. Dankeschön. Vor 30 Minuten Donated. Ich kann es jetzt erst vorlesen. Vielen Dank. Da war nämlich die Verfolgung noch mal laufender. Vielen, vielen Dank. So und gute GmbH. Was ist braun? Schwimmen unter deinem Wasser? Ein U-Boot. Das ist aber auch schon so alt. Die Leute müssen echt mal mit irgendwelchen Flachwitzen mit Macke an der Lunge ankommen. Ist das irgendwie... Oh, rot. Rote Ampel. Tut 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 tut. Informativen AMR schon zu Ort. So dann blitzen wir mal. Ich wollte die ganze Zeit echt hierhin von blitzi blitzi machen. Aber das war die ganze Zeit immer so eine Verfolgung. Da war Matthew mit seinem, äh, Truck war er da. Und jo. Ike 561086N Der Werkzeug Karschten. Wenn ihr jetzt informativ fährt nach einer zum letzten Dispatch. VKU mit Personenschaden. Möchtet mir niemand, ne? Möchtet mir zum Unfall fahren. Möchtet ihr dann gleich die Seven? Ja dann stelle ich mich hier vorne hin, wie sonst auch immer und dann wird es ja ziemlich lustig gleich Leute. Hier in den Busch haben wir uns immer reingestellt, ne? Hier rein. Ach komm! Jetzt würde ich gleich mal um den VKU kümmern. Ich würde mich da rein stellen. Gut dann fahr ich wieder. Gut dann sag ich mal nix dazu, gehe ich halt in die andere Richtung. Ach das gibt's doch nicht, da nimmt jemand meinen Spot weg. Mann. Ach komm. Oh nö, ich würde die ganze Zeit hier schon hinfahren. Ich habe mich auslacht. Mit seiner High Speed da drin. Aber es ist halt wirklich der beste Spot. Ist wirklich da oben, es gibt nichts besseres. Hier oben ist non plus ultra. Absolut aber. Da muss ich in die andere Richtung blitzen. Weil er nimmt ja eh alles von hier mit. Das ist vielleicht, dass ich mich hier irgendwie hinstellen, ne? Warte hier irgendwie. Wait a second. Hier vielleicht. Mach mal hier so. Ist auch okay. Als er nach hinten passt. So beim Stein so ein bisschen verstecken. Naja es dauert zu lang, bis er das aktiviert, ne? Das Teil. Vielleicht hier beim... Vielleicht hier beim... Vielleicht hier beim... Ähm es ist sowohl nur bekannt, dass es mindestens zwei maskierte Personen sind in der G-Klasse. Kennzeichen nicht bekannt, G-Klasse ist wahrscheinlich auch schwarz. Funktioniert mega gut. Gut ich bleib hier stehen, das ist auch ein geiler Spot. Hier hinterm Baum stehen, bisschen nach hinten blitzen, das passt. Fahrzeug, letzte Fahrt Richtung, äh bekannt ist. East Highway, Stab einwärtshöhe, Walmart. Das Problem ist... Bei dem Auto weiß man nie was... Bei uns Licht an ist es an. Aber trotzdem es dauert. Ja der Check bei uns ist bisher nichts vorbeigekommen. Wir standen jetzt ungefähr fünf bis zehn Minuten am... An der East East, äh... High-Way Abfahrt. Hm. Ja jetzt können wir eigentlich viel quatschen, ne. Jetzt haben wir Zeit zum quatscheln. Ey wir sind kurz vor 6.000 Likes Leute. Noch 500 Leute, die finden mal was schnell. Hau mal noch mal drauf hier. Los geht's. Alter das... Die Gans schrieb dir mal von links nach rechts. Ja. Einen Like bitte. Einen Like bitte. Einen Like bitte. Bitte Einen Like bitte. Das über die Erna. Ach das jetzt mal weniger, ne. Schönen Abend vielleicht noch. Da setz ich mich auch gleich wieder hin, wenn die Erna da ist, geh. Schönen Abend. Die Erna. Pizzerierter Pomodori schließt für heute. Gute Nacht LL. Ja. Gut. Wir sind noch da eigentlich um die Zeit. 135 Leute, ist noch was los? Mal schauen. Passt. Welchen Tee trinkst du am meisten? Früchtetee. Bei Minztee ist auch geil. Irgendwann die Headspons in Lost Dispatch. Ach komm. Das ist auf gesündchen. Alle Einheiten bitte die letzten Headspatch beachten. Prio. 11 Versus. Okay. Wir können uns gleich wieder auf nen schönen Jube freuen oder so. Alle Einheiten Orangenfeld. Bitte abrücken. Es ist ein Bonklatier. BRW 2020. Bei halber Hochschwarzer Wellen. Free Candy Aufschrift. Was heißt Hochbahn? Heißt das Stadt Einwärter oder Stadt Auswärter? Nee Org 2020. Ich weiß, Stadt Einwärter ist uns nicht lang gegen gekommen. Heißt es Stadt Auswärter? Check. Dann warte ich hier mal. Front away. Was ist hier los? Du hast auch keinen schwarzen Van gesehen, ne? Heißt ab. Ja, tschau. Da war nämlich grad vorhin ein schwarzer X7 ist er nur gefahren, aber kein Van. Nee, kein. Ah, da kommt er glaub ich, oder? Nee. Ah doch, hier. Du bist vorbeigefahren, Kollege. Du bist vorbeigefahren. Glocke. 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 Geil. Komm mal. Ach der. Gehört der auch an der Paranata zu oder? Das freut mich auch gerade. Würden wir vorne den Nagelbänder legen. Ja, ist halt zu wenig, äh, da kann ich dir überall vorbeifahren. Ihr seid schlecht. Yo, Alter. Boah, ist doch ganz schön knapp, Kollege, ne? Klapp daneben. Hier liegen, hier liegen Nagelbänder. Was ist mit dem Rollerfahrer hier? Ja, ich denke, ich habe einen Nagelbänder, äh. Soll ich versuchen, eine Schere zu machen? Ja, das wäre eine Idee. Das ist aber ganz schön knapp, Kollege, gerade. Ich schlaße wegen vorne dem Titelaufbau oder wenn es geht. Ich meine, ich kann jetzt oder was. Toll, der Gummi. Informativ, der Rollerfahrer reagiert auch nicht auf Anhalte-Signale. Warum ist denn der Wände so schnell? Hä? Was fährt denn so schnell? Pass auf, wenn du vorne mit dem Straßenwagen bist, da kann ich halt easy wegkaufen. Naja, ich versuche den Ehrgraf ein bisschen auszubremsen. Kollege, hau deine Türen auf. Ähm, informativ, ich gebe einen Fahrzeugdiefstall durch, der blaue Pagani von Edin Sejovic wurde geklaut. Ich, ja, ja, hatte mich auch schon angerufen. Ähm, ja, das war. Ich glaube, er hat mir legitim geklaut wurde. Ich gehe kurz sagen Sie. Eine Person flüchtig? Ja, perfekt. Zubauen. Sponnen. Braut. Aufroder, hat er. Warum hat er so lange gebraucht, dass er zubaut hinten? Eine Person flüchtig zu Fuß. Er ist trocken. Nicht mich mit rum, bitte. Vorsicht mit den obflosen Bikern, bitte. ... ... Ah, verdammt. Alle anderen Infos zu dem Panic, Person hier über Wasser geflohen, Person füllt. Ich liebe sie, wenn irgendwas Spitzel gefällig ist, an der ich mich verletzen kann. War es die Person mit dem Roller, die geflüchtet ist über Wasser? Ja, die taucht gerade. Keine Ahnung, wo sie jetzt ist. Wo taucht die denn bitte? Hier im See, an der Kante. Informativ, der Pizzarolle wurde der Geisel geklaut. Ja, du wieder gesichtet. Vielleicht ist es nicht sogar in Führung, je nachdem wie. Guck mal was höher ist weg. Keine Ahnung, Köln, Koffertröck, Biotrköder. Wie süfft's. Das ist der Sound auf die Spinde. Die Angelegenheiten hier auf dem Highway, ist soweit du? Ja. Check. Der Panic kam von dem Marshal Service. Frage, wo ist denn der Pizzarolle? Ja. Ich bin bei den Asilos beim East Air Whip. Check. Dann fahr ich dann hin. Dann wieder hin. Braucht die Angelegenheiten jetzt noch Unterstützung am See? Wo sind die Typen? Habt ihr den Typen schon abtransportiert, den TV? Den hat Back drin, ja. Ah, ich bin schon am City. Ah, 10-4. Das tut mich auch nicht, aber im Kern die Dinge. Ach, 10-4-4. Weiß Explorer. Kann links holen. Ähm, wer macht jetzt den Pizzarolle? Äh, ich kann... Schwimmt weiter. Linken-11 fährt zum Pizzarolle. Kann so. Könnt ihr mal Verstärkung gebrauchen? 20 nochmal. Und schwimmt die die ganze Zeit rum, taucht dann immer wieder. Ja, Kingfoy ist gleich da. Im Sistenthorn ebenfalls. Wo war der Pizzarolle bei den Silos auf dem Easter Whip, ne? Ja. Person jetzt anladen. Red zur Karte. Aufladen Sie? Fragezeichen. Red jetzt, direkt zur Karte. Spell doch die Brücke bitte ab, nicht dass der da mit dem Karte baut. Ja, schlägt da jetzt Nagelbänder. Achtung mal, ich bin links. Wenn die im Funk sind. Eine weiter. Haha, ich hab's gemerkt. Sind Nagelbänder gelegt schon? Ne. Negativ. Mach ich das grad. Läuft auf die Kartbahn. Mach aber nicht die ganze Brücke. Mach aber nicht die ganze Brücke in den Dagebändern, ne? Es hat Taserschusses draußen. Eine Seite ist zu. Ja, Taser in Königing ist mehrfach draußen. Oh Gott, Kollege. Das war knapp. Der ist wieder in Richtung Wasser. Aber spring rein, ich... Fahr mal auf die anderen Seite rüber. Ja. Ich bin da jetzt weg, oder? Ach, der sonst stimmt entscheiden wir zum anderen R Bellen. Kollegen tauchen, seid ihr schneller. Der Informativ-Check kommt Richtung Gravefield raus. Das erinnert mich an den einen Juve vor ein paar Tagen. Genug mit Dienstsportlern für heute. Aber wirklich. Vor allem, ich hätte ihn noch gekriegt, hätte ich nicht auf einmal meine Mosbek noch mitnehmen wollen. Bleiben Sie doch einfach stehen, das macht doch gar keinen Sinn. Das macht natürlich keinen Sinn. Da kommt Home-Land, das ist nicht gut. Genau. Da. Off-Roller. Kommt genau auf. Und nicht bloß. Hände hoch und stehen bleiben jetzt. Meine Nerven. Ganz ruhig. Schwimmtraining hätten Sie auch morgen machen können. Ich hab dich. Ja, ich hab meinen Taser da nicht dabei. Oh Gott. Kennen Sie Ihre Rechte, der Herr? Ich glaube, wir brauchen alle ein Taxi. Ja, die sind nur bekannt. Ich glaube auch, ja. Apropos Schwimmtraining. Ich glaube, ihr könntet auch mal ein bisschen welches gebrauchen. Ey, wieso? Wir waren noch direkt hinter hinten. Ihr Kollege, der mir die ganze Zeit leer geschwommen ist, der ist ganz schön scheiße langsam gewesen. Hinten rechts in der Hosentasche. Ja, der ist noch aus der Übung. Ist okay. Ist nicht mal ein Problem. Ist klar. Ist ein salzig. Warum verfolgen Sie mich? Warum wurde ich weggerannt? Ich hatte Todesangst. Ich hab sie auch immer noch. Ist ein bisschen salzig. Warum? Was hab ich getan? Was haben sie getan? Sie sind maskiert und sie hauen die ganze Zeit vor uns ab. Wieso bin ich maskiert? Ich bin auf dem Roller rumgefahren. Selbstverständlich hab ich nen Helm auf. Du Genie, wenn ich keinen Helm beim Roller auf habe, dann krieg ich Ärger. Ein Helm ist ja schön und gut, aber sie haben nicht nur nen Helm auf, ne? Doch, eigentlich schon. Warum sind sie dann abgehauen? Weil sie mich gerammt haben. Oder nicht sie, aber auch ein Kollege von ihnen. Ich bin da gerade auf der Autobahn und langgefahren auf dem Weg. Dann kann man eine mega Polizeikolonne von hinten gehen. Dann kann man eine mega Polizeikolonne von hinten gehen. Dann muss ich was zu tun wickeln. Nee, vom Orangenfeld. Jep. Ah, fast. Für mich ist das halt nicht mehr uns andere Ufer schwimmen. Ja, das ist doch ein kleiner Plus. Ja klar. Also von vorne ist er, ähm, da hab ich nicht gesehen, aber er ist von da bis zu dem Ufer ganz normal rüber geschwommen. Mit einem Ziel auch. Ja. Also es ist ein breites Ufer. Sehr breit. Ja, aber kannst du theoretisch machen. Das ist okay. Ja. Nur wenn er, wenn er, wenn er random da rumschwimmt, ist blöd. Wenn er da jetzt, weißt du, so Zeit... Also ich weiß er nicht. Er, er, er war glaub ich mit dran. Ich würde sagen, wenn's jetzt offenes Meer wär und... Es ist kein Gewässer, wo du jetzt nicht eben mal schnell rumfahren könntest, um ihn dann auf der anderen Seite wieder zu empfangen. Ja. Also von daher, ihr habt's ja auch gut, ihr habt's ja gut ausgespielt, äh, anderer Polizist, andere Seite, alles easy. Ich war halt nicht dabei, wo der da vorne war, weil der ist anscheinend da vorne irgendwie komisch rumgeschwommen. Nee, das hab ich leider noch nicht gesehen. Deswegen... Er, er, er war die ganze Zeit mit dabei. Er ist hier vorne, Höhe Bikerbar ist ins Wasser. Ne Ahnung. Und erst mal so ein bisschen hin, her, tauchen, hoch, tauchen, tauchen, hoch. Tauchen ist fies. Weil der ist ziemlich dreckig. Tauchen ist scheiße, ja. Der ist richtig dreckig. Und da versteckst du dich, ne? Erst hier auf Höhe von Kartbahn konnte ich ihn unter Wasser halt dann mal sehen. Ja, aber es war halt auch ohne Ziel dann, weil das ist das Problem, glaub ich. Deswegen das Fragezeichen hinter dem Ticket. Aber er hat, ich mein, da ist jetzt aber ganz normal geschwommen und auch beim Tauchen ist das Problem, kann auch abdauern. War jetzt vielleicht nicht grad die schönste Nummer, aber ich würd sagen, ihr habt ihn und von daher ist das Thema dann auch gefressen. Ja. Man braucht ja nicht immer mit der Sichel und Hammer kommen, also... Easy. Alles klar. Ja. Danke. Hi. So, soll ich noch ein paar mitnehmen? Ich kann... Wir machen... Bitte. Bitte. Wir machen jetzt nicht nochmal. Nee. Der ist genug geschwimmen für die nächsten zwei Jahre. Ist der da drin? Oh, der ist ja da drin. Ja, der ist da drin. Ja, wir müssen uns jetzt irgendwie hier mitnehmen. Warte, wir können uns jetzt... Wir machen das Clown-Auto. Den soll ich tragen? Ja, wir tragen uns einfach gegenseitig. Wir machen einmal das Clown-Auto, bitte. Gut, dann komm. Wer geht sich eh aus? Oder so? Türkische Großfamilie. Türkische Großfamilie. Genau so. Jetzt müssen wir noch hupen, das ist die türkische Hochzeit und alle in die Luft schießen. Genau. Mit welchem Office hatte ich keinem gerät gehabt wegen der Verhaftung? Wegen der Verfolgung? Oder? Wie bitte? Mit welchem Office hatte ich dann gar nicht geredet? Gerade eben oder was? Ja, ja, jetzt gerade eben bei der Festnahme. Ja, mit mir und auch einem Kollegen. Okay, gut, alles klar. Dann können wir das Gespräch noch mal ein bisschen weiterführen. Das wäre sehr schön. Schauen wir mal. Wie, was? Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal was weiterführen, ne? Was seid denn ihr für Polizisten? Ich fahre da mit dem Roller lang, weil ich meinen Job nachgehe. Ihr überfahrt mich die ganze Zeit. Ich haue dann logischerweise ab, weil ich Angst habe, dass ihr mich töten wollt. Die hauen dann logischerweise ab. Ich gebe Ihnen einen Tipp. Sie haben das Recht zu schweigen. Ich würde es an ihrer Stelle benutzen. Ich darf mich doch wohl über euch beschweren, oder? Ja, das schon, aber Sie haben doch recht zu schweigen. Und ich gebe Ihnen einen Tipp, das könnten Sie auf jeden Fall gut machen. Gut, ich darf mich aber auch dazu äußern. Natürlich. Gut, danke schön. Du wirst du wissen, es ist eine Option und die fühle ich Ihnen sehr ans Herzen. Ja, ja, ich weiß. Ich habe viele Optionen. Ich habe viel mehr Optionen, als ihr euch gerade vorstellen könnt. Achso, okay. Interessant. Ja. Wer sind Sie nun mal? Pass auf, Nagelbänder. Nein, es ist immer noch eine. Wer nicht hier. Wie bitte? Werde ich bitten? Ja. Also die Kollegen, die haben noch mal einen Ausweis. Dann sind es also irgendeiner, okay. Mit meinen Kollegen gerade in einem Fahrzeug. Wir werden gerade zu unseren Fahrzeugen gebracht. Nee, irgendeiner bin ich nicht. Ja, aber für mich sind es jetzt irgendeiner, weil ich will... Das ist der Herr. Das war Maricelli. Maricelli. Könnte ich nicht. Der Herr, was bitte? Maricelli. Maricelli? So, hier haben wir mal ein Auto. Dankeschön. Super. Wo war nochmal der Tencent? Ich habe das akustisch nicht verstanden. So. Kartmann. Perfektor. Ja, ja, ja. Ihr Fahrzeug steht mitten auf dem Easter Weil. Ja, ja. Das steht ein, oder? Mein steht da vorne. Ich glaube, dein steht auch da vorne, oder? Ja, ja, ja. Meins ist aber komplett nö. Dann tschüdelü. Ja, tschau. Ja, tschau. Genauso wie noch ein weiteres Fahrzeug da steht. Ähm, ich weiß nicht, wo ist das glaube ich? Ja, ich muss ja ein bisschen ja weg. Der A6O. Pfff. Äh, 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 hier muss ich noch was eintragen. Und da muss noch was rein. Hä? Mit was bist du hier so glingfahren? Ich bin gelaufen, mein Fahrzeug steht noch oben bei den Silos. Ja moin. Soll ich mal hinbringen? Ja, das wäre ganz lieb, ja. Bei den Silos. Hey, du bist ja alles von den Silos hierher gelaufen. Ja, ein bisschen. Ich baue immer gut, ne? Ach, du Kacke. Alter, ist mein Auto. Oh, ne, schon wieder ein Scheinwerfer kaputt. Ich krieg das Kotzen. Ach, warte, bitte. Ich sag, die ganze Zeit gehen wir die Scheiben kaputt, die Scheinwerfer. Ich krieg das Kotzen. Na, was ist denn das für Dienstwagen? Aus welchem Lager scheint der denn? Im Tesla-Lager. Er hat mir jetzt meine Nagelbänder geklaut eigentlich. Hörst du mich nicht, dass andauernde Scheinwerfer abfliegen? Ich habe auch durchgegeben. Na, dauerhaft. Schon heute, schon den ganzen Tag, schon das dritte Mal in der Werkstatt gewesen. Joa. Ich war gerade nur beschäftigt, zwei PD-Fahrzeuge mitten vom Highway zu entfernen. Sonst bisher eine ruhige Schicht gehabt? Nö, actionreiche Schicht. Aber die Quote liegt bei 100% als wir heute Leute fangen. Also, heute ist gut. Ach, sehr gut. Ja, bis jetzt wird dem Auto 100% immer wieder bekommen. Super schön. Jube-Verfolgung bekommen. Zwei andere Verfolgungsjagden bekommen. Die jetzt bekommen. Also, dauerhaft. Eine Glückssträhne mit dem Auto. Besser kannst du gar nicht laufen. Du hast du unterwegs, weil es. Geht nicht besser. Äh, ist da dein Auto? Ja. Okay, passt. Dann vielen Dank. Und weiter so. Jawohl. Ah, ah, Schüsse, okay. Das ist ja hier, Schießtraining. Ah, ist ja das Training. Wie weit man die mich hört, die Schüsse, ne? Krank. Und bis hierhin hört man die. Wie die richtig prank ist das, musst du noch sagen. Äh, Dicke 56 mit der Frage. Hier steht ein Herr Mission Row, der will wissen, braucht er von uns noch irgendwas, wenn er ausreisen will? Ne. Kann er denn was brauchen? Ja, das war nur die Frage. Aber gut, dann sage ich ihm das auch. Ah, Tankstelle. Zu, danke. VPX, liebe deines Teams und du machst mich immer happy. Dankeschön, VPX. Liebe geht raus. Manuel Rost, Tochter, Mami. Nicht ein gewolltes Kind, Mami. Das ist das einzige, was ich wollte. Und meine Schuhe zuwinden. Ach, der ist aber auch schon alt. Es kommt immer irgendwie nur Mark in der Lumpen auf die Witze. Ich weiß nicht, warum er die Sachen ausgräbt. Ich habe keinen Plan. Er gräbt hier irgendwo aus der Uralt-Witzkiste aus. Oder er findet schon Witze selber. Weißt du, der hat sich ja schon so ein ganzes Skript vorbereitet, was er mir heute alles Schönes schreiben kann. Das ist halt wirklich so. Ich glaube, Flachwitze bin ich schon komplett durch. Liste. Sie uns kamer. Peter, ich bin eine Granate bei den Frauen Michael. Ja, aber leider eine, ein Blindgänger. Och, nee. Och, nee, komm. Ah. Aber Dank nochmal VPX hat jetzt dreimal donated. Vielen Dank. Bruce geht raus und er feiert die Streams. Das freut mich. Das wird niemals was von Shexi. Was wird niemals was? Eine Route geben wir her. Danke für den Euro. Sie uns Popohat. Zeig mal eine Rolex. Ja, die habe ich aber gerade nicht mehr drin. Mal kurz gucken, ob ich die noch wieder finde. Wo ist denn das Rolex Armband? Wo ist es denn? Ähm. Nee, habe ich gerade wirklich nicht. Aber wisst du, wisst du, was ich habe? Ich habe ein... Ein Dyson Xion Staubsauger habe ich. Also, wenn ihr den kaufen wollt, einfach mal Dyson anschreiben und fragen, wann die Xion-Version kommt. Die Dyson Xion-Version. Ja. Ja, dann vor. Äh, die habe ich. Und was habe ich noch? Ähm. Ja gut, eine Nossflasche habe ich immer bei mir dabei. Und dann habe ich noch... Aber die Rolex habe ich gerade nicht dabei. Frage, wir hatten den Herrn, äh, David Borges. Du suchst, der Fahrer des Wands. Ich? Da habe ich meinen Xion-King habe ich dabei, statt Burger King. Ähm, daher bräuchte ich das Handy wieder. Ähm, was haben wir noch alles für die Sachen? Für die Echte, eigentlich die, äh... Ja, nee, eigentlich... Leg 11, 17, Palito, bitte. Nö, die finde ich gerade nicht. Weiß nicht, wo die gerade ist. Ja gut. Also, ich finde sie gerade legit nicht. Also, ich kann es dir zeigen. Schau mal, die ist hier wirklich nicht drauf. Die ist weg. Die ist, äh, away. Nada, nix mehr, nix mehr Rolex. Die wurde verkauft, anscheinend. Und ich wurde ausgeraubt. Ich weiß es nicht. Die ist weg. Ja, boin. Immerhin habe ich noch meinen Dyson-Saugstaube habe ich noch, immerhin. Oh, ich habe ja noch gar keinen Rubbelhuss aufgerübbelt. Ach, nö. Habe ich voll vergessen? Meine Rubbellose habe ich noch gar nicht aufgerübbelt. Oh, schau. Die haben schon den ganzen Tag auf mich gewartet. Die heiligen drei Rubbellose. Ich gewinne eh wieder nix. Ich weiß es eh. Ich bin eh der absolute Verlierer. Ah, doch. Ich habe nix gesagt. Und jetzt der 10.000er, komm. Ne, 800. Aber wisst ihr, was wieder schön wäre, wieder mal einen 10.000er zu gewinnen? Ich tue noch mal ein bisschen Rubbeln. Du, Code P. 800. 10250. 1190 Palito PD. Ein 10er, komm. 10250. Ey, ich kriege halt echt nix mehr raus bei den Dingern. Unter aller Sau ist das. 10250. Oh, das könnte was Gutes sein. Nur eine Kirsche, bitte. Ja! 5.000 Dollar gewonnen. Ja! Und jetzt kommt der 10.000er. Und da hau die noch, komm. Ich bin zufrieden, Leute. Ich habe 5.000 Dollar bekommen. Also, ganz ehrlich, damit gehe ich raus. Man soll dann aufhören, wenn es am schönsten ist. Und, äh... Ja, um 5.000 ist die Hälfte von 10.000. Das reicht. 5.000 Dollar rumlos gewonnen. So, machen wir das hier. So, danke nochmal an die, ähm... Wer hat raus? Hier, VPX. Der VPX hat nochmal raus. Letzte Spende Kuskel raus. Dankeschön. Und Ritomi Bäm mit 2399 Superchat. Alter, vielen Dank. Was mir aufgefallen ist? Ich glaube, dass viele nicht wissen, dass hier drin so ein MLO ist, ne? Aber hier drin gibt es einfach eine Verarbeitung. Guck mal, ist das nicht krass? Aber es weiß keiner. Es weiß keiner. Jetzt auf einmal werden sie sich hier alle treffen. Mhm, das sage ich euch. Das sage ich euch. Ich finde den Ort ja auch voll cool, weil du hier halt, äh, eine Garage hast, wo ich reinparken kannst. Schon cool hier, ne? Hat schon was. Holger Betten, danke fürs VP-Wertend. Danke, danke, danke. Ihnen hat seinen Reiz da drin. Was war eigentlich 157.000? Äh, das sammelt sich an, wenn du Pedila spielst. Vor allem, wenn du Rechnungen und so ausstellst. Also das Pedila verdienst du eigentlich auf RLO sehr gut. Aber ich glaube, die, die am meisten verdienen, ist das AMR und so und FD, weiß ich jetzt nicht. Aber AMR verdient sehr gut. Da ist die Kasse sehr voll. Also jetzt die AMR-Kasse ist voll. Durch die, ähm, Bertha, wenn die dich halt, ähm, wieder healt, bekommen die ja das Geld, ne? Und diese, also die Kasse ist dermaßen voll am Überlaufen. Richtig voll am Überlaufen ist die. Der Forscher haben wir rausgefunden und sind wieder reingegangen. Das kenne ich halt auch. Ist halt auch schon so alt. Ich will immer neue Witze hören, die ich noch nicht gekannt habe. VPX, okay, jetzt bin ich der letzte. Danke, Bruder. Und, äh, was ist dein Lieblingsfachwitz für Fortnite? Mein Lieblingsfachwitz. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Vielleicht der mit dem Stuhl. Was hat für Beine und stinkt ein stinkender Stuhl, der ist schon ganz, ah, der ist schon heavy. Team 64, darf eigentlich jeder auf R los streamen? Ne, also wir haben auch gesagt derzeit, äh, wir wollen keine Streamer drauf, wir wollen keine Leute Videos drauf machen, weil es ist halt angenehm. Hast du keinen Meter, hast du keine Probleme. Ah, hat die dann angehalten. Ah, Kontrolle, schau, Grenzkontroller machen es. Schön. Ah, hier ist der 130. Die machen hier wirklich Grenzkontrolle heute Abend, das ist ja immer geil. Good day. Joe Esther. Ne. Eine Runde. Das ist nicht der Tesla mit 1000 PS. Äh, ja, der hat mehr PS als der 1000 PS Tesla, den wir davor hatten. Das ist der, der mag 1000 PS Tesla. Der hat 1000. Der hat genug, äh, PS und dann, und dann Poppes. Oh, Picke 17, was sagt ein stolzer Holzwurm, Papa? Mein Sohn arbeitet in der Bank. Ach, Kacke. Den kannte ich noch nicht, aber danke. Da hast du den jetzt verdient, weil den kannte ich noch nicht. Dankeschön an, äh, Picke 17 und 25 Euro mit ehrenhaften Überweisungsgebühren. Da geht der nochmal lieber raus. Ich arbeite in der Bank. Und der arbeitet sich auch durch die Bank. So, aller, allerletzte. Dankeschön, VPX nochmal. VPX, jetzt aber mal Ruhe. Aber danke, Liebe. Geht raus. Danke, Robert. Ja, müssen wir euch bei Robert nochmal bedanken. Aber in der 5M-Regel steht, jeder darf, kann streamen, auf jeden Fall, wenn es mal wo man will. Ja, wir sind ein geschlossenes Projekt, also ich weiß auch nicht, wo du so ein Schwachsinn mal gelesen hast. Es geht darum, wir sind eine geschlossenes Community, hier gibt es eine Whitelist, weil, da kannst du auch sagen, du kannst zocken auf 5M, wo du willst. Es geht halt nur darum, wir haben unsere Regeln und an die muss man sich halt halten, das fliegt man halt vom Projekt, ne? Hm. Also das ist Schwachsinn, da habe ich auch noch ein Nibo gelesen. 5M schreibt auch an sich keine Regeln vor, außer, äh, keine geklautten Scripts benutzen, geliebte Sachen nutzen, so, das darfst du nicht, aber sonst. Das schreibt 5M für den Server nicht vor, äh, welche Regeln der macht. Gar nichts, also null. 30 Grad. Ja, Autobahnrasen, also niederextrem, ne? Ja, in der Stadt kommt mir vor, sind die ganzen Rasen unterwegs heute. Vielleicht fanden die Leute auch heute West Highway, weil sie gemerkt haben, dass da Grenzkontrollen sind, das kann halt auch sein. Am West Highway machen sie keine Kontrollen. Aber nur in-game, ne, wir haben den ja getunt, ne? Der Wagen ist ja getunt, wir haben ja Tuning-Chip und alles drin gehabt. Wir haben ja alles eingebaut. Weißt du meinst, wegen Real Life? Ja, ich glaube, ich glaube auch nicht, dass das LAPD diese, diese 1000 PS Version von dem Auto hat. Aber wir haben die umgebaut, wir haben ja, ähm, was ist denn da los? Wir haben ja tiefer gelegt, wir haben eine Panzerung eingebaut, wir haben ein Getriebe, Turbo, unter Anführungsstrichen Turbo. Sonst geht's dann nur gut, gell? Sieht ja auch einmal richtig vor, wie ich glaub's nicht. Oh, ja, ich werd mich dann, glaub ich, hier irgendwo hin, hinpflanzen und blitzen. Äh, wo hab ich so gut geblitzt? Hier vorne an der Kreuzung vom... Hier, ja, doch, das war hier. Genau da! Ja, hier ist echt gut blitzen. Muss ich mir nur hier hinstellen und warten. Weil hier rasen die Leute echt... Oh, warte, hier. Hier ist hier, steh ich mich rein. Hier rasen sie meistens echt hart durch. Steh ich mich hier rein und blitzt raus. Müssen schauen, ob er das auch... Nee. Ich glaub, das protokolliert er gar nicht. Och, kacki. Nee, das protokolliert er hier nicht. Das heißt, ich stell mich vielleicht... Äh, hier hin. Aber da sehen sie's halt auch, ne? Och, Menno! Oh! Weiß nicht. Schau mal, ob das Radargerät hier blitzen kann oder nicht. Weil hier in der Kreuzung ist schon öfters mal was los. Und hinten die Kreuzung halt eigentlich, hier. Eigentlich wollte ich mir die Kreuzung hier vorne angucken, mich, Depp. Also, schau mal, wie viele hier fahren immer, ne? Ihr sagt doch, hier fahren sie echt viel. Das ist mir letztes Mal erst aufgefallen, als ich hier den Blitzer aufgestellt hab, den einen. Wird uns nie aufgefallen, dass hier so viel los ist. Guck mal, hier vorne, der fährt auch ein bisschen schneller. Aber was die Traffic ist... We're away. Ja, hat's halt, glaube ich, sehr gesehen, ne? We're away. Ich muss jetzt mein Gerät noch einstellen. Alles, was jetzt 100 fährt, wird bei mir geblitzt hier in der Stadt. Oh Gott, das passt schon. Da bin informativ. Der Herr in den Zellen, ähm... Handelt sich um einen LFD-Mitarbeiter. Über eine halbe Million Dollar in Werterrechnungen. Und... Kooperativ. LAFD? Yep. Okay, ist mal neu. Ach, das ist mega witzig. Das ist das Schönste, was ich schon angesehen hab. Hast du einen Namen für mich? Äh, ja. Walkis, also David Walkis. Weil wir hatten schon einmal einen, den hab ich mal angehalten. Der hatte ganz viele Rechnungen und war auch unruhensichtig und hat auch beim LFD gearbeitet. Naja. Äh, den Captain, den Captain vom LFD hab ich jetzt mal hier hoch bestellt. Der kommt dann gleich. Wo seid ihr denn in den Zellen? Äh, unten in den Palito, in Palito Bay. Sooo. Gut, ich bin sehr ernst. Ja, ich bin schon geholfen. Aber warum ist denn da ne... Check, ne, wir sind auch mit... Wir sind in der Zone. Wir gehen ja gar nicht hin. Äh, übrigens Informationen per Dispatch kam gerade rein, das ist kein Anwalt zur Zeit. Ja, ich weiß, hab ich ihm... hab ich mir schon gesagt. Mhm. Ey, diese Autos triggern aber schon hart, die da am Kopf stehen. Auto müde, Auto schlafen. Ah, da kommt ihr schon ein Haumland. Ich denk mir schon, das steht schon übers lang da. Packe ich mich halt hier mal hin. Vielleicht kommt da was schniekeschnelles vorbei. Matze. Was ist gelb und steht am Fenster? Eine Spannanas. Ach, Kacke. Dankeschön, Joe, für diesen tollen Witz. Joey. Und Lef Lasile, ist das richtig? 38, 33. Denk versiebt werden und für 2 Euro donaten. Vielen Dank. Ich mache das mit dem Blaus und dem Gegensatz, das ist so viel hier zack zack. Das ist einfach eine Einstellung von der Car Calls. Woher macht hier jemand ein Feuerwerk dahinten? Oder sollen sie? Sollen sie einen Spaß haben? Ich bin der Letzte, der deshalb anfährt wegen einem kleinen Ding. Ich brauche mein Backup am Hauptplatz. Ich brauche mein Backup am Hauptplatz. Ten one. Ich brauche mein Backup am Hauptplatz. Kling vorher ist gleich da. Ich brauche mein Backup am Hauptplatz. Kling für die 610-14 von einem Vortrag zum Sandipunkplatz. Das ist der Sound auf der Spinde. Informativ, es wird ein weiß-blaues Fahrzeug gesucht. Hermit Glatzer. Ne, ne, wir wollen alle nicht reden. Ja. Ich mach mal hier vor allem. Entschuldigung. Wollen Sie mit uns reden? Nein. Doch, bei einer Straftat stellt man die auch in der Frage. Oliver, wir haben einen, der redet. Richtig? Der Homeland hat immer recht. Der Homeland hat immer recht. Wir sehen mal über die Strafkarte hinweg 2000 Tote. Der Tesla redet. Der Tesla redet. Der Tesla redet. Herr Officer. Lincoln 54 geht jetzt. Ja. Können Sie bitte eine Frage beantworten? Eine wichtige. Schon haben noch. Haben Pinguine Kniescheiben? Der Anderslund. Geht mal weg jetzt. Lass den mal, lass den mal jetzt in Ruhe. Er kann ja fahren. Aber ich wollte die Frage auf Pinguine Kniescheiben. Ja. Haben Pinguine Kniescheiben? Das ist wohl das, als der dümmste Sache, das ich jetzt jemals gehört habe. Aber das interessiert mich wirklich. Haben Pinguine... Äh, natürlich haben sie Kniescheiben, oder? Weil so ein Pinguine sonst haben. Weiß nicht. Die müssen ja auch Knie haben. Wobei die watschen komisch. Liefen 50 back in 8. Und ein Kmh, ja komm. Pinguine Kniescheiben. Studio Gab. Zehn von sieben Hunden. Haben Schupp. Besuchen sie noch heute den Waschsalon. Ach du meine Güte. Ich liebe dieses vor allem Zehn von sieben. Weil es einfach keinen Sinn macht. Zehn von sieben Hunden so. So, YouTube Alpha Edu. Dankeschön fürs Prime Sub auch vorhin. Das ist der Sounder für Spende. Oh, fast drüber gefahren. Was ist braun und sitzt hinter Gittern? Eine Knastan hier. Das ist der Sounder für Spende. Aber den kann ich tatsächlich schon. Dankeschön. Und, äh, Til264 ist meine letzte Spende für heute. Ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Ey, vielen herzlichen Dank. Liebe geht raus von Til264. Dankeschön. Ganze 5 Euro Superjet. Kuss auf die Nuss. Kuss auf die, äh, Knastanie. Pff. Eine Knastanie. Aber die kann ich halt auch schon, ne? Das ist auch nix neues. Oh, mich triggert das, dass der Scheinwerfer vorne kaputt ist, ne? Das triggert mich richtig hart. Aber ich will nicht die ganze Zeit, ähm, Mechaniker RP machen. Ja, schön langsam vorbüttelig, gell? Guck mal schön langsam, büttelig, du. Ich versuche die ganze Zeit hier in der Stadt jemanden zu blitzen. Aber irgendwie sind die alle heute zu brav. Die fahren hier alle mit 80. Viel zu brav, wie die da fahren. Das ist der Sounder für Spende. Oh, Lost for the Moment. Ein Ball rollt um die Ecke und kippt unbedingt. Das ist ein Uraltwitz. Aber danke an Lost for the Moment. Der wird zwar wirklich gerade Lost for the Moment. Ein Ball rollt um die Ecke und kippt um. Das ist halt echt... Das ist der selbe Witz wie, äh... Zwei Männer sitzen im Stehcafé. Das ist halt auch so'n Ding, ne? Das ist halt... Ist halt alt, ne? Der wird schon Mason zugelassen und versichert. Sitzen zwei Männer im Stehcafé. Das ist so dumm. Ne, das ist echt dumm. Was gibt's noch so für für... Gibt's so Anti-Witze, die so richtig unlustig sind? Richtig unlustigen Stuff? Äh... Kannst Isen schauen? Hast du das Spende? Also Insta sicher. Äh... Insta schau ich nicht nach, weil... Insta schau ich nach, wenn ich Zeit habe und ich äh... antworten kann gerade. Sorry. Ne, aber ich schau Insta durch. Ähm... Sehr oft sogar. Aber ich kann halt nicht auf alles antworten. Unmöglich leider. Weil es einfach schon zu viel wurde auf Insta. Es ist zu viel, ähm... Nachrichten leider. Ja. E-Mails muss ich auch noch bearbeiten. Da habe ich noch 600 offen, habe ich schon mal gesagt. Das ist, äh... auch noch zu tun. Wo ich teilweise Anfragen auf Datingseiten bekommen habe. Danke an... Ich weiß nicht wen der mich da angemeldet hat. Mit dieser E-Mail. Ganz toll. Ne, ähm... Da muss ich auch noch mal gucken. Da waren 600 Nachrichten oder 700. Ich glaube es waren 690 oder so, die noch offen waren. Das ist schon viel. So, zu informativ. Ein Passagierflugzeug ist über Rocker Plaza unterwegs. Wo ist ein Passagierflugflugzeug? Äh, King-28 informativ. An mir fährt gerade ein gestohlenes Fahrzeug vorbei. Richtung Stadt einwärts. Aufschlussend Fahrzeug. Front, away. Ja, ich bin gerade nach 186. Kannst du trotzdem mal den 20 durchgeben? Ja. Ja, der ist Richtung, äh... Stadt einwärts gefahren. Warst du ein Fahrzeug? Ähm, so ein schwarzer, äh... Kronvik ähnlich. Neu Kopfluss. Wapit, denk ich mal. Clear, away. Ja, negativ. Mir ist nichts entgegengekommen. Ja, negativ. Wir sind spät gesagt, wo das ist. Statt einwärts. Statt einwärts. Da wird zur Bank gefahren sein, um die Spuren zu verwischen. Schau mal. Ne. ... Front, away. Nö, kein Fake-Crown-Wick. So, Rie-Tommy-Bam nochmal, hast du meine Spende nicht ge... Doch hab ich! Was? Trinkenden Flugungskräfte, Leitungswasser, Flachwitz. Danke, Brie. Doch hab ich aber vorgelesen vorhin, hast du vorhin donated. Ah nee, doch noch nicht. Gerade bemerkt, schon sechs Worte dabei für den Server. Ah hier, Schliebe Grüße aus Klagenfurt. Wie konnte ich denn das überlesen, Bruder? 11.90, vielen Dank für 17 Minuten. Ja, manchmal ist das ein bisschen strange. Weil ich hab vorhin nämlich das gelesen, das war vor 23. Das hab ich komischerweise vorgelesen. Ja, mein, da muss ich wieder los, Bruder. Ich komm ja sowas von durcheinander. Ich war nicht mit Absicht. Ich war nicht mit Absicht. Ja, ja. Dicken weisst Bescheid, ich war nicht mit Absicht. Ja, ich war nicht mit Absicht. Ich bin reingefahren. Auf einmal ein Auto vor mir. Bin ich auch reingefahren. Ich war nicht mit Absicht. Nein, nein. Ich habe schon wieder das Käse gerade gekreischt. Ich habe ein Käsefondue im Auto gehabt. Ich habe auch gerade ein Käsefondue im Auto gemacht. Dabei habe ich nicht aufgepasst. Auf der Strasse. Ich mache mir die ganze Käsefondue ausgeschüttet. Alles auf die Schausse. Und da hielt ich mir durch. Das ist die Käsefondue. Schmeckt lecker im Auto. Habe ich vollbremsen gemacht. Kannst du Käsefondue auf dem Haus? Ein ganz Schmelzkäse jetzt auf der Kasse. Weisst du, ich habe vollbremsen gemacht. Das ist komisch. Mir tun die Schweizer gerade leid, die sich denken. Was ist das für ein Kack-Dialekt? So hört sich für mich Schwitzerdeutsch an. Der Schweizerdecker. Ja gut. Es war das Haus mit dem Flöchterdecker. Du darfst nicht vergessen. Oh, ich war ja zu schnell. Sonst kriege ich wieder eine Ermahnung im Funk. Nicht vergessen. 80er Tempomat, ne? Nicht vergessen. Sattelschlepper, ja. Das ist der Sound. Ein Cowboy ohne Pferd. Der ist gut. Den kannte ich nicht. Oh, der nächste. Lost for the Moment. Was versteht man unter einer Turbine nicht? Das ist viel zu laut. Den kannte ich halt auch schon. Das ist so traurig, dass ich schon so viele Witze bekommen habe im Chat. Ich glaube, die meisten Flachwitze habe ich durch meine Community kennengelernt. Weil die das immer schon, immer dieselben Witze reinschreiben. Weil sich schon jeder kennt. Aha. Aha! HKW 719. HKW 719. Hector Krüger ist auf der Fahndung. Der Herr Krüger? Ne. Hätte er sein können. Uppalda. King4 fährt das an mit dem Dubster, der geklaut wird. Er ist ebenfalls 900 Meter entfernt. Ah, da ist wieder der Crown weg, glaube ich, der gestohlen wurde. Er ging fort noch 600 Meter. Flüchte. Ah, ja. Da sind wir ja. Wir hauen gerade aufbinden. Fährt Richtung Nazio. Rhein. Hier in der Gasse. Fährt in die Hills hoch. 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 Ja, das war der von vorhin. Ja, das war der von vorhin. Die Wien von einem langen Borghini Urbu ist Matsch-Schwarz mit einem Rot-Aller. Clear. Closing. 612 sanftizieren. rea wird eine Hö, des Auswander. Z pointed. Thought was noch? Wir brauchen noch Aufastelaide Reform darenziert. Check, check, du kannst für die Urusverfolgung ganz hinweilen. Was ist der Sound? Ja, ich habe gerade wegen Kopfschmerzen keinen Sichtkontakt mehr. Braucht ihr irgendwo Backup? Ne, wir kommen klar bei dem gestohlen Kronen, glaube ich. Linken Zwift, ihr wechselt mal eben in Punkt 1.4. Helfen vor. Na, na, na. Warte, ich weiß nicht, ob es war. Oh mein Gott, ist hier noch was passiert? Nein. Sie steigen jetzt mit der Hobel in den Händen aus dem Fahrzeug. Geht das? Oder sind sie verletzt? Ne. Ne, aber die Dame hat stücke Füße. Ja, aber die werden gerade gewaschen. Das geht. Könnt ihr nicht seinen Taser runter nehmen? Das schaut ja auch scheinbar nicht aus. Ja, ich meine. So, dann steigen sie mal aus. Ja. Ja. So, einmal zum Fahrzeug drehen. Stehen wir mal so ein wenig gefäsert. Hallo. Oh, sie werden festgenommen. Oh, jetzt habe ich, da habe ich ein nasses Schlüpfer. Toll. Das ist super. Ich füße sie mal ganz schön rüber. Passt. Ja, unter anderem. Ja, alle festgenommen. Alle drei. Ja, stehe ich ihnen einmal vor. Sie haben das Recht zu schweigen und Fragen zu verweigern. Alles, was sie sagen kann, zum Gericht gegen sie verwendet werden. Wir haben das Recht. Das sowas gibt, Alter. Das sowas gibt. Und kurz schauen. Oh, warum ist es clear? Der arme Tesla, Alter. Wasserschalen direkt. Oh, er fährt noch. Oh, er fährt noch. Bisschen trocknen lassen in der Sonne, dann geht das schon. Irgendwann kein Taser dabei, ne? Ich bin noch nicht dazu gekommen. Echt Geld für 63 Schwarzgeld? Hallo, wie geht's dir? Ich hab nur 63 Schwarzgeld mit. Mehr hab ich doch nicht. Das ist so egal. Das ist so egal. Ich hab auch nicht mit meinem Auto. Bitte? Den Poolboy sagen, dass mir das leid tut mit deinem Auto. Der stand da, das stand in meiner Einfahrt. Ja, müssen Sie verstehen. Der stand in meiner Einfahrt. So, hab ich mir das Auto ausgeliehen. Das ist so egal. Natürlich, stand in meiner Einfahrt. Der hat da nichts zu warten. Sag mal, hast du also gesehen, wer den, ähm, die G-Klasse da klauen wollte? Die stand? Nee, welche G-Klasse denn? Nein. Ja, die wurde auch aufgeknackt anscheinend. So. Nee, wir sind auf dem Fahrrad. Das ist der Sound auf der Spende. Ey. Wann Sie mal stehen? Ich schuld mir einmal Ihren Personalausweis. Wo ist der denn? Äh, meine linke Arschtasche, bitte. Wieso bin ich die einzige... Zur Info, ich habe sie noch nicht versucht. Ich habe auch noch keine Rechte vorgelesen. Ich glaube, der Anderwood konnte nicht parken. Aber White kennt sie ihre Rechte. Nein, sie könnte mir gerne vorlesen. Ich versuch's nochmal. Herr Anderwood, haben Sie eigentlich Bier getrunken? Anderwood? Wie hier wieder so eine Pfade? Komm, wir können ja mal ein bisschen dealen, ja? Er hat noch jemand Platz, der auch nicht zu können. Ist für Spiele so eine Pfade? Was ist denn los mit dem Reißlegen? Ja, Leute, wir legen den einfach den Reiß, dann geht's schon wieder. Ja, man muss hier als Frau wirklich... Ein bisschen Reiß reintun, dann passt das. Anderwood, lass mich gehen, oder wolltest du wieder... Ja. Hast du noch kurz für Autos die Dichte? Ob ich noch Platz habe dafür? Ja. Müsste ich haben. Soll ich sie mal abnehmen? Ja. Das wäre super. Hallo, nicht wegrennen. Da bleiben. Die Sonne, die sticht so. Was soll denn das? Nicht wegrennen. Ja, die Sonne sticht so. Jetzt nimmst du mich wirklich. Ja, das werden sie jetzt wohl aushalten. Hoppala. Hier drin besser? So. Ich versuch's sie nochmal, ja? Ciao, ciao. Ja. Können sie mich nicht in der Autos... Ich nehme in die Augenbinde, ja? Ich nehme in die Autos die Triche auf, was sie sagen. Und ich... Warum nimmst du mich überhaupt fest? Mit was für einer Begrenzung? Oh, du kauf, Alter. Ist sie mit deinem Einbergang? Ja, ist ja richtig viel dabei hier. Was ist mit Hamburgers? Hol sie einen. Na, na, na. Alles gut. Die Spielschiffs haben die 200? Die würde ich gerne nehmen. Nicht Spaß. Gut, alles gut. Wir haben uns nichts gefunden. Schade. Aber warum nimmst du mich überhaupt fest? Ich hab doch eigentlich gar nichts gemacht. Naja. Wir hatten ja zum einen eigentlich die verbrecherische Flucht durch das Gekau. Nein. Na, ich musste pipi. Da habe ich ja gesagt stehen bleiben. Und dann haben wir noch das Schwarzgeld. Ja, Schwarz. Das sind nur 63 Dollar. Ja, aber das ist... Ja, Anderwood. Sonst ist sie halt auch immer egal. Komm, wir gehen gar nicht nach mir an. Der Unterholz überhaupt nicht. Der Unterholz, der Arme. Der muss ihm alles gefallen lassen. Man steht am Hauchland und auf einmal sind da Leute. Die stecken dir einfach Schwarzgeld zu. Ja, da muss man auf seine Taschen auch passen. Ich tue mal die Mechaniker kontaktieren. Passt du auch auf, wenn du ein Messer immer in der Brustchen hast? Ja, lass mich ruhig alleine mit ihm. Kein Problem. Oh, du steckst die bei den King 4 rein. Das geht halt wirklich nicht mehr das Ding. Der Düben war aber noch mal da draus fahren, ne? Ne, das Ding geht nicht mehr. Ja, muss aufpassen. Anderwood hat sich gemault. Die Strömung hier, die ist extrem stark. Ist da irgendwas drin, ne? Ne, gar nichts. Ne, der Schwarzgeld hat ja der Anderwood gerade. Sie hat sich auch noch Schwarzgeld gehabt oder was? Ja, sicher. Ja, 63 Dollar. Und dafür 60 Monatverhältnisse. Gibt's jetzt schon lustig? Gibt's Freisumme? Ne, ne? Da gibt's keine Freisumme. Ne, gibt's nicht mehr. Ja, lach mal, lach du ruhig noch. Dich krieg ich auch noch, das schwöre ich dir. Guck, nochmal anruhen. Bin ich denn? Soll ich aufschreiben? Ja, drüber schraub, brüch auf, kein Problem. Dich krieg ich auch. Sie kriegen mich, wer bin ich denn? Ja, wie heißt ich denn? Okay, haben sie noch was zu sagen für White, das sie belasten könnte? Bitch. Mhm. Lassen Sie ruhig alles raus. Dann lass mich raus, dann zeig ich euch das. Vielleicht genau, Körperverletzungsleuchtung. Ja, wie denn, wenn ich dich nicht angefasst hab? Ja, das kann man ja. Ja, dann lass mich los, dann fahr, dann wirst du sehen. Hm? Noch eine Drohung? Mein Gott. Weil sie haben angefangen, ne? Das stimmt. Der andere wurde halt angefangen. Halt doch die Klappe da drüben. Jetzt werden sie immer nicht ausfallen. Ja, du hast heute ja die große Fresse. Hat uns gar nichts gesagt. Ey, nicht der andere daneben. Nein, er hat doch nichts gesagt. Er hat auch nichts gesagt. Doch, der sagt die ganze Zeit dumme Kommentare. Achso. Okay. Diese Anschuldigung, äh, weiß ich ab. Wir sind die Polizei, wir geben keine dumme Kommentare ab. Ja, gerade du. Ne, hör mal. Ich glaub, du solltest mal ein bisschen mehr Geld sparen, damit du eine bessere Karre leisten kannst. Das schreib ich mir auf. Wir müssen Geld sparen für eine bessere Karre. Das schreiben wir uns auf. Danke. Ja, mach mal. Gerne. Ähm. Wo sie recht hat, hat sie recht. Ja, wenigstens einer gibt mir mal recht. Dankeschön. Ja gut, aber ihr Auto war jetzt auch nicht grad, ne? Ne Augenweite. Klappe da drüben, du gibst hier nur Müll ab, hat sie gesagt. Du hast die Klappe halt, da hast du gehört. Eben. Hahaha. Nicht, nicht Smalltalk da hinten jetzt. Du musst ja die Klappe halten. Haben sie noch irgendwas gearbeitet? Geh arbeiten. Ja, wie geht's denen so? Alles, alles gut. Nein, Klappe da hinten, du darfst nicht mehr reden. Du hast Rede verbracht. Ich werd ja auch noch verarscht. Also, sie wollen auch noch ein Messer haben. So, so. Nicht reden. Also, wenn ich ein Messer zum Geburtstag geschenkt bekommen würde, würde ich das gerne annehmen. Wollen sie auch die Legende werden? Ihr wollt bestimmt alle drei die Legende werden, ne? Ihr werdet gleich Gilbert getauft. Was, was für ne Legende? Ja, frag mal den Gilbert, wie er zur Gelände, äh, Gelände. Gelände, ja. Wie er zur Legende, wie er zur Legende geworden ist. Gilbert die Legende. Ich denk grad... Haben sie auch noch was getrunken, oder was? Tja, find's raus. Von Kajo die Katze heißt Gilbert. Oder Gilbert, oder? Gilbert. Unser Commander heißt auch Gilbert, und seitdem ist das... Ja, das ist die Legende. Die hat Schiss, wenn sie mich sieht. Okay. Hm, ich glaub nicht. Gut. Oh, ich glaub schon. Hm. Und du gleich auch, wenn du mit mir fertig bist, oder ich mit dir. Boah, was ist denn falsch? Ich glaub eher, Herr Anna wird es mit ihnen fertig, weil... So, doch nicht rum. Sie sind ja gerade in Handschellen, hinten im Auto. Was haben wir falsch gemacht? Irgendwann kommen die ja ab, ne? Irgendwann. Ja. Und dann, irgendwann, sind sie wieder an Handschellen. So weit. Wir haben ja doch scheißegal. Ja, ein Abstechen. Ja, wenn ihnen das gefällt, immer angekettet zu sein, also... Jeder hat seinen Fetisch, ne? Ich dachte, du sollst die Klappe halten. Ja, Entschuldigung. Ja, immer diese dummen Kommentare. Wirklich. Unglaublich. Immer diese dummen Kommentare. Stopp. Cool. Okay. Auf Wiedersehen, Frau White. Auf Wiedersehen. Wie sie sich da drinnen aufregt, hier im Auto. Ist das schön. Ja. Danke so. Oh. Oh. Ach, da sitzt ja noch wer drin. Ja, sie beachten uns ja nicht. Achso. Ich hab ganz vergessen, dass sie da drinnen sind. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Seid sie leise. Seid sie leise. Die singen. Kollege, kannst du nicht mehr nehmen. Auf der Lauer. 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 Das ist ne schlechte Wand. Oh Gott, ey. Das darf ein langer Auto. Warte. Ihr traut euch was. Nein. Nein. So fährt man das nicht an, Jungs. Fährt doch schon quer. Oh, Alter. Das ist gefährlich. Das muss man quer und langsam machen. So riesig. Hier hoch einfach. Ich hab hier überall Durchfall. Das ist super. Wuppel on Tour. Danke für alles, ihr habt zu danken. Dankeschön Wuppel on Tour. Vielen Damen. Magdalum, meine letzte Spende hast du glaube ich auch überlesen. Was macht denn Lachs im Rhein? Na logisch. Er studiert Chemie. So das war's für heute. Witz. Ah ne. Dankeschön an Marc oder Lump. Das hast du da komplett. Hab ich nicht gesehen. Zuletzt gespendet hat er einen Lachflöscher. Jetzt wegen dir bist du der Beste. Hab meinen Mathelehrer angerufen. Damit hat er nicht gerechnet. Der ist aber auch alt, Bruder. Mobile Gamer. Kannst du bitte Adi grüßen? Adi. Adi haben wir ja schon heute gegrüßt. Aber nochmal Adi. Adi. Adi begrüßt. So. Dann noch ähm. One Prown. Mal dunkel war es. Der Mond schien helle. Versteh nicht. Ähm. So. So. Polizist. Sie wissen warum ich sie angehalten habe. Der Fahrer. Ich bin nur so schnell gefahren, weil meine Frau mich mit einem Polizisten betrogen hat. Ich dachte sie wollen sie mir zurückbringen. Ach. Das ist so ein Stammtischwitz. Das ist so ein Stammtischwitz. Das ist so ein Stammtischwitz. Wenn du schon was angesoffen hast. Das ist sehr sehr lustig. Ein Stammtischwitz. Ein Stammtischwitz. So Mathe. Wie nennt man ein Kaninchen im Fitnessstudio. Pumpernickel. Den kann ich auch schon. Danke dafür. So das mit der Turbine habe ich schon vorgelesen. Makaner Lumpf habe ich nicht vorgelesen. Hat er gesagt. Ah da. Ich habe neulich einen Mikrobiologen getroffen. Er war größer als ich dachte. Was ist grau und kann nicht fliegen. Eine zu fette Taube. Danke. Wirklich danke. Das hat es mir grad gegeben. Ich glaube da vorne der rast ne. Den verworre ich gleich mal. Ist hier schon mit 100 gemützt worden. Ah. Oh. Ihnen geht es gut? Hallo. Hallo. Ihnen geht es noch gut? Mir geht es gut ja. Ja. Sie haben sich ja ganz schön aufgestellt mit der Hütte hier. Ja. Haben sie das geschafft. Die ziehen leicht nach oben. Sind sie da drüber gefallen. Ja ich bin nur leicht ran gefahren. Weil sie haben sie vorhin mit über 100 geblitzt mit 80er ne. Ach wirklich. Nur ein bisschen aufpassen dann passiert genau sowas. Ich habe gerade aktuell nichts wirklich erkennbar. Ja viel Spaß mit dem Auto jetzt. Fahren sie vorsichtig. Ja ja. Jetzt können sie froh sein dass nicht viel passiert ist. Das ist ja voll aufgestellt den Bruder. Er hat es ja richtig aufgestellt. So. Belehren. Weir. Weir. Closing. Wer fährt da 102 hinter mir wieder. Front. Away. Rear. Alle vor mir. Rear and front. Front. Away. Front. Away. Front. Away. Front. Er ist auf 110 eingestellt. Ach deshalb. Wait a second. Weir. Was geht es mir umstellen. Weinen wir euch auf 145 gehabt ne. 145. So. Jetzt wurde er richtig eingestellt fürs Autobahn fahren. Ich denke mir schon, er ist nicht richtig eingestellt Natürlich Ja, Joey, den kann ich auch nicht vorlesen Danke dafür Da noch von vorhin Jetzt kommt überall Durchfall Ich frage mich ab, wo habe ich den Durchfall bekommen? Wo hat es angefangen bei mir? Hier in den Hills oben, ne? Kommt mir hervor Auf 3.0 haben wir den Fehler nicht mehr Da muss man noch genau gucken Ich glaube immer, dass es am PD liegt, ne? King-46 hat ein Grape-Seat am 10-20 vier bis fünf maskierte Person Mit dem ist er noch weg King-Fortverlangen Am Ende mal kein Taser fällt mir gerade auf, das ist super Informativ laut der Person am Orangenfeld KTM männlich-schwarz gekleidet Frage zu männlich-schwarz gekleidet, war das ein schwarzer Mantel? Da habe ich keine Info drüber, nur schwarz gekleidet Die Leute jetzt gerne in Orangenfarben, das finde ich sehr toll Wir stehen auf dem privaten Wohnstil Also möchte ich Sie bitten, sofort das Gelände zu verlassen Vor allem, von, möchte ich Sie runter und das Motor Sie verlassen, Sie verlassen bitte mit allen Fahrzeugen das Gelände Dann mal die andere Frage Gehört denn das Grundstück einem von Ihnen? Ja, das ist mein privaten Grundstück Ja, natürlich hört es uns Nicht sagen, oder? Guck mal, hier ist der Begrenzungs-Zahn, gell? Solange Sie sich nicht ausweisen können und nicht sagen können, dass es Ihr Grundstück ist und sich hier maskieren, ist es sehr schwer Park mal Muldenkipper aus, dann sehen die, wo die Grenze ist vom Grundstück Dann hätten wir dennoch gerne mal bitte einen Personalaufweifer an Nee, privaten... Alles gut, alles gut, alles gut Ich muss mich gar nicht ausweisen hier auf dem Privatgelände Ich kann hier maskiert rumlaufen, solange ich möchte Oder Sie sagen mir, wo es steht, dass ich es nicht darf auf dem Privatgelände Ich habe mir gesagt, dass Sie es nicht dürfen Na, dann muss ich mich gar nicht ausweisen Aber der Kollege da vorne hat gerade gesagt, wir würden eine Straftat begehen Das heißt, es wäre Unterstellung einer Straftat, die er damals macht Zu dem Punkt war noch nicht klar, dass das Ihr Gelände ist Wenn das überhaupt Ihr Gelände ist, was wir auch noch nicht nachprüfen konnten Sie können ja nächstes Mal probieren, wenn Sie hier vorbeifahren, einfach fragen Sie müssen ja nicht gleich sich in die Hose machen 2.000 Leute holen, Sie können auch nicht fragen Aber wissen Sie, wie das aussieht, wenn drei maskierte Personen vor einem Haus stehen Mit einem Van oder halt so mit so einem Pickup Sieht das ein bisschen komisch aus, als würden da Einbrecher vorne stehen Bin ich ganz ehrlich Also mir wäre das Hausbesitzer lieber, dass die Polizei da zauber nachschaut Auf dem eigenen Grundstück, oder? Das ist richtig, ne? Das ist richtig Jungs, 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 chillt einfach euer Leben Ihr zwei geht mal ein Stück nach hinten Ich kläre es jetzt eben So Dann nennen Sie mir bitte einmal ganz kurz Ihre ID Wie ist der Status oben bei Sandy? Grape Siege Äh, kooperieren jetzt Eine Frage, was war genau mit dem Orangenfeld? Was war da los? Äh, laut Dispatch dachten die, die werden gleich überfallen Kennt man Äh, ich kann von mir eben sagen, was da war Äh, da war jemand, der hat ne KTM gesehen Die Enduro Äh, King 4, äh, ihr fragt immer noch bei einer Badge-Nummer, wie ist die denn? Das ist der Sound auf der Spende King 4 für King 28 King 4 hört Äh, ihr fragt die Frau White nach ihrer Badge-Nummer, wie ist die denn? Da muss ich nachgucken, weil die wieder umgeändert wurde Ja, musste ich auch Ich merke mir die jetzt nicht Ich schau mal schnell Meine alte hab ich mir super gemerkt, meine neue nicht mehr Keine Ahnung, wo die jetzt ist, Alter Ich weiß meine Badge-Nummer echt nicht mehr Also jetzt legit Weil die Badge-Nummer, ähm Die Badge-Nummer hat sich wieder geändert Das ist nicht mehr die, wie ich damals hatte Ich schau mal kurz Hast du die nur auf dem Gelände gesehen oder auch außerhalb? Nee, weiß ich nicht Einmal hab ich die gesagt bekommen, die Badge-Nummer, dann nie mehr wieder die neue Keine Ahnung, wo die ist Nee Ja, musst du die Frau White ein bisschen hinhalten Ich, äh, find die grad wirklich nicht Ja, ist gut, zählt Der hat meine, ist, äh Aber seitdem die Mir wurde die einmal gesagt Vom, vom, äh, Chief, glaub ich Und dann nie mehr wieder Also ich hab die auch nicht irgendwo eingetragen gesehen oder so Ja, nee, ähm Haben wir da keine Liste mehr drüber? Ich schreib dir mal deine Kingfrau Sag mal, ey, woher weißt du? Wo hast du die denn? Äh, die steht in der Personalliste in der linken Spalte Dann vor Dann schau'n wir mal Was war deine Frage? Die Personal Hm, bitte? Was deine Frage war? Ich hab dir nämlich gerade, ich muss grad mit mir einen Gips Tat auf Äh, ich hatte keine Frage Ich wollte nur fragen, wie der im Orangen fällt Aber es hat sich schon erledigt Ich wollte nur wissen, was da genau passiert ist Achso Naja, äh Jetzt muss ich schauen wegen der Badge-Nummer Weil die ja neu ist Und Ah, jetzt Äh, 13 Minus 067 Ach, das ist so dumm Äh, 13 Minus 067 Äh, ihr habt Du Ihr als Detektiv habt übrigens mittlerweile auch Decknamen, ne? Ich weiß, aber ich Ich, äh Werde keinen Decknamen brauchen So wie es aussieht aus Ich fahr zivil Ja, nee Weil Alles Was ich eigentlich alle Detektiv so eintragen Außer du Deswegen Ja, weil Bei mir ist egal Das wäre so an dir vorbeigegangen oder so Nee, äh Ich hab's gesehen Aber bei mir ist das egal Weil, äh Ich heute sowieso nicht zivil war Das ist, also Und man kennt mich schon Das ist dann komplett egal Schon bei mir Außer ich fahr halt zivil Und ich fahr mit Maske rum Das ist was anderes Gut Perfekt Perfekt Aber sag mir jetzt aber nicht Sag mir jetzt aber nicht Unsere Decknamen werden uns auch nur eingeteilt Bitte? Nochmal Wären unsere Decknamen auch nochmal eingeteilt Kriegen wir da einen zugewiesen? Äh, ja Du hast einen bekommen Von Deiner müsste, deiner müsste, also, äh, deiner müsste, glaub ich, Shiba sein, wenn ich mich hier drittchen sinne Was? Ich hab die, die Liste, jaja, ich hab die Liste gesehen Oh mein Gott Deiner ist, glaub ich, also Sonic ist, äh, Darren Der andere ist, äh, Shield Und du bist dann ja der dritte so gesehen, weil Okay Okay, also, alter, also, die neue Nummer, die kann ich mir gar nicht merken Meine alte konnte ich gut Ach Der hab ich auch immer schön eingetragen Aber die tragen auch gar nicht mehr ein, die Badge-Nummer Nee Ja, im ganz alten Keycat war das so Genau, ja, da hab ich, ich hab mich noch erinnert, da hab ich die mal eingetragen und gut war Und die hab ich mir gut gemerkt Und auf einmal hieß es, ja, ich hab jetzt ne neue Badge-Nummer Und seitdem hab ich das einmal gehört vom Chief, glaub ich, war das Da hab ich mir die einmal gesagt und dann hab ich nie mehr wieder was davon gehört Ja, genau, wir sind ja damals Ja, und das liegt, glaub ich, genau daran, dass du irgendwie jetzt das aufgeteilt ist nach, in welchem Ding man drin ist Ja, ja, das läuft jetzt anders Früher war das ja Genau, früher war das ja so geregelt Früher war es ja zum Beispiel 65-20 Das war ja Department, Einheit Und dann Funk-Nummer Genau Ähm, jetzt ist das ja so, du hast jetzt nur noch Depart Also, du hast jetzt nur noch Einheit Und Personalnummer Also, solltest, äh, die 13 ist halt das Detective-Büro Und 072 ist es jetzt, glaub ich, bei dir Ähm, ist deine Personalnummer Heißt 072 An der kann man dich halt jetzt identifizieren, an der weiß man, das bist zu 100% du Okay, gut, leider Bescheid, weil jetzt, äh, ich wurde auch nie jetzt nach meiner Bett schon mal gefragt, noch nie Ja, 3 zu 067 passt schon Muss ich mir merken Gut, ich mach jetzt erstmal hier die Blaulichtfäte aus Na gut, dann, vielen Dank fürs Kommen Der Volker steht weiterhin Jawohl Tschülülü Tschülülü Na kurz gucken Äh, Frage, wurde sich um die letzten Dispatch schon vor 10 Minuten gekümmert mit dem Überschlag? Entscheint ja nicht Ja, klingt vorher, ich fahr da sonst bei hin zum Überschlag Ja, klingt vorher, ich fahr da sonst bei hin zum Überschlag Ja, klingt vorher, ich fahr da sonst bei hin zum Überschlag Ja, klingt vorher, ich fahr da sonst bei hin zum Überschlag Ja, würde ich das hier ausmachen Zack Äh, braucht es nicht, wir sind der die Mechanikerwunsch und bestellen sich Zünfer Da sind alle Dispatches draußen passt Jawohl So, mach mal das Lern jetzt, ich habe eine Spende übersicht schon wieder, ach komm, das gibt es doch gar nicht Was hat mehr Löcher als ein Schweizer Käse Das kann ich auch nicht vorlesen, Dankeschön Aber von Lenny1 und 7, was habe ich nicht vorgelesen von dir Bruder Ich lese, ich lese eigentlich alles vor, aber Kannst du auf dem Haugen, Augen, kannst du Augenbrauen auf den Hund hinzufügen? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht Es gibt so ein paar Props, die kann man hinzufügen, aber ich glaube Augenbrauen nicht Also nicht, dass ich müsste, aber ich habe mich wirklich nicht gesehen vorhin Ganz, ganz strange Schau mal, ob ich noch irgendwas da nicht gesehen habe Ne, das habe ich gesehen Manchmal kommt mir vor, dass das Programm das ab und zu nicht reintut und erst dann später mir das wieder reintut Ganz strange So, aber ich werde mich jetzt mal Richtung PD begeben So langsam mal Jetzt bin wir eh schon wieder seit über 5 Stunden, alter Krank War aber heute finde ich ein sehr geiler Dienst Ein sehr guter Dienst Ich habe noch einen im Auto, ne Da habe ich noch niemanden Vielleicht ein Matze, der da hinten drin sitzt, aber sonst Ich parke ihn da rein, dann Ja, soll er einen ein, soll er einen PD da mitnehmen oder was weiß ich was So King 4 G-10 7 im in Sandy PD Ich habe noch Ist aber noch was, ein bisschen, ein bisschen ja gut um die Uhrzeit Pack, 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 pack Dann lassen wir das erstmal stehen, dann gehen wir uns hier schön umziehen, uns nochmal abmelden Ah, schau Da sind die ganzen Sheriffs Der Rudolf Hunk, wer kennt nicht Mary Willis, kennt doch jeder Die Rita Diggins Der Eric Higgins ist auch dabei Patrick Evans Mary Willis Hilda Smith Ganz große Namen hier an der Wand, ganz große Namen Die kennen wir alle, oder? Natürlich kennen wir die alle So Alter, quit Das passt perfekt zum Ende des Streams Einfach mal quit Einfach mal raus quitten Dankeschön Alter, dauert das noch 50 Euro am Ende des Streams, aber ich glaubste Dankeschön, oder? Und er schreibt nix dazu, das freut mich natürlich sehr Dann muss ich mich nur ganz recht herzlich bei quit hier bedanken Dankeschön, für ganze 50 Euro Superchat Und fürs nichts dazu schreiben, das freut mich sehr Ja, also wirklich, nichts vorlesen ist immer schön Das Auto hört sich an wie ein PC-Lifter, es gehört also so Liebe geht nochmal raus, dann quitt Auf jeden Fall nochmal ein Like da lassen Oh, GTA 6 Map leaked Guck mal Hier ist ne geleakte GTA 6 Map Müssen mal aufpassen Das sieht aus wie die Map von Äh Ja, New York, ne? Aber nicht die von GTA 4, die Map, sondern sieht einfach wie ne New York Map aus Naja Original Größe Oder halt nicht ganz original Bisschen klein, aber komisch Strange Gut Leute, ähm Für alle, die jetzt am Start waren, ich bedanke mich wirklich an alle recht herzlich, die dabei waren Die mitgefiebert haben Die Spaß gehabt haben Ähm Ja, ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß hier heute Was hieß, berusen das? Ehrlich, ist das Sheriff Group? Ist da irgendwie was dabei, wenn das gehört? Ne Hat auch hier einfach nur Sheriff Chief Deputy Oh, da ist der Chief drin Also ich finde, das ist ja das Sheriff ist höher gestellt so anscheinend Da ist der schöne Sessel drin Hier ist das Archiv Ja, geil Äh, Matze! Musst du noch ein bisschen die Homeland Arbeit machen Ja! Äh, also vielen Dank für die, die am Start waren Nicht vergessen, ähm So Äh, äh, Däumchen nach oben Wuppelt auch gerne in meinen Shop vorbei, Leute Zürmplüsch jetzt bestellen mit Autogrammkarte Bestellt doch auch gerne das neue XXL Strandtuch Ja! Äh, gibt's jetzt im Shop erhältlich, so ist es Und Alexander, ne warte noch mal mit neun Monaten VIP Deckname Shiba Muss zu Shiba Inu werden, das ist perfekt Aber Shiba ist doch geil das Name Wie ist ihr Name? Shiba Ich sag aber nicht wer ich bin So Jetzt aber Leute Auch ein schönes Erna zusammen Und dann sehen wir uns höchstwahrscheinlich wieder übermorgen Wenn's dann wieder heißt We Love Online oder vielleicht sollten wir mal was anderes mal schauen Mal gucken, vielleicht haben wir mal Bock auf was anderes Schauen wir mal, ne? Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht Schlaft gut Macht's gut Und Wir sehen uns Haut rein Vielen Dank fürs dabei sein Und äh, Kuss auf den Sonnenmann Quitt Der nochmal am Ende 50€ geballert hat Einfach so voll random Quitt Da Kuss